Hallo! Ja, Freunde, es tut mir furchtbar leid. Ich weiß nicht, was heute los ist. Also, das liegt nicht an meiner Internetverbindung, Freunde. Es liegt nicht an meiner Internetverbindung. Ich bin die ganze Zeit da. Also, das Internet ist die ganze Zeit da. Also, es tut mir furchtbar leid. Also, ich hoffe nicht, dass das jetzt noch mal passiert. Also, wir haben das aber so halt gar nicht. Deswegen. Nee, 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 Max. Mein Internet ist da. Also, Freunde, das ist es nicht. Nein, das ist nicht das Internet, Freunde. Es ist nicht das Internet. Herzlich willkommen! Äh, Frakoni, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank für fünf Monate Treue. Liebe geht raus. Vielen, vielen Dank dafür. Und, äh, Ragoso, einen wunderschönen guten Morgen. Also, es tut mir furchtbar leid, Freunde. Ich weiß nicht, was gerade los war. Warum es jetzt schon wieder weg war. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Schön, dass ihr wieder da seid. Auf jeden Fall noch immer noch da seid. Das freut mich sehr. Sind hier immer noch... Ich weiß aber auch wirklich nicht, wieso, Freunde, ne? Ähm. Also, mein Internet ist nicht weg. Mein Internet ist nicht weg. Ihr habt es ja mitgekriegt. Ich konnte die ganze Zeit schreiben im Chat. Es steht immer nur da, dass der Stream deaktiviert ist. Ähm. Ich hoffe nicht, dass das jetzt nochmal passiert. Ja. Na. Wir fangen gerade erst an. Fangen gerade erst an, Ragoso. Aber es ist ja sehr, äh, eine sehr beklemmende Stimmung tatsächlich, die wir ja haben. Freunde, wir wollen jetzt tatsächlich anfangen, ähm, an der Stelle Gebiet mit den Eisbrechern tatsächlich zu bearbeiten. Und dann werden wir schon das erste, ähm, kleinere, äh, Highlight sehen, Freunde. Wir wollen natürlich uns erstmal anschauen, was gibt es an Ressourcen in näherer Umgebung tatsächlich an der Stelle, die wir uns vielleicht hier sichern könnten, Freunde. Wir wissen, wir brauchen irgendwie alles. Mit höchster Priorität Nahrung und Öl als, ähm, Ressourcen, um erstmal die groben Bedürfnisse des Alltags zu decken. Und wir sehen hier tatsächlich, wir können uns in die Richtung ausbreiten und wir können uns in die Richtung um den Dreadnought ausbreiten, Freunde. Und das heißt nichts anderes. Wir hätten hier Öl. Wir hätten hier Nahrung. Was haben wir hier? Fruchtbare Erde. Fruchtbare Erde. Hier unten gab es nochmal was zu essen. Eine... Freunde, eine Robbenkolonie haben Robben überlebt. Schaut euch das mal an. Ein Bauanhänger, Fertigbauteile, Freunde. Die werden noch von Wichtigkeit sein. Who knows, ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Also Fertigbauteile werden wir noch brauchen. Ja, wir gucken uns erstmal alles an. Und hier haben wir insgesamt nur drei Sachen, ne? Hier ist nichts weiter, genau. Hier haben wir drei... Und hier unten ist noch was. Ich frage mich, wie man hier runter... Bestimmt hier hinten runterbauen. Das könnte durchaus Sinn machen. Wir haben hier Öl. Menge 50.000, Freunde. Okay. Hier haben wir 50.000 Öl. Und hier ist ein weiterer Ölanhänger. Mit weiteren 50.000. Hier haben wir nochmal 500 Fertigbauteile. So, Freunde. Wir brechen. Ich denke, linke Maustaste, genau. Ja. Jetzt ist die Frage, wollen wir gleich zum zweiten Anhänger durch? Oder gehen wir jetzt erst einmal... Wie weit dürfen wir denn? So, mehr dürfen wir erstmal nicht machen. Wir machen erstmal so. Und lassen das jetzt erstmal arbeiten. Und nehmen jetzt mal die Pause raus, Freunde. Und jetzt müssten wir eigentlich gleich die Eisbrecher... Die faden jetzt gleich so ein bisschen rein. Passt auf. Das ist sehr schön gemacht, wie ich finde. Also erstmal schaut euch das mal an hier, wie sich der Schnee bewegt. Unglaublich schön. Unglaublich schön. Aber wo sind sie, die Eisbrecher? Habe ich den Befehl nicht gegeben? 30 Schrottteile haben wir. Und wir haben die 300 Arbeitskräfte. Bin ich... Drücke ich auf die falsche Taste? Ah, da drauf. Alles klar. My bad, Freunde. My bad. Ja, ja, ja. My bad. Ich dachte, ich muss hier unten drauf drücken. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt faden sie rein. Jetzt seht ihr hier die Eisbrecher. Tatsächlich die großen Maschinen. Ketten betrieben, wie sie mit ihren... ...starken Maschinen jetzt hier tatsächlich... ...das Eis brechen. ...um es für uns jetzt begehbar zu machen, ja? Und jetzt werden wir gleich in der Lage sein, tatsächlich an der Stelle... ...die ersten Sachen uns anzueignen und abzubauen. Hier habt ihr dann quasi, ne? Ihr seht es hier. Wir sind jetzt zu drei Viertel fertig. Eis brechen. Das ist schon schön gemacht, Freunde. Das ist schon schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich würde mir jetzt hier nur wünschen... ...dass man vielleicht noch ein bisschen... ...näher ranzummen kann. Das würde ich mir noch wünschen. So. Dann... ...haben wir jetzt einen Förderbezirk, Freunde. Und jetzt klappt... Seht ihr es? Diese beiden leuchten jetzt weiß auf. Ihr seht jetzt auch hier... ...alles, was so noch ein bisschen dunkler ist an der Stelle. Diese Sachen sind aktuell nicht begehbar. Überall anders könnten wir uns jetzt schon breit machen, weil wir dort das grobe Eis gebrochen haben. So. Wir könnten jetzt hier einen Förderbezirk machen. Und der fördert natürlich 60 Öl, 20 Fertigboteile oder 150 Materialien. Ähm... Genau. Und das wollen wir jetzt hier natürlich hier drauf setzen. Das müsste dann somit 60 Öl produzieren. So. So. Du brauchst drei Kacheln für den Bezirk. Ich muss also noch andere freilegen hier ringsherum. Stand das da? Habe ich nicht gesehen, Freunde. Habe ich nicht gesehen. Du hast genug, siehste? Ich verstehe jetzt nicht, was das mit dem Klicken. Eigentlich müsste das ja gehen. Das sind ja drei Kacheln frei. Ach, wähle drei Gebiete aus, um den Bezirk zu bauen. Ah. Alles klar. So ist gemeint. Stopp. Wartet aber. Da warten wir noch. Da warten wir noch, Freunde. Ne, 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 ne. Passt mal auf. Wir machen das trotzdem fertig. Denn wir wollen ja natürlich... Nein! Stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Da, gerne. Sei nicht gleich wieder so aggressiv. Äh, wir bauen das nämlich richtig smart, Freunde. Wir bauen das richtig, richtig smart. Wir gehen das Risiko ein, dass wir jetzt noch einen zweiten Eisbrecher machen. Denn wir wissen ja tatsächlich an der Stelle, dass es hier viele Sachen gibt, äh, wo es darum geht, äh, Boni an angrenzende Sachen zu erreichen. Und wenn wir das, glaube ich, ein bisschen smart bauen, dann können wir nämlich tatsächlich an die Angre... Also angrenzend an diesen Bezirk dann ja tatsächlich... Es müsste ja wahrscheinlich... Ich bin mir nicht sicher, was genau alles ein Boni gibt. Das werden wir rausfinden. Ähm, aber was ich mir jetzt nämlich gerade denke, ist... Was ist denn, wenn wir jetzt so... Wenn wir jetzt so rangehen? Oder? So. So finde ich es fast am besten. Wir machen das mal. Mir geht es um die, äh, um die Arbeitskraftboni, die wir eventuell hier erhalten. Ja? So, und jetzt entsteht das Ganze hier. Wunderschön. Ja, ihr seht's hier. Ich würde gerne noch ein bisschen näher ranzoomen, Freunde. Muss ich wirklich sagen? Noch so ein bisschen näher fände ich klasse. Und ihr seht aber auch hier, der Kältebedarf, der steigt immer weiter, ne? Also ihr seht, wie die Stirn jetzt hier immer größer werden. Und das heißt, dass die Not an der Stelle bei der Ressource dann auch stärker ist. Rapprogo, ein wunderschönen guten Morgen. Herr Ojo, ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Salern, Saga, Kuhu. Schön, dass ihr hier seid. Pletzki, ein wunderschönen guten Morgen. Ja, nix zu Futter, aber Bruni will der Herr haben. Ja, ja. Ha, 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 ha. So ist es. So ist es. So, Freunde, 80 Wochen noch bis zum Schneesturm. Äh, ich hoffe nicht, dass ich hier zu lange getrödelt habe jetzt schon. Es ist ja gigantisch, Freunde. Gigantisch, was hier gebaut wird. Ja, ja. Ich habe die Socken heute noch ausgelassen, weil bei uns heute wieder 23 Grad angesagt sind. Geiler Sound. Klingt ein bisschen wie eine Flugzeugturbine. Aber nice. Nice, nice, nice. So, Freunde, wir haben jetzt hier anscheinend ein Event. Öl. Als die zähe, schwarze Masse durch die Leitungen fließt, bricht das Volk in Jubel aus. Der tote Körper dieser alten Maschine zeugt von den Strapazen, die uns bisher hergebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass er uns bereits Schutz vor vielen Schneestürmen geboten hat. Und es wieder tun wird. Wir haben Öl. Wir können den Ofen anfeuern. Altweiber Sommer auch im Spiel? Na, so in der Art nicht mehr. Altweiber Winter. Den gibt es hier an Frostbank 2. Zu Genüge. Wählen Sie das Wrack des Dreadnoughts, um die Steuerung des Ofens zu erreichen. Sobald aktiviert, wird der Ofen des Dreadnoughts automatisch Öl in Wärme umwandeln. Das habe ich verstanden. So, Freunde. Wir gucken uns das ganz kurz an. Genau, kurz Pause rein wieder. Also, was sehen wir, Freunde? Das ist der Förderbezirk. Wirkt auf andere Bezirke? Wirkt auf diesen Bezirk. Ah ja, okay. Da kann man sich nochmal gucken, ob es auf andere wirkt oder nicht. Wir haben jetzt hier aktuell 100% Arbeitskraft drin. Und damit verbrauchst du 150. Wir könnten das jetzt runterdrehen. Ihr seht es, mit jeder Stufe gehen 30 Bewohner raus aus der Produktion. Aber es reduziert sich jedes Mal um 4 die Produktion von Wärme bzw. Öl. Das ist verständlich. Man kann, wenn man tatsächlich die Effizienz steigern möchte, könnten wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen Notfallschichten einführen. Notfallschichten bringen uns dazu, die Produktionseffizienz zu steigern, zu Lasten des Vertrauens. Ja, Josch, ich hoffe. Ich hoffe. England, New London und Old Amsterdam waren ja schon immer Freunde. So, Freunde, wir haben jetzt hier noch ein paar Bezirke dazwischen. Das ist alles der Förderbezirk. Und wir können jetzt hier rüber, genau, zum Generator gehen, Freunde. Und den können wir jetzt anschalten. Ich finde, das ist ein sehr schönes, modern wirkendes Overlayer, by the way. Das finde ich sehr, sehr schön, ja. Ich rück das mal ein bisschen in die Nähe. Können diesen jetzt anschalten. Und jetzt müssten wir jetzt hier gleich sehen, dass hier was passiert, oder? Ja. Grundlegende Infrarstruktur. Der Ofen läuft. Wir haben genug Öl, um den aktuellen Bedarf zu decken. Die Kälte wird unseren Leuten dennoch zusetzen, bis sie Behausungen haben. Unterkünfte schützen am besten vor Kälte, wenn sie nah an anderen Unterkünften oder dem Ofen errichtet werden. Für den Bau benötigen wir vorgefertigte Bauteile. Wir haben einige, aber den Rest müssen wir von den Anfänger-Verracks bergen. Gut. Okay, brechen sie in den Förderbezirk und fertig, Bauteile zu gelangen. Wir haben jetzt noch ein paar. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch erstmal ein paar wohnen. Ja, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Wer unterschätzt das mal nicht? Wir haben das ja schon freigelegt, ne? Wir haben das ja schon freigesägt. Ein Förderbezirk. Von hier, hier und hier. Wieder drei. Bauen das. Ja, ja, ganz entspannt, ganz entspannt. Wir gucken uns alles an. Wir gucken uns alles an. Wir wollen aber Wohnbezirke. Was kostet das denn? Die sind tatsächlich ziemlich teuer. Die sind tatsächlich ziemlich teuer. Arbeitskräfte hätten wir noch genug. Es kostet 60 Schrottteile. Das heißt, wir können gar nicht so viele bauen. Okay, ich würde jetzt erstmal versuchen, diese hier, einen hier, der bekommt einen zweiten, weil er an den Ofen angrenzt und an einen weiteren Bezirk. Und er jetzt wegen den beiden Bezirken. Er hätte jetzt drei. Wieso hat er jetzt drei? Das erschließt sich mir jetzt nicht, weil es ist, eigentlich müsste der Bonus doch auch nur zwei sein, oder? Oder wirkt das übergreifend auch auf zwei Felder? Ich sag nicht nein. Das sind 180 Schrott, die wir ausgeben. Und, äh... So, wie baue ich die jetzt? Du kannst acht machen? Nee, acht kann ich jetzt aktuell nicht machen, wegen dem Schrott. Drei von sechs stand da. Ich muss wirklich sechs bauen, tatsächlich. Krass. Ich muss wirklich sechs bauen. Arthur, ein wunderschön guten Morgen. Schön, dass du da bist. Interesting, interesting. Ich dachte, da gehen weniger auch. Aber wir haben jetzt hier einige mit einem guten Boni, tatsächlich. Wir haben jetzt einige mit einem guten Boni. Jaja, aber, äh, das hab ich jetzt, hab ich noch nicht, äh, so ganz verinnerlicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Wir gucken uns das gleich an, wie das aussieht, weil hier sind wir jetzt zu einem Viertel fertig. Das wird noch ein bisschen dauern. Schlimo, einen wunderschönen guten Morgen. Also, okay. Ich find, bei minus 20 Grad kann man schon noch draußen rumlaufen, ne? Das geht schon klar. Okay, das dauert. Das dauert. Und hier auch noch ein bisschen. Ja, natürlich, natürlich. Aber klar, der Adel muss natürlich versorgt werden, Freunde. Ja, der Adel, äh, die Winzers, die kriegen ja natürlich einen Platz hier oben, ne? Hier. Da haben die ihren Platz, ne? Direkt an der Maschine. Die haben's immer muckelig warm, wie wir hier im Sachsenländle sagen, ne? Aber das sollten wir ja jetzt gleich erfüllt haben. Die Frage ist, was ich jetzt gleich habe, ist, ähm, können wir im Dreadnought Sonderschichten machen? Geht das eigentlich? Overdrive. Aha. Weil, was ich mich jetzt nämlich gleich frage, ist, ähm... Okay, Freunde, schaut euch das mal an. Hier sieht's nicht gut aus. Das hier sieht nicht gut aus, Freunde. Mhm. Minus 20. Und jetzt wird hier die Produktion hochgefahren? Ja. Und dann können wir wieder Eis brechen, Freunde. Und ich würde gern... Also, wir brauchen einen weiteren Bezirk. Wir haben hier eins, zwei, drei... Und ich darf hier kein Eis brechen. Ich darf hier kein Eis brechen, Freunde. Mh, machen wir gleich. Die beißen dann schnell ins Gras. Okay. Ich komm auch hier gar nicht runter, oder was? Ah, doch. Ah, doch. Ich muss es hier erst mal nur freilegen. Doch, doch, das geht. Passt auf. 5, 3, 4, 5, 6. Wir machen so. 8. Wir legen jetzt erst mal das frei. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich muss bei ein paar Sachen erst mal reinkommen. Aber es ist super spannend. Weil wir legen jetzt das frei. Ich versuche... Ich hab ja manchmal schon da so ein paar Pläne. Ich möchte versuchen, natürlich, das möglichst optimal zu setzen. Ähm... Ich hoffe nur, dass ich nicht zu viel Zeit verschwende. Na, wir bauen jetzt hier gleich einen zweiten Wohnbezirk. Wir bekommen jetzt zum Glück Fertigbauteile. Wir bekommen 21 Schrottteile pro Woche. Und wir haben jetzt noch 73 Wochen bis zum Schneesturm. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir, äh... Dass ich zu viel Zeit verplemper. Mal gucken. Einfach Morio. Einen wunderschönen guten Morgen. Freunde, lass uns gemeinsam mit Kuss auf den Krug erheben. Für eine Schale ist es, wie wir hier in New London sagen, Freunde. Auf die Menschheit, Freunde. Wenn es es doch noch gibt, ja. Prost. Ich hab Teil 1 nie gespielt Art Hook. Ich spiel jetzt mit Frostpunk 2 das allererste Mal Frostpunk. Und ich muss bisher sagen, es ist eine sehr, äh, ähm... beklemmende Stimmung. Eine sehr, sehr beklemmende Stimmung. Und, äh... Macht aber Spaß. Macht Spaß bisher. Es ist irgendwie... Nicht ohne. Hier kriegen wir es jetzt aber nicht auf 3. Warum nicht? Warum nicht? Und wenn wir das... Ja, hier hätten wir... Was ist das, wenn ich hier lang baue? Dann reicht's nicht. Dann müssten wir wieder mehr brechen. Okay. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier... Na, dann machen wir 2. Ist okay. Ist okay. Panda, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Und dann können wir schon wieder Eis brechen. So, Freunde. Wir haben jetzt Öl. Können wir mal ganz kurz warten, würde ich sagen. Wir wollen jetzt natürlich hier rüber. Na? Wir wollen jetzt von hier ausgehend entweder hier runter. Hier hätten wir 18.000, ähm, Nahrung. Aber schneller sind wir hier drüben. Wir wollen das hier drüben erschließen. Machen wir mal so. Ja, ja. Drei alten Anliegen sein. Ja, hier drüben lagen, glaube ich, drei an. Hier gehen halt nur zwei, leider, ne? Bei uns fehlt das Feld hier drüben. Genau, ich glaube, das war das Problem. Genau, Rabrogo. Ich glaube ja auch. Ich glaube auch. Oh, hier hat der Qualm. Geil. Ah, Freunde, da sehen die gut aus, ne? Ich bin gespannt, wann hier die ersten Kranken kommen. Weil, äh, die Krankheit ist hart voranschreitend. Hart voranschreitend. Ähm, nach wie vor bin ich ein bisschen irritiert. Wir machen jetzt nämlich bei den Materialien. Minus 40. Hängt das da an den Wohnbezirken, Freunde? Das müssen wir uns mal ganz kurz anschauen, ob die Unterhalt kosten irgendwie. Wohnbezirk. Anforderungen. Nee, kostet angeblich nur... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, Freunde. Die ersten 60 Leute sind da vorn. Oh, nee. Naja, aber auch weniger... Jetzt brauchen wir auch weniger Behausungen. Das ist schon mal gut. Nein! Zugriff auf Nahrung schaffen. Das haben wir jetzt. Genau. Wir haben unser Volk mit Wärme und Behausungen versorgt. Jetzt müssen wir uns auf den nahegelegenden Schneesturm vorkonzentrieren. Zuerst müssen wir Eis brechen, um an die kleinen Flecken fruchtbaren Bodens zu gelangen, auf denen wir Nahrung anbauen können. Dann müssen wir die Nahrung in leicht zugänglichen Depots einlagern. Wir müssen uns beeilen, um Hungertote zu vermeiden. Ja, gut, dass wir das schon freigelegt haben. Ich esse auch weniger, ne? Wir müssen alle hier an einem Strang ziehen, Freunde. Wir müssen alle hier an einem Strang ziehen. Äh, wir haben jetzt hier aber immer noch minus 4? Wirklich? Hm, 18 Kranke jetzt auch? Nun gut, ähm. Also, passt mal auf. Wir sind genau auf plus minus 0 bei der Wärme. Okay, jetzt ist die Frage. Diese neuen Lebensmittelsachen, die werden ja wahrscheinlich auch Wärme brauchen, weil irgendwie muss das ja gebaut werden. So, Lebensmittel. Ja, diese drei. Dann kann hier das eine Lager hin. So, dann wollen wir Eis brechen. Dann würde ich hier oben lang gehen. Da können wir nämlich beide anvisieren. Der hat einen wunderschönen guten Morgen. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Äh, ich bin so sorry. Floridus, einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Bullforce, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Mega. Genau. So, Pause raus. Wir können jetzt mal auf zwei stellen. Guten Morgen, Floridus. Und Ted, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Okay, das läuft, das läuft, das läuft. Ich muss mich ja noch mal, wir müssen uns das noch mal ganz kurz anschauen. Also, wir haben aber eigentlich erst mal alles da, ne, was wir dafür brauchen. Ähm, das könnten wir auch wieder abreißen. Und schaut an, wenn wir es abreißen würden, wenn quasi die Ressourcen erschöpft sind, dann kriegen wir sogar Sachen wieder. Wir kriegen ein bisschen Schrottteile wieder und wir kriegen Fertigbauteile in geringen Mengen wieder. Das ist sehr, sehr schön. Aktuell haben wir noch keine Sorge, was die Arbeitskräfte betreffen. Das geht noch, ne. Aber wir müssen dann wahrscheinlich irgendwie gucken, dass wir das ein bisschen anpassen. Gegebenenfalls. Ist das Eisbrechen schon fertig? Ich glaube, die fahren wieder, ne. Onkel Kona, der wunderschön guten Morgen. Hail to New London. Schön, dass du da bist. Freunde, lasst uns gemeinsam mit Chaos-Gating-Kruger im Fühne-Schale. Hier ist es, Freunde. Auf die, äh, ja, Endzeit. Ja, Prost. Und sei Kuri auch dir einen wunderschön guten Morgen. So, Freunde, wir brechen jetzt hier gleich weiter. Ähm, solange wir nämlich noch die Arbeitskräfte haben, müssen wir natürlich auch daran arbeiten. Jetzt bin ich am überlegen. Also, wir können hier einen Lager hinsetzen. Das macht Sinn. Macht es dann Sinn, hier direkt einfach, genau. So, dann brechen wir sicherheitshalber, falls wir zwei Lager brauchen, da noch eins, um den Dreier-Bonus mitzunehmen. Und dann ziehen wir hier runter zu der fruchtbaren Erde. Los geht's. Lea, na, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Geht das jetzt schon los, ja? Vorbereitungen auf den Schneesturm. Wir haben unser Überleben vorerst gesichert. Jetzt müssen wir so viel Nahrung einlagern, wie wir können. Bevor uns der Schneesturm dazu zwingt, uns einzuigeln. Dafür muss unsere Nahrungsmittelproduktion, unseren aktuellen Bedarf übersteigen. Wir müssen bereit sein. Und ich glaube, jetzt aktualisiert sich. Genau. Wir lagern aktuell keine Nahrung ein, weil wir kein Lager haben. Ach, come on, Alter. Willst du mich jetzt verarschen? Hatte ich das da nicht ausgebrochen? So, nee, wir sind noch im Minus. Daran nix. Daran nix. Okay, 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 okay. Vorräte anlegen. Ja, 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 ja. Wir machen halt noch Minus, deswegen geht's noch nicht. Genau, brech das mal aus. Und dann können wir jetzt hier hinten, Freunde. Ein Nahrungsmittelbezirk. Und den legen wir so. Ja. Und hier können wir jetzt leicht daneben. Und bekommen den Dreierbonus. Und das bedeutet, minus 10% Arbeitskräftebedarf. Super wichtig. Rein damit. Geil. Nee, das braucht nur ein. Das braucht nur eins. Perfekt. Perfekt. Schnuddeluber. Wunderschönen guten Morgen. Vielen, vielen Dank. Wir dreißig. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Sehr, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Also das haben wir. Wir müssen eigentlich, solange wir jetzt hier noch Eis brechen können. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir irgendwann uns ein bisschen die Bauarbeiter ausgehen. Jetzt ist die Frage, ziehen wir hier unten durch, um da hinzukommen? Macht ja eigentlich fast gar keinen Sinn. Ich glaube, wir sind, na jawohl, guck mal, jetzt sind wir auch schon hier. Aber macht das überhaupt Sinn oder ist es nicht smarter, von hier, hier hoch zu gehen? Warte mal eins zurück. Wir gehen hier hinten lang. Genau. So ist es vielleicht besser. So ist es vielleicht besser. Max und Moritz, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie viel Öl haben wir denn jetzt noch? 106 Wochen verbleibend. So, Freunde, jetzt haben wir wieder ein Defizit in der Kälte. Und das macht mir jetzt Sorgen. Ich würde gern mal etwas ausprobieren. Ihr habt gesagt, die Doppelschichten sind nicht geil. Ist es smarter, zu versuchen, das zweite Ölfeld zu erschließen? Ich glaube, wir konnten da schon... Ah, nee, wir können es noch nicht bauen. Oder die Doppelschichten probieren. Da bin ich mir halt jetzt nicht so sicher. Na? Ich würde gern das mal testen. Die Wanderer werden bis spät in die Nacht arbeiten und dabei nicht auf ihre Sicherheit achten. Na, perfekt. Okay, wir können das jetzt zumindest erst mal ausgleichen, dass wir nicht frieren. Hat jetzt noch keine Auswirkungen. Okay. Wir beobachten das mal. Wir beobachten das mal. Also, Freunde, das muss ich wirklich sagen. Ich würde hier gern noch ein bisschen näher reinzoomen, weil ich glaube, das ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Geil. Also muss man wirklich sagen, das ist alles so schön gezeichnet. Mega. Okay. Eis brechen. Eis brechen. Wir brauchen noch mehr Wohnraum, Freunde. Also müssen wir jetzt uns noch einmal Wohnraum kümmern. Und ich sag euch ganz ehrlich. Äh, achso, wir sind ja gar nicht fertig mit dem Eis brechen. So, aber jetzt gleich, ne? Jetzt sind wir fertig. Genau. So. Und jetzt können wir nochmal Eis brechen, weil ich würde gern hier irgendwie die Verbindung anlegen. Und ich bin am überlegen, ob wir das hier so in die Senke reinhauen. So. Ne, warte mal. Aber wir wollen ja auch... Machen wir so. Hypatia, einen wunderschönen guten Morgen. Gibt es noch Forschung wie im ersten Teil? Das werden wir rausfinden heute, denke ich. Ähm, Kusikuja. Wir sind jetzt erstmal noch im Prolog und da sehe ich das jetzt erstmal noch nicht. Ja. So, Freunde. Jetzt geht's los. Und ihr seht schon, was unser großes Problem ist, Freunde. Nein! Wie machen wir das denn? Hä? In 57 Wochen kommt der Schneesturm, aber in 178 Wochen ist unsere Nahrungsrate erst fertig, Freunde. Das, äh... Ich muss das nochmal... Ich hab das grad nochmal durchgerechnet. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Hypatia, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du hier bist. Ja, 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 wir müssen Opfer bringen. Das sehe ich auch so. Äh, mal gucken. Oh. Freunde! Das ist richtig gut gemacht. Also, das... Also, Artwork-technisch war... Das kann ja vielleicht mal jemand schreiben, der den ersten Teil gespielt hat. War das vom Artwork her auch so schön gemacht? Also, das muss ich wirklich sagen, das ist sehr, sehr immersiv. Das ist sehr schön gemacht, tatsächlich. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Übersetzungen bisher sind auch erste Sahne. Also, das muss man... Das muss man auch sagen. Bisher alles sehr, sehr geil geschrieben. Ähm... Gefällt mir sehr gut. Äh, Finnel Kell, 42, Gärtner. Okay, das ist also quasi die Person, um die es hier geht. Sein Alter und sein Beruf. Ja, geil. Lässt Sand durch seine Hände rieseln. Ha. Wir waren schon so oft hier. Der Boden ist langsam ausgelaugt. Noch ein paar Mal und das macht keinen Sinn mehr. Hier Treibhäuser zu bauen. Dann wächst hier nichts mehr. Und der Ertrag ist viel zu gering. Entweder wir führen Notfallschichten ein oder wir schneiden den Gürtel enger. Ansonsten reicht es vielleicht nicht für alle. Aha. Geil. Also, muss man wirklich sagen, die erzählen anscheinend wirklich eine kleine Geschichte. Ähm... Also, was sie quasi... Also, ich nehme das jetzt so wahr, dass diese Person, sie betreibt quasi dieses Gewächshaus, was wir jetzt gerade eben da erst, äh, in Stand gesetzt haben. Und er teilt uns jetzt mit. Ja. Ist für ein Arsch. Ja, schön. Äh, schlecht. Schön schlecht. Ja, abarten, ne? Das ist der Kuri. Abwarten. Das ist ja tatsächlich, ähm... Also, ich finde es... Was ist aber richtig gemacht, finde ich, dass man die Geschichte ja weitererzählt. Und, äh, es geht ja damit einher, äh, dass tatsächlich, ähm, mehr Menschen zueinander gefunden haben. Und ich glaube deswegen jetzt auch immer diese Bezirks, äh, die Wahl des, auf die Bezirke, auf die Größe rauszugehen, äh, um einfach zu signalisieren, die Menschheit hat den ersten Impact dieser Kältewelle überlebt, um jetzt tatsächlich daraus resultierend, ähm, ähm, ja, weiter zu überleben, ne? Oder vielleicht noch mehr zu erreichen. Na? Aber wie gesagt, ich kann keinen Vergleich ziehen zum ersten Teil, den habe ich leider nie gespielt. Um die Reserven zu füllen, sind vielleicht Sondermaßnahmen benötigt. Überlege die Option, Gürtelengelschnallen oder Notverschichten in Nahrungsbezirken zu nutzen. Gehirnkrampf, ein wunderschön guten Morgen. Okay, es ist also quasi nur ein Hinweis, was wir jetzt machen können. Und es ändert sich jetzt auch. Okay, Freunde, wir machen die Pause, äh, die Pause rein. Und wir haben hier einen Bezirk. Wenn wir jetzt hier Notfallschichten einführen, erhöht sich dann eigentlich auch die Arbeitskraft? Oder sind die einfach nur die gleichen Arbeiter doppelt belastet? Ja, die gleichen Arbeiter sind einfach nur doppelt belastet. 132. Und hier hauen wir das auch mal rein. Das werden die nicht gut finden. Jetzt sind wir aber trotzdem erst mal 105, Freunde. Das ist doch scheiße. Das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Mr. Magic Flash, ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Mega. Okay, aber da ist ja nichts, was wir nicht hinbekommen. Freunde, da ist ja nichts, was wir nicht hinbekommen. Wir haben jetzt zumindest ein kleines Plus bei der... Ja, wartet mal. Wir schneiden nicht gleich den Gürtel enger. Ich bin ein Lebemensch, Freunde. Ich bin ein Lebemensch. Und ich sage euch ganz ehrlich, ähm... Wie soll ich das als Oberhaupt denn verkaufen, dass mein Tisch immer reich gedeckt ist, während die der anderen nicht so? Wenn die das mitkriegen, gibt's Stunk, ne? Aber ich muss hier tatsächlich sagen, äh, als Lebemensch will ich tatsächlich auch mich wohlfühlen, ja? Und jetzt gucken wir uns das jetzt hier mal an, ne? Dann schneid dein Gürtel... Nein, das will ich ja nicht. Okay, hier gibt's jetzt drei. Das ist gut. Das ist gut. Ja, wir erfüllen das hier mit plus drei. Das ist geil. Sehr, sehr gut. Machen wir. Bauen wir. Und wir können jetzt gleich noch Eis brechen, Freunde. Guckt mal, wir haben... Das hab ich ja gar nicht gesehen. Wir sind ja hier auch schon fast drin. Ja, ja, ja. Sehr, sehr geil, Freunde. Sehr, sehr geil. Ähm... Hatten wir das schon freigelegt? Das könnten wir uns auch gleich mal anschauen. Und hier unten sind wir doch auch schon dran gewesen, Freunde. Da gäbe es auch nochmal Nahrungsproduktion. Aber ich würde jetzt gerne erst einmal hier lang gehen. Das, 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 ja. Und dann noch hier zu der Nahrungsproduktion. Das würde er beim nächsten Eis brechen machen, Freunde. Als großer religiöser Führer musst du beim Gürtel enger schnallen den Leuten nur sagen, dass sie N... Äh, nur glauben müssen, dass der Teller voll ist. Und sie werden keinen Unterschied sehen. Dankeschön für den Hinweis. List genau. Ja, die sind unter der Erde. Die haben's natürlich überlebt. Die haben's natürlich überlebt. Oh, Freunde, wir haben hier ein Event. Wir haben hier ein Event beim Öl. Äh, warum? Eistast, Freunde. Geil. Was ist denn jetzt passiert? In die Finsternis die Toten begraben. Wir trauern um jene, die jüngst ihr Leben verloren. Wie es der Brauch will, bringen wir sie zu den Ölgruben und lassen ihre Leiber sanft in das dickflüssige Schwarz hinab. Der Kraftstoff, der uns zu Lebzeiten wärmt, soll uns auch im Tode ein Zuhause bieten. Der Tod nährt jedoch auch die Zweifel an denen, die uns führen. Ohne Vertrauen gibt es keine Zukunft. Freunde, hat sich hier tatsächlich ein, durch diese 30 Jahre Eiszeit, hat sich hier tatsächlich ein richtiger Kult um Kohle und Öl gemacht, oder ist es dadurch entstanden, abgefahren. Es erinnert mich an irgendwas, Freunde, wo auch in irgendeiner Fantasy-Welt, wo auch die Toten besonders begraben wurden, äh, in irgendeinem Material, was die zum Leben brauchen. Ich weiß aber nicht mehr, welches Fantasy-Setting das war. Es erinnert mich aber auf irgendwas, ich hab irgendwas in meinem Kopf, ist da, es schallert da. Waterworld könnte sein, ne, Waterworld könnte sein. Ja, ja, irgendwie, mhm, Fruber, könnte sein. Ähm, ja, wie viele sind denn jetzt, es ist aber niemand, also schon wieder ein Event. Schon wieder ein Event. Genau, da werden sie in so einen gelben Schlamm reingeboren, genau, 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 genau. Silizia, ein wunderschön guten Morgen, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Herzlich willkommen. Sir, trümpelst auch dir, hallo. Auf jeden Fall ist es so komplett neu, im ersten Teil gab's nur Kohle und die Siedlung war, äh, einer Senke gequetscht. Und der Rest war über Expedition. Also prinzipiell, wie gesagt, ich kann nicht, äh, Rückschlüsse ziehen, was jetzt, äh, für mich besser oder schlechter zum ersten Teil wäre, weil ich hab den ersten Teil nicht gespielt. Das hier wirkt auf mich, wir sind jetzt wirklich grad in der allerersten Mission, das wirkt auf mich teilweise super beklemmend, ähm, und irgendwie sehr gut gemacht bisher. Sehr, sehr gut gemacht, das muss man wirklich sagen, ne, also, ich kann verstehen, warum die Leute damals auch Frostpunk so hart gefeiert haben. Also wenn Frostpunk auch nur ansatzweise der erste Teil so war wie der zweite, ja, ja, äh, der Wind wird jeden Tag stärker. Gnadenlos hämmert er auf unsere Gebäude ein und schwächt sie bö für bö. Ohne Rohstoffe, mit denen wir Schäden ausbessern können, werden unsere Bezirke verschleißen. Je mehr wir bauen, desto mehr Materialien werden wir benötigen, um, so ist die Welt, in der wir leben. Beschafft mehr Materialien, um Elend zu verringern, bevor unser Volk gefährdet wird. Aha, okay, was können wir, aha, und jetzt, Freunde, könnt ihr jetzt hier abstimmen? Das ist jetzt der Deal. Seht hier irgendwo eine Abstimmung, am linken Bildschirmrand müsste irgendwas aufgeploppt sein. Was ist denn, ah, hier, jetzt müsste was losgehen, Freunde, passt auf, ich drück mal drauf. Passiert jetzt hier was? Passiert bei euch was? Nö. Ja, ja, angeschalten ist alles, aber ich würde jetzt ungern, äh, das, also es kann sein, dass die Connection wieder gebrochen ist. Ich würde es jetzt ungern nochmal machen, weil ich glaube, das hängt damit zusammen, dass, äh, der Stream immer abschmiert. Also irgendwas stimmt hier noch nicht ganz, glaube ich, leider. Weil das ist auch meine Wahrnehmung, habt ihr es denn bei irgendeinem anderen Content Creator schon mal gesehen, dass das funktioniert hat? Weil bei allem, wo ich jetzt zugeschaut habe, hat es nicht funktioniert. Nein, das liegt am Spiel, manche gehen, manche nicht. Ah, okay, Randy, Hallöchen. Weil überall, was ich jetzt gesehen habe, hat es noch nicht funktioniert gehabt. Bei Max war das Overlay gestern da, okay. Achtung, Fangfrage, wir schauen keine anderen Content Creator. Hahaha, genau. Freunde, ja, dann muss ich das jetzt hier machen, oder? Wollen wir das mit eins und zwei machen? Das können wir auch machen. Eins, Versprechen, Materialien zu finden. Das wird die Beziehungen zu den Wanderern verbessern. Äh, oder nein. Äh, wir machen es nicht. Äh, und das wird die Beziehungen weiter verschlechtern, was, glaube ich, echt problematisch sein könnte. Ihr wollt das versprechen, ne? Im größten Teil, ihr seid anständige Menschen, Freunde. Ihr seid anständige Menschen. Das ist sehr deutlich. Das ist, äh, nur Tanagolin hat ein schlechtes Herz heute. Ich weiß nicht, was ist los, Tanagolin? Geht es dir nicht gut? Hahaha. Kraut hat heute auch irgendwie, äh, schlecht auf, mit dem falschen Bein aufgestanden. Who knows, mir ist kalt, zwei. Hahaha. Ja, 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 ja. So ist das also. Wir machen es darüber, Freunde. Wir machen es über den Chat. Es ist aber sehr eindeutig. Wir wollen uns darum kümmern. Ja? Und das machen, das ist nicht unentschieden. Hahaha. Nein, nein. Es war sehr eindeutig. Eta Wolf, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. So, lass mal anlaufen hier. Hier haben wir überall die Sonderschichten. Wir haben noch genügend Arbeiter. Ähm, war denn das Eisbrechen schon durch? Ja, das Eisbrechen war durch und dann können wir hier, hatten wir, ja, freigelegt. Genau. Also brauchen wir hier erstmal kein Eisbrechen. Wir wollen jetzt allerdings tatsächlich Materialien holen. Das heißt, wir brauchen einen Förderbezirk. So, so. Ja. Genau. Wir versprechen das, dass wir das holen. Ich hoffe, dass das kein, äh, kein Bait war. Das kann auch sein, Hypatia. Vielleicht geht's aber auch erst nach dem Prolog. Weil es gibt mehrere Möglichkeiten der Abstimmung. Das ist das Schöne am Spiel. Es besteht auch die Möglichkeit, dann später den Rat zu besetzen in der, äh, in der Kampagne dann. Den gibt's aber jetzt im Prolog noch nicht. Vielleicht geht's erst dann. Vielleicht kommt's später. Wir gucken einfach mal, Freunde. Wir haben ja noch Zeit. Es rennt uns ja nichts weg. Oder? Ist es jetzt hier aus? Tier Glackhorn, 62, Näherin. Für das Leben der Anderen. Meine Knieschmerzen und meine Finger sind so steif, dass ich die Nadel nicht mehr halten kann. Ich hatte ein erfülltes Leben. Es erfreut mein Herz, Betty und Jacob abends beim Feuerspielen zu sehen. Aber vielleicht ist es jetzt soweit. Ich habe mit den anderen Ältesten gesprochen. Und wenn es sein muss, werden wir gehen. Ich werde meine Enkelkinder nicht verhungern lassen. Okay. Junge, Junge, Junge. Oh Gott, Freunde. Da krieg ich, oh, da krieg ich richtig ein bisschen Gänsehaut. Das ist ja krass. Also, das muss man wirklich sagen. Es ist hervorragend geschrieben. Also, das kriegt von mir wirklich eine Zehn von Zehn. Das ist so immersiv gemacht. Krass. Also, ich krieg wirklich ein bisschen Gänsehaut. Das ist echt gut gemacht. Also, auch wie das hier alles aussieht. Das ist so hochwertig. Geil. Ein paar Menschen sind bereit, sich zu opfern, um den Nahrungsverbrauch zu verringern. Oh mein Gott. Wie machen wir das? Wie machen wir das, wenn es nicht klappt? Also, weil ich sehe jetzt hier gerade noch schwarz, Freunde. Ich sehe jetzt hier gerade noch schwarz. Wir bauen jetzt mal hier unten noch tatsächlich einen Förderbezirk. Den bauen wir mal so. In Hamburg sagt man Tschüss. So in Hamburg ist ein wunderschön. Guten Morgen. Wir haben schon drei Nahrungsbezirke, glaube ich. Nee, zwei, ne? Wir können doch einen dritten bauen. Das sollten wir vielleicht mal machen, Freunde. Äh, noch einen dritten. Nein. Wir können nichts mehr bauen. Scheiße. Scheiße. Eis brechen. Wir brauchen mehr Fertigbauteile. Oh, gut. Oh, okay, okay, okay. Hier sind welche. Hier sind welche. Eis brechen. Scheiße, uns gehen die Teile aus. Kannst du die Toten in den Gewächsern zur Dünger verarbeiten? Nein. Tatsächlich hatten wir gerade in Event Hanagolin, dass die Toten, die werden in das Öl gelegt und werden dort quasi den Öl übergeben. quasi, es hat sich quasi, es fühlt sich für mich so an, ich weiß nicht, ob das im ersten Teil ähnlich war, aber es fühlt sich für mich so an, als ob sich quasi eine Art Kult tatsächlich um Kohle und Öl so ein bisschen entstanden ist, darum so ein bisschen und dass man halt diese dann tatsächlich dem Öl wieder zuführt, weil das Öl jetzt bei uns jetzt aktuell gerade alles Leben bedeutet. Ja. Ähm, Marv hat eine Frage gestellt, habe ich die übersehen. Auf die Gefahr, in das die Frage auch schon oft kam und deswegen nervig ist, aber Infos wegen Battle of the Bulg rechnen, ähm, heute oder morgen? Heute. Heute wahrscheinlich, heute Abend. Heute Abend. Ich habe heute frei, ich habe heute noch ein bisschen Zeit dann. Ich mache das heute fertig alles. Aber wieder, ich hatte jetzt die letzten Tage ein bisschen hart zu tun, wegen Arbeit. Äh, war das nicht bei Waterworld? Genau, genau, drüber haben wir, genau, 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 genau. Witzelus, darüber hat man auch gerade gesprochen. Genau, weil mir nämlich das auch irgendwo eingefallen ist. Da wurde es in diese, äh, in diesen gelben Sand geschmissen. Karin Karlein, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Das Eisbrechen ist gleich fertig. Ich hoffe, wir können jetzt, das ist ja jetzt mal interessant, Freunde. Das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Also hier ist noch ein Event, das schauen wir uns gleich an. Aber wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Fertigbauteilen? Um Fertigbauteile zu bekommen, müssen wir erst mal 70 Fertigbauteile, Fertigbauteile einsetzen, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn man das mal richtig leer macht, ist halt aus, ne? Krass. Krass, krass, krass. Gulli, wer einen wunderschönen guten Morgen? Dankeschön und gerne doch, Mav. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ähm, ja. Also es geht hier anscheinend um diese Robbenkolonie. Das wissen wir ja, dass hier Robben sind. Aiden Finsham, 47 Ältester. Fassungslos im Angesicht von Robben. Robben! Ich traue meinen Augen kaum. Das letzte Mal, als haben wir sie vor dem großen Frost gesehen. Wie haben sie überlebt? Sie bieten genug Fleisch für uns alle. Wir sind gerettet. Aber, aber sollten wir sie wirklich töten, wenn der Herr auch sie vor dem Ende der Welt gerettet hat? Ja, wir müssen ja nicht alle töten. Wir müssen ja nicht alle töten. Ich frage mich aber auch, wie sie überlegt haben. Bedeutet das etwa, Freunde? Bedeutet das etwa? Robben sind, fressen Fische. Glaube ich. Sie fressen Fische. Das bedeutet also, dass es in der Tiefsee noch Leben geben muss, Freunde. Das ist schon mal wichtig, ja? Die Robben zum Clubbing einladen. Definitiv. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Wir müssen Eis brechen dafür aber, ne? Dafür müssen wir Eis brechen. Also wir müssen das, glaube ich, schon machen, ne? Also da kommen wir nicht, äh, nicht drumherum. Wir brechen mal das Eis. Das Leben findet ein... Mike, das ist ein sehr schöner Spruch. Ein sehr schöner Satz. Dankeschön. Ja, das stimmt. Das Leben findet einen Weg. Genügend Materialien. Gute Arbeit. Danke. Wir haben fast genügend Materialien, um unsere Bezirke instand zu halten. Zeit, uns auf die Einlagerung von Nahrung für den Schneesturm zu konzentrieren. Geil. Machen wir ja eh schon die ganze Zeit. Reicht aber noch nicht. Es reicht noch... Ah, nein! Ach da, ach nee, es ist nicht das Öl. Jetzt habe ich ganz kurz geschwitzt. Ich dachte, das wäre das Öl. Das sind aber die Materialien. Okay. Das heißt, wir reißen das jetzt ab und holen uns die Arbeiter wieder. Machen wir. Ah ja. Und das muss jetzt erst mal zurück... Genau. Jetzt läuft das wieder rückwärts. Okay. Sherlock Holmes hat kombiniert. So ist es. Schnuddelhuber. Welchen Schwierigkeiten hast du? Wir haben, glaube ich, den zweiten. Offizier. Haben wir genommen. Okay. Freunde, jetzt... Ihr merkt es gerade. Die Events überschlagen sich jetzt hier gerade. Ein geheimnisvolles Symbol. Das Erbe des Käpt'ns. Ein Mitglied unseres Eisbrecherteams hat die gefrorenen Überreste eines Mannes in zerflederter Uniform gefunden. Auf seinem Schulterabzeichen steht Neulondons Petrupp, dritter Zug. Und der trägt ein seltsames Abzeichen. Ein paar unserer Ältesten behaupten, es gehöre zu einer Militärorganisation. Andere meinen, es wäre etwas Religiöses. Hm. Vielleicht hast du bereits von diesem Neulondon gehört. Und kannst die Diskussion beenden. Ja, genau. Wir haben eins über... Achso, eins über... Naja. Wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Er hat ja wahrscheinlich Frostbank 1 gespielt. Und das ist okay. Das ist okay. Das kann man ja, denke ich, von Dings zu Dings hochstellen. Also wir können das gerne noch im nächsten eins hochstellen. Aber ich gehe erstmal davon aus... Ich möchte es hier nochmal probieren. Ich möchte es hier nochmal probieren, ob eventuell ihr jetzt die Möglichkeit habt, etwas zu wählen. Aber ich vermute nicht. Weil es ging ja beim anderen jetzt auch schon nicht. Nee, ne? Ist leider nichts rein. Ist ein bisschen schade, aber vielleicht kommt das in den nächsten Tagen noch, Freunde. Das ist nicht so schlimm. Ne? Aha. Vielleicht hast du bereits von diesem Neulondon gehört und kannst die Diskussion beenden. Jaja, ich denke auch, ne? Ich denke auch. Neulondon ist eine Stadt der Disziplin. Sie hat eine starke Führung und militärische Truppen bewahren den Frieden. Er schafft eine Kontinuität, in der Neulondon sich um Überleben der Ordnung hingegeben hat. Es ist ein Symbol des Glaubens. Neulondon ist die Stadt der Hingabe. Sie hat eine neue Religion gegründet und folgt der Führung eines eifrigen Klerus. Hier frage ich mich jetzt tatsächlich, Freunde, hat das jetzt schon Auswirkungen vielleicht auf unser weiteres Spiel? Was, also, was wir da erleben werden in der nächsten Mission? Okay. Ja, nix sagen. Nicht spoilern, bitte. Nicht spoilern. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ähm, die Geschichte Neulondons ist geheimnisumwoben. Er schafft, aha, er schafft eine Kontinuität, in der, ja, es scheint so, ne? In der London sich zum Überleben der Ordnung des Glaubens zugewandt hat. Hm. Wie, ich würde Ordnung nehmen? Tatsächlich. Ah, löschen, löschen. Hahaha. Da, Gönner. Hahaha. Wir nehmen das mal. Ich will einfach nur mal testen. Einfach testen, was dann kommt. Alles gut, mein Lieber, alles gut. Hahaha. Löschen. Schnell. Jaja, Truppen sind immer gut, genauso Vorsitzender. So ist es. So, wir brechen hier das Eis. Wir haben jetzt aber, ihr seht es jetzt gerade. Ähm, ja. Genau, das Falsche gemacht. Wir haben jetzt nur noch, jetzt haben wir wieder 500, aber das heißt quasi auch, wir brauchen, wir das Eisbrechen ja immer die 300 Leute. Und das ist natürlich gar nicht so ohne, oder 200? Doch, 300, glaube ich. Und wir können jetzt hier noch die Robben uns holen. Nahrungsmittelbezirk? Scheißdreck. Ah ja. Ah ja. Ich stehe jetzt mal auf zwei, Freunde. Denn wir haben, das bleibt, das dauert noch ganz kurz. Also es wird mit den Arbeitskräften jetzt ein bisschen eng. Aber, Freunde, passt mal auf. Wir können hier schon sparen. Wir können hier schon sparen. Gut, dass wir das gerade sehen. Wir haben an der Stelle plus 50 Materialüberschuss. Und das sagt mir tatsächlich, wir können hier geschmeidig ein bisschen was einsparen. Ja? Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Rap da noch mal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Das, warten wir erst mal, ob wir das noch machen müssen. Das ist jetzt fertig. Ach, du Scheiße. Plötzlich, zur Creator-Funktion. Gestern Abend ging's noch. Äh, jedoch, da Zahl der Zuschauer dann auf knapp 200.000 war, sind dann die Server abgeschmiert. Okay. Okay. Es ist, wie es ist, ne? Es ist, wie es ist. Freunde, jetzt haben wir Kältebedarf. Der Dreadnought. Okay. Mhm, 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 mhm. Jetzt haben wir von minus 84. Minus 84. Das ist natürlich doof. Weil jetzt wird ja Kälte, wird jetzt stark steigen. Also, ergo, können wir noch mal, aha, passt mal auf. Ich hab, I have a plan. I have a plan. Wir können rein theoretisch, können wir, wie viel Kälte, äh, wie viel Wärme? Ach, scheißdreck. Das spart nur Arbeitskraft. Okay, stimmt. Und, gut, dann wollen wir jetzt erst einmal den Nahrungsmittelbezirk bauen. Ja, bauen dann dort das zweite Lager. So, sehr schön. Wir holen uns... Coleman Kettle, Wanderer. Der Wind wird kälter. Es ist soweit. Hm. Äh, wie hier lassen wir schon Doppelschichten laufen? Oh. Also, mal gucken, was... Wie viel Nahrung kann das denn hier bringen? 400.000. Okay. Das ist ja ne, äh, das ist ja ne gigantische Kolonie. Das ist ja ne gigantische Kolonie. 400.000. Die fruchtbare Erde hat irgendwie 18.000. Nur mal so, äh, als, äh, Hinweis. Also, hier werden wir gleich im, im Dreischichtsystem Robben klatschen, Freunde. Wer meldet sich freiwillig? Wer meldet sich freiwillig? Äh, so. Äh, Doppelschichten. So, es geht's. Ja! Das ist es gewesen, Freunde. Das ist es gewesen. Guckt euch das an. Hier. Fünf Wochen, äh, bevor die Welt untergeht. Nice. Nice. Ja, aber jetzt brauchen wir noch mehr Heizung. Ah, ja, auch hier Nullfallschichten. Okay, kriegen wir alles hin, Freunde. Wir haben ja noch 300 Arbeiter. Ja. Kriegen wir alles hin. So. Wir holen uns jetzt noch das Öl. Ah, die Kälte macht uns zu schaffen, ne? Minus 99 ist heftig. Es ging's ein. Wunderschön guten Morgen. Schön, dass du da bist, mal lieber. Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ja. Ja. Sechs Leute sind wieder gesund. Naja, aber es ist trotzdem wenig. Es ist trotzdem wenig. Ach, wir können... Freunde, wir könnten hier auch die Arbeitskräfte runterdrehen. Wie ist denn das zu interpretieren? Oh, geil. Es ging's. Am 17. Oktober. Mega. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Da haben wir dann auf jeden Fall einen festen Termin, wo wir dann mal schön Kampagne spielen. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Danke. Das verstehe ich noch nicht... Ah. Es produziert dann weniger... Wohnraum. Okay. Ja, das wusste ich schon. Das wusste ich schon. Das hatten sie ja schon mal angeteasert. Okay, wir drehen das mal noch ein bisschen runter. Perfekt. Weil wir sind nämlich immer noch im goldenen... Ein-Event-Freunde... Äh... Oh Gott. Freunde, ich weiß jetzt schon wieder, was passiert ist. Das sind die Nullverschichten. Das ist, glaube ich, nicht so gut, dass wir das... Aber ich sehe aktuell anders gar keine Lösung. Mhm. Vertrauen eingebüßt. Das Vertrauen in die Führung sinkt. Die Wanderer vertrauen dir nicht mehr. Ihre Gemeinschaft zeigt bereits erste Risse und droht auseinanderzubrechen. Mhm. Grand Lein, wunderschön. Guten Morgen. Wenn du dich nicht darum kümmerst, wirst du ins Exil geschickt? Auch wenn der Schneesturm droht? Was? Wie seid ihr denn drauf? Die Regeln der Wanderer sind ebenso erbarungslos wie das Frostland selbst. Die sind ja fies. Ja, das ist doch mal Motivation. Genau. Pesim, ja. Krass, krass, krass. Knopfauge, ein wunderschönen guten Morgen. Freunde, lasst uns gemeinsam mit Knopfauge des Todes den Kruger heben. Für eine Schale ist es. Vielleicht ist es die letzte warme Tasse, die wir hier noch bekommen. Prost. Ich verstehe. Aber, Freunde. Ich lasse mich doch davon nicht ins Boxhorn jagen. Passt mal auf. Wisst ihr, was wir da machen? Alles gut. Sehen wir denn hier irgendwo... Ach, hier. Ach, du Scheiße. Das hat ja nicht so viel gebracht. Ah, okay. Hier unten der Balken sagt uns... Okay. Das ist ja krass. Ich bin gespannt, ob wir noch rausfliegen vorher. Da bin ich jetzt ja echt mal gespannt. No risk, no fun, würde ich sagen. Wenn wir verantwortungsvoll jagen, haben wir lange was von den Robben. Naja, dafür ist aber keine Zeit. Dafür ist aber keine Zeit. Ja, das Problem ist, wenn wir damit jetzt aufhören. Ja. Die Wanderer haben ihre Streitigkeiten beigelegt und haben Vertrauen in ihre Führung. Das wird helfen. Ja, kostet uns aber wieder 30. Die frieren halt jetzt, ne? Aber die Nahrung müssen wir beibehalten. Die Nahrung müssen wir beibehalten. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Vertrauen dazu bekommen. Aber, ähm... Gut ist anders. Gut ist anders, Freunde. Ja. Das hier ist auch eine richtig enge Kiste hier, ne? Also... Okay. Das nächste Event, Freunde. Der Schneesturm ist nah. Ein Opfer. Die Stimmung im Lager wird immer angespannter. Die Leute haben Sorge, dass wir nicht gleichzeitig ausreichend Nahrung zusammen bekommen. Unsere Jäger schlagen vor, auch die übrigen Robben zu töten. Einschließlich Weibchen und Heuler. Dadurch können wir deutlich mehr Nahrung beschaffen. Aber wir würden auch die wahrscheinlich letzte Robbenkolonie der Erde ausrotten. Allerdings haben viele Älteste angeboten, ins Frostland zu gehen, damit sie keine Ressourcen mehr verbrauchen. Ihr Opfer würde sie für den Schneesturm benötigten Rationen deutlich verringern. Was sollen wir tun? Wehe dir! Wir haben... Freunde, wir müssen nicht... Freunde, wir müssen nicht... Wir müssen nicht irgendwie... Nein, 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 wartet mal. Wartet mal. Es ist alles im Lot. Kann er. Ein wunderschönen guten Morgen. Es ist alles im Lot, Freunde. Wir haben rechtzeitig die Nahrung... Was ist denn hier gerade passiert, Freunde? Äh... Hä? Ja, ja, Freunde, wisst ihr... Hier ist gerade was ganz komisches passiert. Ähm... Passiert das manchmal, dass sich auf dem Desktop bei meinem anderen Monitor einfach das Bild ändert? Und dass die Taskleister von Windows jetzt pulsierende Farben hat? So leicht gelblich? Ich hab ein Windows... Es gab ein Windows-Update heute Nacht. Ist ein neues Feature. Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Nur bei Drogenkonsum. Ja, ja. Äh... Ja, ja. Es gab ein Update heute Nacht. Das konnte ich nicht umgehen. Das hat er automatisch gemacht. Also, Freunde, willkommen. Sorry, dass ich ganz kurz irritiert war. Das hat mich jetzt ganz kurz aus der Bahn geworfen. Freunde, wir müssen nicht unbarmherzig sein. Wir können dafür sorgen, dass die Robben überleben und gleichzeitig die Ältesten auch bleiben können, Freunde. Wir können... Wir müssen nicht bösartig sein. Finde ich. Weil wir haben alles. Wir haben alles. Ihr seid... Ihr seid unbarmherzig. Wir werden nichts Extremes tun. Scheiß auf die Ält... Ja, genau. So seid ihr. So seid ihr. Und so behandelt ihr mich manchmal auch. Scheiß auf die Ältesten. Genau. Ich bin ja der Älteste. Ich bin da hier der Älteste. Zwei, wo man am Morgen denken muss. Genau, genau, genau. Ihr seid so unbarmherzig, ja. Ja, aber Freunde. Was habt ihr... Wisst ihr, was ihr vergessen habt? Wenn ihr so unbarmherzig... Das muss ich jetzt mal kundtun. Wisst ihr, was ihr... Alle, die jetzt hier zwei gesagt haben, ja. Äh, dass wir die Ältesten in die Wüste schicken. In diese Schneewüste. Was haben denn die Ältesten gemacht? Ne? Jetzt kommt der eine wieder. Aber wo waren die Ältesten, als Rohan fiel? Äh, naja, woanders. Aber tatsächlich. War es so tatsächlich. Wer hat denn hier vor 30 Jahren für das Überleben überkämpft? Das waren doch die Ältesten. Damals waren sie noch voll im Saft, ne. Vergesst das bitte nicht, ja. Wenn ihr wieder die Ältesten in die Wüste schicken wollt, ja. Na, dann müssen wir sie vielleicht doch noch schicken, Rosako. Dann schickt man sie vielleicht doch noch. Dann schickt man sie vielleicht doch noch. Okay, okay. Okay, jetzt habe ich gerade was gelesen. Es tut. Da könntest du recht haben. Da könntest du recht haben. Und wer ist schuld, dass der Planet kaputt ist? Ja, gut. Ähm, das sollten wir vielleicht zukünftig in unsere Überlegungen mit reinnehmen. Das ist natürlich gar nicht so verkehrt, ja. Wir probieren es erst mal so. Wir gehen lassen können wir sie immer noch. Gehen lassen können wir sie immer noch. Aber aktuell läuft ja alles, ne. Wir haben jetzt hier minus 10. Wir können das auch nicht mehr hochdrehen, ne. Ne. Außer Doppelschichten. Aber dann geht es wieder nach unten. Okay, wir haben jetzt hier minus 9. Aber wir können jetzt zum Beispiel kein Eis mehr brechen. Wir müssten jetzt wieder irgendwo was reduzieren. Aber aktuell halten wir alles, ne. Oh, hier hinten ist was passiert. Mehr Speicher. Nahrungsvorbereitung für den Schneesturm. Unsere Vorräte sind nahezu aufgefüllt. Aber für den Schneesturm bedienen wir noch mehr. Der Nahrungsanhänger werden mit Sicherheit... Okay, okay. Wir sollen die Kapazität... Hatte ich die noch nicht erhöht? Nee. Scheiße. Wird das Ding jetzt noch rechtzeitig fertig? Ach, Kackdreck. Na, nicht, dass ich das jetzt zu lange... Och, nee, Freunde. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe das Ding nicht schnell genug gebaut. Jetzt wird hier wahrscheinlich gleich die Nahrung volllaufen. Und wir verschenken übel viel Nahrung. Kann das sein? Oh. Gut. Gut. Nee, Tadagoli, die haben wir nicht gehen lassen. Das war ja immer noch die gleiche Entscheidung quasi, die immer wieder noch zur Diskussion stand. Äh, nee. Die baue ich jetzt aber nur da, wo ich den Boni mitbekomme. Äh, um 10% Arbeitskraft zu sparen. Ach, du Scheiße, Alter. Das Ding ist alle... Das Ding baue ich jetzt mal zurück. Das Ding baue ich jetzt mal zurück. Die Frage ist... Wir könnten jetzt noch mal Eis brechen. Ach, guck mal, das haben wir noch gar nicht benutzt, die fruchtbare Erde. Schaut an. Und die auch noch nicht am Ende, ne? Das haben wir jetzt alles? Ja, eigentlich sollten wir jetzt noch mal gucken, dass wir hier hinkommen, ne? Ressourcen sind endlich, konnte ja keine Ahnung. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Hier war anscheinend nicht so viel drin. Genau, die war kloppen lieber die Robben, als das Gemüse zu essen. So ist es. Okay, jetzt haben wir hier wieder plus 10. Also wir haben 60 Leute verloren. Oh shit, was... Nein, das... Damit hab ich nicht gerechnet. Damit hab ich jetzt nicht... Stimmt, dass die Dinger sind ja irgendwann... auch mal alle, ne? Ähm... Shit. Damit hab ich nicht gerechnet. Stimmt, stimmt, stimmt. Dass das nicht reicht, ne? Die anderen... Oh, hier, das Ding ist auch gleich alle. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Wer ist schnell fertig? Wer ist schnell fertig? Können die sich hier nahtlos die Klinke in die Hand geben? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt haben wir dort natürlich das Ding stehen. Das Lager. Äh... Hier hin. Und hier können jetzt die Leute... Genau, die sind schon raus. Okay. Das können wir erst mal stehen lassen, damit wir hier noch die 10% mitkassieren. Ne, 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 wir schaffen es noch. Noch schaffen wir es. Ihr seht's ja hier oben links. Neun Wochen bis zum Schneesturm und in vier Wochen, äh, sind die Lager voll. Die Beziehungen gehen jetzt wieder nach oben, weil wir weniger Doppelschichten fahren. Das ist ganz angenehm. Weil das braucht man jetzt nicht mehr. Ja. Lager sind gleich voll, Freunde. Wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin. Alles gut. Die Stimmung ist prächtig, Freunde. Die Stimmung ist prächtig. Ja, die Kinder, die müssen auf jeden Fall auch hier an die Arbeitsfront, ne? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben genügend Nahrungsvorräte angelegt, um den nahenden Schneesturm zu überstehen. Unsere Arbeitskräfte führen noch letzte Vorbereitungsmaßnahmen durch, bevor es uns, äh, bevor es der Sturm erreicht. Okay. Wir sollten versuchen, dabei unsere Leute warm zu halten. Machen wir. Das heißt... Das können wir wieder rausnehmen. Notfallschichten aufgehoben. Und... haben damit wieder mehr Vertrauen. Ja, who knows. Das sieht wunderschön aus. Wunderschön. Genau, genau, genau. Wir haben hier plus 10. Das passt also. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, den Gürtel enger schneiden wollen wir nicht. Wir könnten Schrott eintreiben. Brauchen wir auch nicht. Ist alles da. Jetzt geht's am Ende eigentlich nur darum, werden die Gebäude durchhalten. Zwei Wochen ist es soweit, Freunde. Was wird passieren? Wir haben alles im... Okay. Die Vorbereitungen sind beendet. Der Schneesturm ist hier. Alarm! Okay. Ich dachte, es kommt jetzt eine Cutscene. Huch, geschafft Freunde, der Prolog. Zusammen mit Warnungen über eine sündige Stadt, die die Luft noch immer im Rauch verpestet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das sieht ja schon mal crazy aus. Und das ist hier der Überrest von... Gibt es hier vielleicht irgendein Gebäude, was wir vielleicht wiedererkennen? Was sie so eingebaut haben, wenn das Neu London sein soll? Ist das in London? Weiß das jemand, Freunde? Weiß das jemand von der Lore her, von der Geschichte her? Ist Neu London quasi die Überreste von London? Oder ist es einfach irgendwo? Das ist eine neue Kolonie. Okay. Aha. Was sehen wir jetzt allerdings, was neu ist? Wir haben also auf einmal 8.000 Bevölkerung, 4.800 Arbeiter. Null Kranke, 500... Ach, das ist jetzt kein Schrott mehr. Guck mal. Das sind jetzt Wärmemarken. Aha. Fertigbauteile. Kerne. Eine neue Ressource, die wir hier haben. Ja, ja. Deswegen Neu London als Hauptstadt. Alles klar. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Wir haben ein Defizit von 70 Wärme. 70 Behausung Defizit. Wir haben 35.000 Nahrung. Ist das sogar am Äquator? Okay, das wäre natürlich krass. Das wäre natürlich krass, weil ich hatte jetzt gedacht, ähm... Ist das die Arktis? Nein, das ist, äh... Wo genau, weiß ich nicht, wo es ist. Aber, äh, du musst dir vorstellen, die Welt ist quasi in eine riesige Eiszeit gerutscht. Ne, Arktis stimmt... Naja, stimmt schon. Das ist quasi wie die Arktis. Aber wo das jetzt geografisch genau gelegen ist, wissen wir nicht, oder? Oder weiß man das? Weil, äh, es ist... Geschichtlich ist es so, dass halt die Welt um 1900 rum, äh, tatsächlich in eine riesige Eiszeit gerutscht ist. Doch, wissen wir. Okay, Arktis ist richtig. Okay, krass. Arktis ist richtig. Ist es denn woanders noch schlimmer? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß das jemand, Freunde? Ist es denn woanders noch schlimmer, worum man jetzt in der Arktis ist? Warum ist man in der Arktis? Es wurden Generatoren in die Arktis gebaut, als das Wetter schlimmer wurde. Warum? Also, äh, wegen der Kohle und so weiter. Okay. Bedeutet aber auch, dass das überall so ist auf der Welt. Oder man vermutet zumindest, dass es weit es geht, überall so ist auf der Welt. Alles klar. Auf jeden Fall im ressourcenreichen Norden. Okay, okay. Das macht natürlich Sinn. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, ja, ja. Macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Wir haben jetzt hier neue Ressourcenwaren. Ja, die ganze Welt ist eingefroren. Okay, 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 okay. Mhm. So, Freunde. Also, das ist die Karte, wie wir sie jetzt sehen. Wir sehen tatsächlich hier unser Kern. Der Generator ist deaktiviert. Okay. Alles klar. So, dann müssen wir hier brechen. Was ist... Ui, 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 ui. Okay. Hier ist ein bisschen was, Freunde. Hier ist ein bisschen was. Ist das hier Kohle? Ja, das ist Kohleader. Verlassene Ruinen. Fertigbauteile Kohle, Kohle, Kohle. 60.000 jeweils Fertigbauteile. Das sind Materialien jeweils... Ist das unterschiedlich oder ist das jetzt immer 72k? hier ist die Nahrung hier ist sehr viel Nahrung mit jeweils 84k hier haben wir, was haben wir hier? ist eine Art Kompass-Symbol das sehen wir noch nicht, wird uns nicht angezeigt hier ist das vielleicht der Ausgabe, aber doch jetzt na? da war ein unendliches Nahrungsfett dabei wir bauen jetzt erstmal zur Kohle die Frage ist, Freunde, kann ich beide mit einmal erschließen? das ist ja auch jetzt eine Frage, die ich die man sich dann an der Stelle mal stellen kann kann man die beide auf einmal erschließen oder sind das zwei einzelne? normalerweise, ja, ja, müssen wir uns schauen wir uns dann gleich an ja, ja, aber machen wir, machen wir wir buddeln jetzt ein bisschen Freunde, weiß das? Ja, wir finden es gleich raus wir schauen uns das gleich mal an, ob man beide vielleicht gleichzeitig erschließen könnte, das wäre natürlich geil weil das würde ja bedeuten, dass wir Arbeitskräfte sparen? also das wäre jetzt so ein bisschen meine Hoffnung okay, das ist jetzt fertig Bezirke hier haben wir, ach, hier haben wir jetzt Forschungsinstitut, Freunde und einen Ratssaal aha, Freunde, aha, aha es gibt also auch neue Sachen Eisbrechen, mhm hier gibt es jetzt neue neue Lagermöglichkeiten und haben wir jetzt hier auch was Neues aha es gibt hier einiges Neues Wohnbezirk Nahrungsmittelbezirk, den kennen wir schon Förderbezirk genau Industriebezirk der Fertigbauteile zu Kosten Materialien und Logistik ja, wieso ist alles in einem Krater? wir sind jetzt in Neu-London tatsächlich wir sind in Neu-London angekommen Förderbezirk ach, Freunde, ich weiß nicht, ob man hier aha ach, ne es ist die ganze Zeit zwei von sechs bitte? ja, ja, man springt von Karte zu Karte genau, genau, Freunde, ich bin mir jetzt hier ich bin mir jetzt hier unsicher ob das Sinn macht in diesem Förderbezirk wir können sechs Bezirke nehmen und man könnte jetzt hier beide Sachen reinmachen ich weiß halt nicht ob sie dann, äh, ob ja komm, wir probieren es einfach wir probieren es einfach wir gehen hier ran wir testen das jetzt mal ich will jetzt nämlich wissen, Freunde ob diese beiden Kohle abkommen ob die jetzt entweder A äh, also ob das jetzt quasi einmal Arbeiter spart also einmal 100 Arbeiter oder 150 oder ob jetzt einfach diese beiden Vorkommen als 120 statt 60.000 gewählt werden da bin ich mir halt jetzt nicht sicher so, wir können gleichzeitig weiter Eis brechen, Freunde wir brauchen ganz dringend Kohlehammer gleich erst mal wir wollten jetzt als nächstes aber auch hier ein Logistikzentrum okay mhm hier haben wir Materialien wir wollen allerdings hier jetzt hier hinten ist halt nix mehr, ne so, wir machen mal so ne stopp, stopp, stopp wir brauchen als allererstes jetzt mal Wohnraum und den würde ich gerne hier hin klatschen ne das ist ja dann am Ende wie gehen wir hier ran ich bin mir noch nicht ganz hier komm ich nicht ran doch, wir bauen es mal so wir bauen es mal so und schauen uns an ob das was bringt du hast den Wohnbezirk jetzt zu dicht an die Stadt gebaut jetzt kannst du oh scheiße das wäre natürlich doof wir gucken uns das gleich an wir gucken uns das gleich an alles gut das wäre natürlich doof das wäre natürlich doof ähm was passiert jetzt Freunde okay äh bitte was ist das was ist das was ist denn das krass erinnert Freunde das erinnert mich ja ein bisschen an diese an diese Wesen aus äh Oblivion äh diese diese Sumpfschreit da könnt ihr euch erinnern auf den man reisen konnte daran erinnern die mich ein bisschen äh ey aber geil dass es eine Lupenfunktion gibt Freunde ich nehme alles zurück dass man hier nicht nah genug reinzoomen kann geil aber kann man nur hier machen tatsächlich schade interessant also auch die Geräuschkulisse atemberaubend geil und was ist jetzt hier der Generator ist deaktiviert ihr schaltet den Generator ein der will ich ja ah hier kann ich draufklicken gut so läuft können wir das hier irgendwie nutzen das ist jetzt die Frage Wohnbezirk ah könnten wir das hier vielleicht erschließen wartet mal nee nee ah nee ich hatte gedacht man kann vielleicht jetzt hier ran bauen an diese Autobahn jetzt hier nee erst mal okay glaube ich erst mal okay äh wir gucken uns das jetzt mal an der Wohnbezirk der kann ja jetzt eigentlich rein theoretisch was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert was mich jetzt gerade noch ein bisschen irritiert ist hier bekommen wir die Wärme aber es erhöht Freunde jetzt passt mal auf aha es gibt jetzt noch passt mal auf also erstens gibt es jetzt hier noch viel mehr zu beachten und zwar windgeschützt ist super wichtig wir können einen direkt hier reinpressen ja ja aber es erhöht jetzt auch das Elend Freunde es erhöht jetzt auch das Elend denn es ist in der Nähe eines Industriekomplexes ja es ist vielleicht ein kleiner Fehler gewesen na können wir das hier ganz reinbauen das das wäre ach nee hier rein nicht nee nee hier geht es nicht es ist schon hier das ist das nächste was geht so windgeschützt Elend aber Wärme nochmal plus 20 wir bauen das jetzt hier weil es gibt uns super krassen Boni auf auf Wärme wir müssen eh noch einen zweiten bauen Freunde wir müssen eh noch einen zweiten bauen ja ja der Durian der ist crazy der ist crazy also ähm diese Linien warum leuchten die so Freunde warum leuchten die so ist das soll das so quasi den Warenfluss symbolisieren oder hat es also Energie oder sowas ne es erinnert mich auch an irgendwas anderes an irgendeinem Film oder sowas wo ich das her schon mal gesehen haben Straßen im Zeitraffer so ja mit langer Belichtungszeit ne genau genau daran erinnert es mich vielleicht so ein bisschen okay ähm das wird gebaut wir wollen weiter Eis ausbrechen ne ähm wir wollen noch einen zweiten bauen wir kommen aber nicht hier hinter also das ist nicht bebaubar so jetzt könnte man natürlich hier noch sagen wir setzen hier noch einen schönen Wohnblock ran äh so so machen so ja Eis brechen ne da fackeln wir hier nicht lange und wir haben schon das erste Event das erste Kind Freunde also auch das geht noch die Menschen sammeln sich um den Generatortum als er mit donnerndem Beben erwacht und uns wieder Wärme schenkt das ist das Herz der Stadt unsere letzte Verteidigung gegen die Kälte unsere größte Hoffnung auf eine Zukunft welcher Art auch immer Oberhaupt ein Paar sagt dass ihr erstes Kind eine Tochter in genau dem Moment geboren wurde als der Generator wieder zum Leben erwachte sie haben sie Lilly May genannt sie bitten dich sie zu segnen du hast uns wieder Hoffnung gegeben dank dir und hat unser Kind vielleicht noch eine Zukunft bitteschön nun gut Lilly May machen wir ich hätte es Hope genannt oh Schnuddelhuber wo hast du den Namen Hope sagt mir auch was The Mentalist war das eine der eine Serie da gab es eine Folge wo Hope glaube ich umgebracht wurde da ging es um so Studenten Firefly gab es auch eine Hope siehste 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 das sieht ja mega aus was passiert denn hier das ist ja wir sind die ganze Zeit von irgendwie so ein bisschen im Schneestreiben in einen pulsierenden Stadtkern geraten der irgendwie komplett aus dem Ruder gerät hier ist alles also vor allem wie viel Wärme hier verschenkt wird wo ist hier der Energiebeauftragte von dem Verein hier das ist doch Wahnsinn das ist doch ein Wahnsinn guckt mal hier an hier glüht es die Wärme kann man doch besser nutzen also jetzt mal ganz ehrlich bei 10er weiß ich nicht so hier bauen wir auch Windgeschütz rein Devius schön dass du da bist mein lieber diese Dekadenz ja ja ich sag euch die Decke ist schlecht isoliert auf jeden oh bei 10er das weiß ich zum Beispiel nicht mehr Raptor ob es da auch was gab auch eine Hope gab das weiß ich leider nicht mehr Freunde lasst uns gemeinsam mit Livius den Kruger heben auf eine Schale hieß es Freunde auf darauf dass New London nicht bald es noch ein New New London geben muss ne Prost ah ne Torhüterin bei den USA ok aber da im Nachnamen interessant also die Siedlungen sehen auch gleich ganz anders aus Freunde boah komm mach mal hier macht mal hier die Gerüste weg achso ne das ist so fertig tatsächlich ok krass also crazy Freunde also das muss ich jetzt würde ich mal sagen also Energieeffizienz minus 10 also ist ja schön dass man sich hier ein bisschen Platz lässt aber wäre das nicht intensiv oder smarter also vielleicht wissen die das einfach auch noch nicht vielleicht wissen die das einfach auch noch nicht ich glaube wenn man das alles zusammenhängt bauen würde in einem großen Komplex dann könnte man halt von den kombinierten Wärmeausgaben profitieren ja also das muss ich jetzt mal sagen an der Stelle finde ich jetzt ein bisschen schade dass man da so sträflich mit der Wärme umgeht aber anscheinend naja man gönnt sich ja sonst nichts man gönnt sich ja sonst nichts kein Problem wir müssen jetzt hier unten mal gucken Freunde also wir haben hier die Frostländer Gemeinschaft Beziehungen Neutral Größe 43% was haben wir denn hier extrem erhöht durch schwerwiegende Kälte stark erhöht durch merkliche Krankheit stark erhöht durch Angst vor Kohlemangel Molokan ein wunderschönen guten Morgen schön dass du da bist mein lieber herzlich willkommen schön dass du hier bist wer mag schon seine Nachbarn ja ja London New London New New London Finally London The Really Finally London wir haben noch einige Versuche Schnuddelhuber Dankeschön das macht mir Mut das macht mir Mut die Ordnungsware Fraktion haben wir hier noch Eifer 0 Beziehungen Neutral Größe 12% und die Neu Londoner Gemeinschaft die hat ebenfalls 45% so Freunde The Settlement formerly known as New London ja dankeschön also wir brauchen jetzt ja eigentlich ein Förderbezirk ne achso scheiße ich hab ja noch gar nicht gebrochen ich hab ja noch gar nicht gebrochen und ich überlege gerade auch ob wir das überhaupt machen doch doch wir holen uns mal die nächste Kohle gleich mit rein Nahrung haben wir jetzt schon 10.000 verbraucht okay der letzte Rest gute Arbeit überhaupt wir haben uns ein neues Kohle vorkommen gesichert es ist Teil der letzten Ader in New London ein paar vorkommen sind noch da aber die reichen nicht mehr lang wir müssen unseren aber effizienter gestellten da die aber die Gemeinschaft der Stadt sind sich unerlich darüber wie wir das erreichen könnten wir müssen entscheiden welche Idee wir in die Tat umsetzen baue ein Forschungsinstitut baue ein Forschungsinstitut kann man das hier irgendwo hinsetzen ja sieht so aus ne ne ok ok man kann mehrere bauen aber die Frage ist mir jetzt noch nicht erklärt worden wohin wohin weil das ist hier immer dunkel wir warten mal ganz kurz bis das Eisbrechen durch ist vielleicht muss da jetzt Platz das sollte jetzt hier also eigentlich gehen ne ist alles ausgegraut wo kann ich das hinsetzen ne so nie ok brauche ich hier ah wartet mal brauche ich vielleicht das Rad ist am Ende der komischen Leitung ist halt alles grau ne geht nicht bin mir jetzt noch nicht sicher wo das hin kann weil es müsste ja irgendwie schnudel über was denn das her geil gut sehr sehr gut äh ja Forschungslabor äh Gebäude 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 Schauen wir uns mal an aha es muss in bestimmte es muss in den bestimmten Bezirk ok in so ein hier aber hier leuchtet nichts auf hier leuchtet nichts auf nee es müsste was leuchten es ist nicht der richtige Bezirk muss es ein Industriebezirk Logistikbezirk sein nein kann man können wir die noch ah wartet mal ja Moment Moment ah erweitert die Produktionserheime zusätzlich ein Dankeschön danke cooldown mega geil vielen vielen Dank cool ich hab dir übrigens heute früh die Mod Kollektion in den Discord gestellt hoffe du hast es schon gesehen wir müssen parallel Eis brechen Freunde wir verhungern sonst ich glaube wir verhungern sonst machen wir mal hier hier muss noch eins rein für ein Lager und wenn wir das Ding jetzt hier noch erweitern maximal aber nur drei ne wäre es da nicht besser einfach noch eins zwei drei ja wir nehmen das noch mit genau bis hier hin sehr schön erweitern wir Freunde mehr Kohle okay hier ist ein Event hier ist gerade was passiert Freunde Abe Barron 55 Ausbilder bewundert den Generator schön dass du wieder bei uns bist alter Freund hast uns einen ganz schönen Schreck eingejagt als du plötzlich raus warst äh aus warst für uns bist du viel mehr als nur eine Wärme Ach ihr redet mit dem Generator für uns bist du viel mehr als nur eine Wärme Quelle du bist ein Symbol der Unbeugsamkeit die der unbeugsamen und eisernen Standhaftigkeit die wir selbst auch an den Tag legen sollten auf dass wir den Frost alle so kühn trotzen wie du so das ist jetzt fertig und jetzt müsste das ja einen Bauplatz haben ja jetzt geht's sehr geil jetzt geht alles sehr sehr schön also um die Frage aus dem Chat von vor ungefähr einer Stunde zu beantworten es gibt Forschung ja so wir wollen hier hinten gleich weiter eis brechen denn wir wollen natürlich jetzt hier die ganze Nahrung erschließen Freunde Forschungsinstitut gebaut okay das bedeutet genau wir haben jetzt hier sitze ich gerade davor ich mache mal ganz kurz die Kamera weg wir haben jetzt hier einen neuen Button Ideenbaum und da gehen wir jetzt mal drauf Freunde Ideenbaum wir brauchen neue Ideen wenn wir vorankommen wollen unterschiedliche Gemeinschaften können ihre Sicht auf die Dinge entsprechen völlig unterschiedlicher Lösungser Sätze findet ein und dieselbe Fragestellung erarbeiten wenn du einer Gemeinschaft aufträgst einen Lösungsanzug auszuarbeiten verbesserst du das deine Beziehung zu dieser Gemeinschaft okay das ist crazy Freunde soll das bedeuten dass man hier vielleicht aha Generatorverbesserung erfordert Ölverrat Dampf Öl Kohle Kraftstoff Kraftstoff ach das ist nur die Beheizung ach du meine Güte Ressourcen Sägewerk Fabriken Filtrationsanlage Gewächshäuser Frostland Erntemaschinen Luftwege Hauptquartier der Speer Stadt Wohnkomplex scheint dann man kann sich ja dann wahrscheinlich immer für zwei Sachen entscheiden wenn das durch ist Krankenhäuser Wachtürme Kriminalität Zentren Kampfzentrum Schienenzentrum Kommunikationszentrum Überwachungszentrum Notfallmedizinzentrum Lufttransportzentrum Instandhaltungszentrum aha also wir gehen jetzt jetzt allererstes mal hier drauf und wir wollen natürlich ihr seht es hier unten die Kohleminen und jetzt haben wir hier die Möglichkeit uns auszusuchen welche der drei Fraktionen wir hier nehmen wollen aha aber was ist der Unterschied okay hier muss man abwägen was man will am Ende Staubkohleminen Sprengkohleminen Sprengkohleminen okay das hier ist beides das gleiche und wir schauen mal hier also wir könnten hingehen und sagen im Bezirk äh mit Fotosrieb gebaut erfordert einen Förderungsbezirk mit einem genau genau äh Minenbetrieb in dem Kohleminen Staubminen aufgesaugt und zu Briketts verarbeitet werden um keine Ressourcen zu verschwenden Elend steigt das wollen wir wenn möglich verhindern Krankheit steigt leicht natürlich auch nicht so geil das ist natürlich auch nicht so geil hier benötigen wir viel weniger Arbeitskräfte tja das ist jetzt eine gute Frage ne aber das Elend noch weiter erhöhen gerade jetzt wo wie wir es gebaut haben wieso gibt es hier keine Iglus weil die wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen würden Notri liegt es vielleicht daran ich glaube wir nehmen also die haben beide das gleiche ich glaube wir nehmen hier die Neu-Londoner Freunde scheiß aufs Elend achso und er wartet mal aber hier kostet dann ah wartet mal wird dieser Bedarf nicht gedeckt steigt das steigert erhöht sich das Elend das ist natürlich ein Nachteil wenn wir das vielleicht nicht mehr halten können den Materialbedarf der ist natürlich dreimal so hoch wie hier wir nehmen das Freunde in der Hoffnung dass wir noch neue Arbeitskräfte bekommen werden unterschiedliche Ideen ja eine kleine Menschenmenge versammelt sich vor dem neuen Forschungsinstitut um sich den Abbau der letzten Kohle zu diskutieren ich glaube ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen das ist nämlich genau das was wir eigentlich schon machen ja 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 mach ich ja nur schon mach ich ja nur schon haben wir ein bisschen vorgegriffen der Only One Done einen wunderschönen guten Morgen da war ich ein bisschen zu schnell aber es muss manchmal auch schnelle Entscheidungen geben Freunde wir brauchen weiteren Wohnraum und den wollen wir jetzt hier erweitern ja machen wir fertig und das Eisbrechen ist hier auch gleich durch Freunde machen wir machen wir wir warten noch ganz kurz bis das hier durch ist und jetzt schauen wir nämlich nochmal bei den Gebäuden Logistikzentrum nee wollte mal bauen erst mal ein Logistikzentrum Logistikbezirk nee braucht man nicht der hat ja was hat er uns erst gesagt was wir brauchen wir könnten doch jetzt trotzdem rein theoretisch hier eigentlich gleich einen Nahrungsmittelbezirk bauen oder wir gehen hier lang dann hätten wir den Slot frei für ein Lager wie oft kann man denn die Bezirke eigentlich erweitern ah wir könnten noch ja wir könnten sie dann nochmal erweitern das ist ja interessant Freunde aber dann können wir nämlich hier ah nee die können wir nicht mehr erweitern wow geil kann man sich alles anschauen Freunde mit einer Lupe das ist gut gemacht Freunde das ist gut gemacht um mehr Immersivität zu schaffen geil so sieht also die Kohleproduktion aus ist ja schon mal gut zu wissen ist ja schon mal gut zu wissen Freunde lasst uns gemeinsam mit der Univon Don den Kucker heben für eine Schale Jesus Brüssel mein Lieber Dankeschön wieso keinen Sinn was denn macht alles Sinn oder auch nicht äh so ich glaube das ich glaube es ist so kalt dass es nicht auftaut würde ich jetzt behaupten würde ich jetzt mal behaupten das haben wir schon alles erschlossen genau das sollte ne hier ist nicht unendlich hier ist nur 100 Millionen Menge wow machen wir minus 20 haben wir gerade genau also was mich ja tatsächlich mal interessieren würde aber bitte nicht sagen falls ihr das irgendwie wisst aber das wirkt alles so wie wir machen noch ein paar Jahre und dann ist aus weil die Ressourcen leer sind aber es wäre doch so geil wenn es eigentlich vielleicht wirklich noch irgendwo Rettung gibt oder die Hoffnung stirbt zuletzt würde ich sagen die Hoffnung stirbt zuletzt Notri Notri vielen, vielen Dank für 50 Bits meine Damen viel Spaß im Look aber sie stirbt vielen, vielen Dank für die 50 Bits Dankeschön das ist wieder es tut natürlich weh Frostbock und Happy End ich weiß ja nicht äh Materialien genau auch hier muss wieder ein Förderbezirk ran wir machen mal so ja bei uns mein lieber auch dir ein wunderschönen guten Morgen und vielen, vielen Dank für neun Monate mit Tier 1 dickes fettes Herzen Dankeschön vielen, vielen Dank für den Support mega Atomstrom die Frage ist tatsächlich Freunde wäre das ist es möglich ist es möglich vielleicht mit wirklich also das ist ja es spielt ja in der Zeit vor dem Atomstrom aber wäre es rein theoretisch möglich wenn man das gehabt hätte und es würde zu sowas kommen dass man die Erde also dass man die Erde so warm machen kann auf einem gewissen Feld dass halt kein Schnee liegt wäre das möglich dass man so vielleicht so da wo es besonders mild ist sag ich jetzt mal das hinzubekommen dass man das weiß ich nicht geht das Frage für nen Freund Christrarian Hallöchen du hast es immer so verstanden dass man versucht die Eiszeit auszusitzen in der Hoffnung dass das Wetter sich ändert bevor die Ressourcen verbraucht sind macht natürlich auch Sinn aber es mir ist jetzt tatsächlich so was ich jetzt mitbekommen habe redet man oder gab es jetzt schon mehrere Gespräche so zwei oder drei an der Zahl wo man tatsächlich sowas von wie einer Art gelobten Land gesprochen hat also einer Region äh wo es tatsächlich besser ist das frage ich mich halt dann tatsächlich ne ist es denn irgendwo besser okay verbessern können wir das jetzt hier nicht mehr okay also bauen wir jetzt hier gleich noch im Anschluss Nahrungsmittelbezirk solche Gerüchte gibt es immer okay ich bin ein Idiot ich hab das Ding grad kann ich das nochmal abbrechen kann ich das nochmal abbrechen hier ich kann es nicht mehr abbrechen ne scheiße scheiße ich hab es falsch gesetzt ich hab jetzt nicht nachgedacht gerade Sackhunterlöchen schön dass du da bist ah ich hab jetzt das war jetzt ärgerlich ich hab jetzt grad nicht nachgedacht sorry nein 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 doch 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 da müssen da müssen noch viel mehr dazukommen schön dass du da bist mein lieber ähm wir machen immer noch zu wenig Kohle wir machen immer noch zu wenig Kohle das kann ja gar nicht sein ach du scheiße Alter ach du scheiße Alter die Forschung ist fertig geworden ja geil nicht genügend Wärmemarken ah okay die kosten wie viele Wärmemarken kostet uns das denn äh Wärmemarken minus ne das ist Kerne Baukosten dann okay wo stehen die Kosten ach 100 alles klar so müssen wir das jetzt noch upgraden oder passiert das jetzt automatisch ist noch mal und ich bin das ist noch mal ist noch mal dann Ähm, wir müssen jetzt hier. So. Erstmal die Sauna verbieten. Naja, ein bisschen Lebensqualität braucht man halt auch, ne? Nahrung sind wir jetzt im Plus. Geil. Das heißt, hier nochmal. Das sieht schon cool aus, Mann. Das sieht schon cool aus, ne? Ähm, erweitern. Bringt uns das Erweitern nochmal was? Ja, diese beiden. Okay. Gut. Also, Nahrungsspeicher sollte wieder volllaufen. Sehr schön. Das haben wir, aber die Kohle geht immer weiter runter. Kältere Jahreszeit. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ähm. Wir können jetzt hier noch einen neuen Distrikt bauen und das sollte helfen. Förderbezirk. Ich muss das Gebäude bauen. Okay, 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 okay. Wir müssen, ah, Freunde, wir verbrauchen gerade die ganze Arbeitskraft. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Shit. Shit. 5 Krankmeldungen. 21 Leute sind krank. Das ist jetzt angeschlossen. Wir machen immer noch Minus. Und können wir jetzt dieses Gebäude ansetzen? Nein. Erfordert 21 mehr Arbeitskräfte. Wo nehmen wir die jetzt her? Von der Nahrung, würde ich sagen, ne? Also. Wir gehen hier. Machen immer noch Plus. Sehr gut. Und können jetzt dieses Gebäude. Das kann man jetzt hier hinsetzen. Oder hier. Wo haben wir denn mehr Ressourcen? Sehen wir nicht mehr, ne? Hm. Ich setze das jetzt einfach mal in das Neue, weil hier auf jeden Fall mehr drin ist. Machen wir mal. Also, über kurz und lang werden wir mehr Arbeiter brauchen, Freunde. Okay, wir haben ein neues Event. Drohende Kälte. Probleme in der Stadt. Als die Autorität des Käpsens zu bröckeln begann, fingen verschiedene Gruppierungen an, nach ihrem Idealeinfluss auf die Stadt zu nehmen. Neu London platzte aus allen Nähten. Schneestürmer durchkreuzten jegliche Expansionspläne. Und jetzt geht der Stadt endgültig die Cola. aus. Ohne Wärme und Behausungen werden die Leute zu erfrieren beginnen. Der Käpt'n mag dir vor seinem Tod das Kommando übergeben haben. Aber die Leute fürchten, dass du der Aufgabe nicht gewachsen bist. Überzeuge sie vom Gegenteil. Oberhaupt. Bin ja ich, ne? Die Kälte hat ein bedenkliches Niveau erreicht. Menschen könnten sterben. Ja, nicht mehr lang. Nicht mehr lang, Freunde. Michi rettet euch. Aber sowas von. Wichtig ist jetzt, dass das hier mal schnell fertig wird. Aha, Kälte ist gleich. Ja. Ein Ort der Übereinkunft. Dank der neuen Mine ist die drohende Erschöpfung unserer Kohlefahrts vertagt. Doch die Streitigkeiten zwischen den Gemeinschaften bestehen weiter. Der Käpt'n wollte einen Rat einrichten, ist aber verstorben, bevor dies umgesetzt wurde. Jetzt liegt es an dir, Oberhaupt. Die Einwohner von Neulondon fordern ein Mitspracherecht. Als erstes wird entschieden, ob du die Stadt weiterhin anführen sollst. Ja, du, dann baue ich einfach kein Rat. Also wenn hier negativ abgestimmt wird, Freunde, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, du, dann bauen wir es einfach nicht. Dann bauen wir es einfach nicht, ne? Ähm, so, wir wollten, ist das hier? Das ist ein Förderbezirk. Äh, hä, du? Sehr schön. Schön mit Elend versorgt. Perfekt. Ihr sollt ja wissen, wo ihr hingehört, ne? Immer wichtig. Wir bauen das jetzt fertig, damit wir hier gleich, glaube ich, den Rad reinsetzen können, ne? Gut, damit kommen wir zumindest eine Weile hin. Jack Strada, Frostländer. Red will keinen Rat, genau. So, und jetzt müssten wir in der Lage sein, äh, zentral, ja, scheiß Dreck, Alter. Ja, scheiß Dreck. Äh, wir brauchen Arbeitskräfte. Wenn ich euch hier ein bisschen reduziere. So. Du liest das falsch. Ne, ne. Du, äh, ich lese das schon richtig. 80 Werbemarken. 13 pro Woche. Scheiße. Das wird noch ein bisschen dauern, Freunde. Das wird noch ein bisschen dauern. Jetzt fehlt es wieder an Arbeitskraft. Okay, wir können hier noch eins runtergehen. Ja. Okay, bevor sich hier noch mehr Leute krank melden, äh, bauen wir mal schnell das Gebäude in der Hoffnung, dass wir gleich neue Leute bekommen. Scheiß Dreck. Den kann ich da gar nicht hinsetzen. Ach, der kommt hier rein. Der kommt hier rein. Geil, 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 geil. Der kommt direkt an den Kern. Sehr gut, Freunde. Machen wir. Huh. Ja. Cash Tutti kommen in das, äh, in das Sammelheft von Panini. Der Rat versammelt sich das erste Mal. Na, okay. Reden. Lassen wir sie mal mitreden. Ich bin kein großer Fan davon, Freunde, aber, ähm, äh, direkt auflösen. Wäre auch mein Vorschlag. Spannung liegt in der Luft. Als der Rat sich öffnet. Der Käpt'n regierte jahrelang mit starker Hand. Aber die Zeiten sind seit seinem Tod vorbei. Jetzt wollen die Gemeinschaften der Stadt selbst mitmischen. Die Ordnungswahrer sorgen auf Geheiß des Käpt'ns für Ordnung und verfolgen ihre Ansicht nach dessen Vision für Neu London. Fortschritt, Verdienst und Vernunft. Die Neu-Londoner und die Frostländer sind sich uneinig bezüglich unserer Überlebensstrategie. Aber sie haben beide keine klare Haltung, wenn es um wirtschaftliche oder soziale Probleme geht. Einige verschmähen die Ordnungswahrer wegen ihrer Vergangenheit mit Neu London. Sie halten sich allerdings im Schatten. Noch. Zuerst wird diskutiert, ob du Oberhaupt bleiben solltest oder nicht. Wobei dein Umgang mit der Kohlekrise entscheidend ist. Das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Die Sitzung eröffnet und jetzt müsstet ihr rein theoretisch. Geil. Ihr müsstet jetzt hier eigentlich Platz nehmen können, Freunde. Im Rat. Der Ton vom Spiel, da war jetzt einfach nichts zu hören auch. Doch, 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 Freunde, hier. Ihr seid hier mit drin. Abstimmungsteilnehmer 0. Na? Ihr müsstet jetzt hier eigentlich mitmachen können gleich. Wenn du in Zukunft zum Rat zurückkehrst, kannst du neue Gesetze zur Abstimmung vorschlagen. Moment, wartet noch. Es müsste sich erst gleich freischalten. Zuschauer hat anwerben. Das geht jetzt gleich erst los. Wartet noch. Jetzt muss, äh, jetzt muss erst einmal eine besondere Abstimmung erfolgen. Die Gemeinschaften von Neu London müssen ihre Zustimmung zu deiner Führung geben. Sei vorsichtig, verlierst du die Zeit als Oberhaupt. Ich weiß jetzt schon, was mir blüht. Ich verstehe. So, wir werben uns jetzt mal hier noch ein paar Leute an. So, jetzt, eventuell habt ihr jetzt eine Einladung bekommen. Habt ihr eine Einladung bekommen? Geht da was? Ah, das wäre super geil, Freunde. Das wäre super cool, wenn jetzt, jetzt, nein, oh Mann. Wirklich nicht. Ach, schade. Freunde, das ist so eine coole Funktion. Das ist so cool gemacht. Nacht. Aber es geht leider nicht. Ja, es ist an. Ich bin wieder rausgeflogen. Ich probiere es jetzt noch mal, Freunde. Für alle, die jetzt hier gerade zuhören, falls jetzt das Internet gleich wieder abschmiert, bitte rennt nicht weg. Bleibt bitte da. Ich probiere es jetzt noch mal. Ah, deswegen geht es nicht. Deswegen geht es nicht. Aha. Jetzt gibt es hier auf einmal eine Company, die man noch installieren kann. Die hatte ich gestern, die hatte ich gestern noch nicht. Jetzt hat er hier was installiert, Freunde. Genau, konfigurieren. Das ging gestern, das ging erst gerade noch nicht. Das muss jetzt gerade rausgekommen sein. Jetzt kommt was. Geil. Geil, 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 geil. Das ging erst gerade noch nicht, Freunde. Das ging erst gerade noch nicht. Ich weiß auch nicht, wieso. So, wir gehen wieder rein in den Rad. Ja, scheiße, wie komme ich jetzt wieder in den Rad? Ähm, hier? Den vierten Button? Ah, hier. Ja, ich sehe es. Hier? Ich sehe. Da sind wir wieder. Jetzt sind wir drin, Freunde. Jetzt sind wir drin. Ja, 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 ich sehe es. Ich sehe es. Freunde, das wäre super geil, wenn das jetzt klappt. Passt auf, ich lade euch jetzt mal ein. Kam jetzt was an. Freunde, kommt bei irgendjemandem was an? Oh, das wäre super cool, wenn das jetzt klappt. Ja? Ja! Geht bei dir auch nicht. Hier nichts, aber bei ein paar geht es. Also es werden immer, Freunde, äh, hier muss man dazu sagen, es gibt nur eine bestimmte Anzahl, die eingeladen werden. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich random. Äh, das wird, damit immer wieder andere stimmberechtigt sind. Also es dürfen nicht alle gleichzeitig abstimmen. Also ich glaube, es nimmt jetzt aus dem Pool der Zuschauer random was raus. Auf Mobile geht es in der Regel nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau, auf Mobile wird es teilweise nicht gehen, ja. Aber er zeigt mir hier immer noch 0 an. Genau, ansonsten mal F5 drücken, vielleicht kommt dann was. F5 drücken, genau, genau, genau. Nein, es nimmt halt aus eurem, aus dem Pool meiner geliebten Zuschauer random ein paar Zuschauer raus. Das kannst du einstellen, Reggisor, das kann man einstellen. Das kann man einstellen. Ich habe es erstmal so gemacht, weil ich auch einfach nur so ein Mittel, ich habe einfach nur ein bisschen höher gesetzt, als das war vorne, äh, was, was ganz normal eingesetzt war. Ich habe es nur ein bisschen höher gesetzt. Nee, ich glaube, das ist egal, Wittsidus. Ich glaube, das ist egal. Was jetzt mich ein bisschen verwundert ist, äh, dass tatsächlich hier immer noch, äh, Abstimmungsteilnehmer 0 steht bei mir. Ja, was heißt denn das? Share your Twitch Identity. Äh, nicht. Achso. Ja, genau. Links zwei Buttons. Genau, genau, genau. Und wenn man da, da ist da, äh, ich hatte da auch das Problem. Bei mir war da ja auch immer leer irgendwie, keine Ahnung. Ihr habt wahrscheinlich auch das Problem, dass die leer sind, ne, dass da nichts zum Abstimmen drin ist. Es geht anscheinend immer noch nicht richtig, ne. Schade. Reagiert nicht so richtig. Vielleicht geht's grad auch einfach nicht. Aber es ist, Freunde, das muss ich jetzt wirklich sagen, das ist eine richtig, richtig geile Funktion. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist super cool gemacht. Ja, das geht leider nicht, ne. Prakti, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du hier bist und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ach, schade, schade, schade. Die Idee ist super gut. Das ist super geil, weil man kann super schöne RP-Events hier draus machen. Ja, schade. Ja, schade. Der Nerven stört dich ja jetzt nicht, Browash. Aber es wäre halt schön, wenn es gänge, ne. Schade, schade. Dagoni, Hallöchen. Genau, genau. Ist okay. Dann müssen wir das so machen, Freunde. Dann müssen wir das so machen. Es geht leider nicht anders. Es weckt Begehrlichkeiten. Das ist richtig. Das ist korrekt, Browash. Wir sind alle dagegen. Wir sind alle dagegen. Ne, Expedition Rome 2 habe ich nicht gespielt, aber es ist ein gutes Spiel. Also ich habe mir Videos dazu angeguckt, weil ich mehrmals darüber nachgedacht habe. Es ist, wie es ist, Freunde. Wir gucken mal. Weil ich denke, könnt ihr mir vorstellen, dass wir hier das noch mal ganz so noch mal spielen, wenn das vielleicht ein bisschen flüssiger läuft. Aber wir müssen es heute so machen. Ja, das ist dann halt so. Also ich könnte mir aber vorstellen, dass man hier was Schönes gerade im Sandbox, was richtig Schönes draus macht. Dann kann ich ja zum Beispiel zu euch sprechen, um euch wenn möglich zu überzeugen. Ja? Also da könnte man schon, glaube ich, tolle Sachen machen, meiner Meinung nach. So, Freunde. Vertrauensvotum. Wir gehen es jetzt mal durch. Es geht leider nicht. Wir müssen es so hinnehmen. Wir müssen es so hinnehmen. Aber die Idee ist eine 10 von 10. Sehr, sehr schön. Gab es ja das allererste Mal, sind diese Twitch-Integrations sind mir persönlich das allererste Mal richtig aufgefallen bei, ähm, bei Baldos G3 damals. Na? Hast du bei dir im Twitch-Browser alles aktiviert? Ich kann auch mal sicherheitshalber reingucken. Konfigurieren. Ja, da ist halt nichts drin. Also. Ne, es ist, this Twitch-Integration does not need to be configured on Twitch. Go to your in-game settings menu and connect and configure your Twitch-Integration. Das habe ich alles gemacht. Mehr muss da nicht gemacht werden. Ja, ich denke, das funktioniert einfach noch nicht, ne? Ist okay. Vielleicht bei der nächsten, ja. Vielleicht bei der nächsten. Wir gucken mal, was war jetzt mittendrin, ne? Ich lese es euch mal vor. Also, es gibt zwischen den drei Fraktionen eine Ratsmitgliedssitzung. Abstimmung in zehn Wochen O-D. Oder? Mh, Cult of the Lamp, äh, kenne ich auch, ja. Kenne ich auch. Ah, da wusste ich nicht, dass die eine Twitch-Integration haben. Soll das überhaupt an der Macht bleiben? Sollte das Vertrauenswurtern scheitern? Werden die Ratsmitglieder dich umgehen in deines Abends? Ähm, er wollte, äh, äh, du wirst toleriert. Äh, das heißt, Ordnungswahl geringfrühlig erhöht, äh, reduziert durch unerprobtes Oberhaupt. Wir sollten mal auf verhandeln gehen. So, was können wir denn da machen? Aha. Soll das Oberhaupt an der Macht bleiben? Ja, 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 ja. Ähm, so, Neulondoner. Was können wir hier machen? Sie werden bei der nächsten Abstimmung für die Verabschiedung des Gesetzes stimmen. Kann ich jetzt hier also... Ah, ich kann... Mache ich denen hier meine Bedingungen? Gebe ich denen jetzt hier ein Versprechen, oder wie ist das, äh, zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Ich muss jetzt hier nochmal draufklicken. Vielleicht klappt ja was. Ja, aber welches? Das würde ich ja gerne wissen. Welches? Ja, weil das so dunkel ist. Weißt du? Das ist halt sehr, sehr... Ich sehe das halt gar nicht. Ja, Sprengminen nicht. Belüftungsturm. Ah ja. Nee. Wir gehen nochmal zurück. Was wollen die Ordnungsware? Befreite Jugend. Punkt. Oh, schaltet die Fähigkeit Beschäftigungsprogramm für Jugendliche frei. Dass Jugendliche Jobs in ihrer Freizeit vermittelt und so die Arbeitskräfte erhöht. Äh, wenn wir das hinbekommen, wäre natürlich richtig geil. Da sage ich nicht nein. Aha. Ja, ja. Und die Frostländer, was wollt ihr? Ähm, Produktionshörer sind sinkt leicht. Nein. Eine Gemeinschaftsaktion nutzen bei Ordnungsbewahrer. Ähm, sie wird Mitglieder und unter Umständen auch Sitze im Rat verlieren. Also wir könnten es glaube ich auch so machen, aber es sind 20 dafür. Die Frage ist nämlich die, Freunde. Ja, ich wollte es erst mal nur lesen. Ich wollte es erst mal nur lesen. Ähm, die Sache ist nämlich die. Aktuell sieht es ja so aus. Ähm, 20 dafür, 15 dagegen, 65 unschlüssig. Also, wenn wir das ein bisschen erhöhen wollen, ich glaube, dann gehen wir, die haben halt relativ wenig, relativ wenig Einfluss hier, ne? Aber ich könnte mir jetzt hier vorstellen, tatsächlich das versuchen durchzusetzen, akzeptieren. Hm. Wir testen das jetzt einfach mal. Ich will mal nicht zu viele Versprechungen machen. Okay. Okay. Ich verstehe. Hat geklappt. Kraftstoff für die Zukunft. Du bleibst also das Oberhaupt. Gut. Uns stehen Herausforderungen bevor. Der Ausbau der Kohleförderung ist ein voller Erfolg. Aber die Kohleader wird früher oder später erschöpft sein. Denn wir müssen das Frostland erkunden und eine dauerhafte Kraftstoffquelle finden. Andernfalls hat die Stadt keine Zukunft. Wir brauchen mehr Kraftstoff. Ah ja, äh, beim alten Rastplatz. Wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Ich glaube, ich kann hier gerade... Kann ich noch oder kann ich nicht? Wo ist denn der alte Rastplatz? Da. Ich bin ja eigentlich fast dafür, dass wir sagen... Setzt denn hier mal Notfallschichten ein? Erforsche befreite Jugend. Kommen wir da ran? Gesellschaft. Ah ja, hier. Erforsche... Ja, das müssen wir jetzt natürlich machen, ne? Das haben sie, das haben sie gefordert und da können wir auch nichts anderes mehr anwählen. Interessant. Machen wir. Machen wir. Und das sollte uns Arbeitskräfte bringen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, was das andere gebracht hätte. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Was in dem Reiter da vielleicht noch gekommen wäre. Ähm, so. Das ist durch. Wir können das nächste machen. Nee, können wir nicht. Warum? Weil uns die Wärmemarken fehlen. Ach, verdammt. So, jetzt können wir wieder. Jetzt können wir wieder. Und dann geht's eigentlich schon richtig los mit dem Gameplay, würde ich sagen. Aber wir werden jetzt Expeditionen starten. Und Freunde, schaut euch das mal an. Ist das Eis oder ist das, guckt mal. Ist das so teilweise, ist das schon, ist schon komplett gefroren oder ist das teilweise offen weil Salzwasser? Was meint ihr? Sieht schon gefroren aus, ne? Das Eis. Äh, das ist das Wasser. Oh. 15 Tote. Ups. Ups. Ähm, ich schalte euch mal wieder aus. Ich schalte euch mal wieder aus. Das ist vielleicht nicht so gut. Das ist vielleicht nicht so gut. Scheißdreck. Scheißdreck. Ähm, ja. Jetzt fehlen uns die Arbeitskräfte. 600 bräuchten wir dafür. Jetzt müssen wir warten, bis das Gesetz durch ist in der Hoffnung, dass wir hier dann noch ein paar Prozent mehr Bevölkerungs, ähm, Bevölkerungswachstumsfortschritt. Unsere Bevölkerung wächst, steht, ach, die wächst sogar. Na, das ist ja mal gut. So, Bevölkerung insgesamt, die arbeitsfähig ist, 60 Prozent. Angela, Andi, ein wunderschön gut Morgen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Herzlich willkommen. 75 Leute sind krank. Hm. Ansteckungsgefahr. Manuel, ein wunderschön gut Morgen. Oberhaupt, ein paar Frostländer haben die medizinische Routineuntersuchung der Ordnungswahrer verweigert. Diese Untersuchungen stammen aus einer Zeit, in der ein Husten die ganze Stadt gefährdete. Das ist völlig überholt. Wir haben uns angepasst, sagt einer von ihnen. Es gibt keinen Grund, diese Verletzungen der Privatsphäre beizubehalten. Die Ordnungswahrer bestehen darauf, dass regelmäßige Untersuchungen zur Sicherheit unserer Arbeitskräfte beitragen. Wir müssen die Gesundheit der Bevölkerung unbedingt im Blick behalten, erwidert ein Vorarbeiter. Wir müssen erneute Epidemien verhindern. Pflichtuntersuchung erlauben. Passiert hier jetzt was, Freunde? Auch hier habt ihr wieder die Chance, eventuell, wir testen es. Einmal noch testen, weil wir haben jetzt diesen Kompanien runtergeladen. Eventuell, aber es geht wahrscheinlich nicht. Reagiert nicht. Ach, Scheißdreck. Es war noch mal ein Versuch wert. Es war noch mal ein Versuch wert. Ja. Dann haut irgendwas nicht hin. Schade, schade, schade. Es war, ich wollte es nur noch mal probiert haben, weil die Entscheidung hat man erst noch nicht noch mal unter den neuen Voraussetzungen getestet. Alles gut. Alles gut, ne? Äh, wenn ihr sicher sein möchtet, können wir keine Scham leisten. Äh, die, äh, Untersucher, ne, was, diese Untergruppe der Frostländer wird diese Entscheidung ablehnen. Aber es werden die anderen beiden gut finden. Ja, wir müssen das auf jeden Fall machen. Ja, schade. War noch mal ein Versuch wert. Alles gut, alles gut. Ich muss mich entschuldigen. Nicht ihr. Mir tut's leid, dass das leider nicht geklappt hat. Äh, Forderungen der Ordnungsgruppe wurden erzählt. Und wo stehen wir jetzt? Aber immer noch bei 60%. Aber immer noch bei 60%. Und das ist doch scheiße. Äh, ich dachte, es gibt da jetzt mehr Arbeitskräfte. Watzen, Hallöchen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Geil. Bewölkerungswachstum sinkt geringfügig. Äh, Prozenta... Das ist gut. Adani, mein Lieber. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Und vielen, vielen Dank für deinen Wechsel von Prime auf Stufe 1, mein Lieber, auf Tier 1. Dickes, fettes Herz. Vielen, vielen Dank für den Support. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Kommt bestimmt auch in den nächsten Tagen. Denke ich auch, dass das dann bald geht. Freunde, das ist eigentlich eine geile Idee, dass wir die kommunale Elternschaft einführen. Denn so hätten wir die Möglichkeit, eine neue Ratssitzung einzubetrafen. Und das wiederum würde bedeuten, prozentual aktive Arbeitskräfte steigen deutlich. Das ist gut. Was können wir hier noch machen? Wachtürme. Hier gibt es auch wieder unterschiedliche Ideen dann. Schaltet bei Bezirksfähigkeiten zufällige Durchsuchungen frei, die die Kriminalität senkt, aber Spannungen erhöht. Okay, also auch das wird ein Thema sein. Kriminalität, Krankenhäuser. Auch gut. Auch gut. Aber Todesfälle verursacht. Ich will eigentlich erstmal Arbeitskräfte. Caleric, einen wunderschönen guten Morgen. Wir müssen das eigentlich erforschen. Ich brauche unbedingt Arbeitskräfte, Freunde. Ganz, ganz dringend. Medizin ist immer wichtig. Kommt danach. Wir haben aktuell ein Bevölkerungswachstum. Wir müssen aber aus der bestehenden Bevölkerung müssen wir mehr Arbeit daraus ziehen. Weil ansonsten, wir über kurz oder lang, werden uns die Materialien, der Überschuss auslaufen. Und das ist ein Problem. Weil ihr seht, wir arbeiten hier wirklich am Limit. Mit plus sieben Grad bei der Kohle. Wenn hier irgendwas mal schiefläuft, haben wir einen Zappen. Oh. Na Mensch. Wenn es immer so einfach ist. Die Stadt wächst. Oberhaupt eine neue Zählung hat ergeben, dass unsere Bevölkerung in den letzten Wochen deutlich gewachsen ist. Manche glauben, die zugezogenen Menschen aus dem Frostland seien dafür verantwortlich. Andere wiederum meinen, das sei so, weil die Geburtenrate über die Sterberate liege. Naja. So oder so haben wir die Berechnungen des Bedarfs der Stadt jetzt an die neuen Zahlen angepasst. Hervorragend. It's only me. Wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Ohne, dass ich hier überhaupt schon was gemacht habe. Aber Dankeschön, Herr Stutt. Freunde, lasst uns gemeinsam mit uns only me den Krupp erheben. Für die Schale. Jesus, es brüstert immer lieber. Dankeschön. Naja, die sind umhergewandert. Wahrscheinlich hatten die einen ihre Kerne. Jetzt haben wir wieder überall Minus. Ja. Wir können aber hier noch hochdrehen. Sind hier wieder im Plus. Können hier noch hochdrehen. Sind wieder bei der Kohle im Plus. Wir brauchen jetzt allerdings hier hinten heute werden wir einen neuen Bezirk reinballern. Hier kommt ein neuer Bereich zum Leben. haben wir Logistikbezirks soll man hier bauen. So. Machen wir. Fraxas, hallo. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wir setzen jetzt beides an. Wir haben danach auf jeden Fall genügend Behausungen, nehme ich an. Hoffe ich. Ja, genau. Es gibt halt überall noch Überlebende. Und ich denke teilweise, wann fangen die dann an zu wandern? Packen ihre Rohstoffe zusammen? Und da gehen halt auch viele drauf. Durchaus denkbar, dass das auch möglich ist. Minus 30 Grad, Freunde. Das hat man vor 150 Jahren auch schon mal eine Zeit lang ausgehalten. Ich glaube, da gab es einige Entdecker in der Arktis oder am Südpol oder wo auch immer, die da richtig hardcore waren. Mit alten Bedingungen tatsächlich. Oder mit sehr rückständigen Bedingungen. So, wir könnten das hier... Ja, wir könnten das hier... Ja, das hier... Ja, ihr könnt... Hier sparen wir halt eine Menge. Scheiß auf das Elend. Aber hier sparen wir super krass viel Kohle. Los geht's. Okay. Wärmemarken. Ordnungsware schlagen Aktion vor. Oberhaupt! Wir haben Probleme mit Wärmemarken. Eine Gruppe der Ordnungsware hat eine Idee geäußert. Wir sollten verabsch... Was? Wir sollten verabschiede... Ich hab bisher die Sprache gelobt, die Übersetzung. Das ist jetzt... Wir sollten verabschiede Massenproduktionwaren. Klingt ein bisschen komisch. Wenn wir das tun, wird die Stadt davon profitieren. Da hast du natürlich recht. Sie beäugen die Vorschläge anderer Gemeinschaft mit Misstrauen und würden es sicher zu schätzen wissen, wenn du ihre Idee unterstützt. Die Lösung ansehen. Muss das Spiel auch gleich installieren. Aber noch geht's ja nicht, ne? Aber ist gut. Können wir das direkt, äh... Machen? Anscheinend schon. Ähm... Wann ist das Game draußen? Äh... Das kommt jetzt in den nächsten Tagen, meine Lieben. 20.09. war's. Genau. 20.09. In zwei Tagen. In zwei Tagen. Also am Freitag. Premium seit gestern Abend neun... Ach so! Premium gibt's da auch, ne? Das finde ich immer so ein bisschen fraglich. Fraglich-haklich. Aber ja. Was kostet die denn mehr, ist die Frage, ne? Was der mehr kostet. Ist das, was es dann wieder... Was kostet... Weiß jemand, was das mehr kostet? Junge Erwachsene sollen ruhig... Äh... Ruhig experimentieren. Urteilsfrei und ohne willkürliche Grenzen. Äh... Schaltet die Fähigkeit Beschäftigungsprogramm für Jugendliche frei. Ach stimmt, ja. Wir haben ja noch nicht mehr Arbeiter, deswegen... Genau, 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 genau. Das müssen wir jetzt erst mal machen, ne? 21 sind dafür, 13 dagegen. Ja, Premium kostet mich in Indien so viel wie das normale Spiel in Deutschland. Ja, krasse. Crazy. So, wir gucken wieder, wo wir Leute dazu bekämen. Die Neu-Londoner. Wenn du zustimmst. Mechanische Fabrik. Mhm. Okay. Mhm. Nicht verhandlungsbereit, okay. Hat aktives Versprechen, ist richtig. Die Frostländer. Ähm... Erkundungszeit sind gleich. Alle müssen uns schützen. Das ist okay. Das ist ein Schritt in Richtung Anpassung. Das wäre geil. Moos-Filtrationsturm. Elend sinkt deutlich. Das wäre tatsächlich, wenn wir genügend Arbeitskräfte hätten, Freunde. Das wäre geil. Das machen wir. Das machen wir. Okay, das ist aber dann fair. Sekuri, das ist dann aber fair. Ja, ja. Ey, sag ich... Sag ich... Ja, das ist dann aber fair. Ich dachte jetzt nur für den Vor... Für den... Zwei Tage eher Zugang. Das wäre dann halt... Das finde ich dann immer ein bisschen doof. Aber wenn da die drei DLCs drin sind, dann ist das mehr als fair. Ja. Null Kommas... Was? Das ist doch ein Witz. Ah, das ist ja jetzt ein Witz, Freunde. Die wollen mir jetzt erzählen, dass ich 0,6 mehr Bevölkerung habe für die Arbeitskräfte? Das ist ja gar nichts. Oh, scheiße, Alter. Und jetzt noch das. Und jetzt noch das. Ja, ihr müsst jetzt Doppelschichten fahren, ja, Freunde. Ja, ist halt... Naja, viele... Es sinkt auch wieder. 60,5. Ah, nee. Das haben wir jetzt aus der Forschung. Das ist nicht... Das ist noch ein anderes Gesetz gewesen. Das war noch ein anderes Gesetz. Wir müssen jetzt unbedingt die Krankenhäuser machen, Freunde. Krankheit sinkt leicht. Tja, was ist hier der Unterschied zwischen Krankheiten oder Krankheit? Das ist auch wieder so ein schönes Wortspiel. Wir müssen jetzt noch mal bei den Ressourcen gucken, Freunde. Weil das sollten wir machen. Genau. Kilo, mein Lieber. Hallo. Dankeschön. Prost. Lasst es euch schmecken. Ja, ich glaube, wir müssen hier gleich wieder Arbeiter rausnehmen. Genau, Logistikbezirk gebaut. Du kannst das gefrorene Land um Neulondon erkunden lassen. Und nach einer Kraftstoffflotte zum Erhalt der Stadt suchen. Verstehe. Okay. Also komplett neue Spielmechanik. Hochland, die Schlucht, Vorgebirge. Und was ist hier? Behelfsbehausungen mit Angesicht der Überbevölkerung und der schwindenden Kraftstoffreserven suchten viele Einwohner von Neulondon Schutz in diesen Behelfsbehausungen. Um eine heiße Quelle herum... Es gibt heiße Quellen, Freunde. Warum tun wir uns so schwer? Die um eine heiße Quelle herum erbaut wurden. Die Bewohner harren aus, bis das Wetter eine Rückkehr in ihr Zuhause zulässt. Wie viele sind das? Die nehmen wir auf. Nice. Nice, 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 nice. 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 Ausbau. Zerlässt, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir bauen jetzt hier Wohnraum. Geht gleich los, geht gleich los. Wir müssen jetzt ganz kurz den Eisbrecher hier einmal durchrödeln lassen. Und dann können wir hier nämlich eine komplett neue Siedlung hochziehen. Serville und Hallöchen. Ist mehr Steampunk, meinst du? Okay, da scheinen wir durch zu sein. Jetzt ist die Frage, wollen wir diesen Bezirk erstmal noch erweitern, damit wir hier notfalls auch noch ein Gebäude... Fertigungsteile... Macht das Sinn. Macht Sinn. Aber reicht das dann noch für den anderen, ist die Frage. Schauen wir uns an. Schauen wir uns nicht an. Wir haben keine Wärmemarken mehr. Wie viel kriegen wir da? 13 pro Woche. Dauert also noch kurz. Tödliche Kälte. Ach du Scheiße, Alter. Tödliche Kälte. Da müssen wir gegensteuern. Wir brauchen mehr Kohle. Haben wir noch irgendwo Kohle vorkommen? Ne. Ach du Kacke, Alter. Scheiße. Scheiße. Ja, 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 ja. Wir müssen wieder eine Expedition starten. V. Verlassene Behausungen. Genau, das sind die Behausungen, die wir erst hatten. Tja. Freunde, wo geh mal hin? Ich würde vermute in der Schlucht vielleicht. Komm, wir gehen in die Schlucht. Gefahrenstufe gefährlich. Gefährlich. Ist hier was nicht gefährlich? Ach so, Gefahrenstufe sicher. Das wäre schon mal... Okay, man findet unterschiedliche Sachen. Frostlandbewohner. Tja. Freunde, wir haben aber ein kleines Problem. Das erfahrt 20 Teams. Ähm. Es gab hier allerdings eine alte Kohle. Vielleicht finden wir noch etwas Kohle. Steht hier extra wieder da. Ja, ja. Genau. Und was steht hier noch extra? Hier legte vor 30 Jahren die imperiale Explorationsgesellschaft an, um die Generatoren der Region zu bauen. Es ragen noch ein paar eilig demontierte Stützpfeiler aus dem Eis. Eine verblasste Erinnerung an ihre kurze Nutzungsdauer. Eventuell gibt es hier Frostlandbewohner. Wir holen uns jetzt mal das hier. Expedition starten. Jut. So. Ein Event. Ruby King, 27, Apothekerin, hat Mut zum Träumen. Jahrelang nahmen die Ordnungswahrer jeden unter die Lupe, der Kritik am Käpt'n übte. Aber trotz des Unsinns, den sie über die Lautsprecher verbreiten, haben wir unseren Weg gefunden und sind unseren Prinzipien treu geblieben. Wir waren bescheiden und traditionsbewusst, haben uns um unsere Familien und die Nachbarschaft gekümmert. Jetzt haben wir einen Rat. Es ist an der Zeit, den Träumen, den Träumen Taten folgen zu lassen. Genau. Who knows, tut es sehr, sehr schön auf den Punktring. Aufbau, Strategie, Politik. Genau. In einem Survival-Setting. Ja. Endzeitstimmung. Sehr schön. Haben wir die jetzt... Ist das die Expedition? Ist das die Expedition, Freunde? Die uns jetzt... Ist die schon durch? Eine neue Stimme. Pilger... Ah, nee, das sind Pilger. 513 Frostländer. Ja, einfach eine Gruppe, genau. Haben sich zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Nee, das sind Leute, die hier leben. Ist einfach eine neue Gruppe, genau. Ja, ja, ja. Diese Pilger bilden eine widerstandsfähige und beherzte Gemeinschaft, die durch Tradition zusammengehalten wird. Sie sind gegen befreite Jugend. Na schön, das Gesetz haben wir, glaube ich, erst gerade verabschiedet. Ihr Manif... Freunde, das ist ja super komplex. Wow. Ihr Manifest, erstens Anpassung. Der Generator ist ein Mahnmal der Arroganz. Wir müssen seinen Joch abwerfen, uns anpassen und befreien. Sag mal, sind die... Sind die nicht ganz dicht? Sind die nicht ganz dicht? Gleichheit. Jeder sollte der Gemeinschaft geben, was er kann. Und nur das nehmen, was er braucht. Tradition. Wer sich vom vertrauten Vater entfernt, riskiert, in den Abgrund zu stürzen. Da ist die Tür. Ich wollte gerade sagen, also... Hier, Freunde. Also hier... Hier stimmt was nicht. Gemeinschaftsaktion. Führer einsetzen. Also wer da nichts Böses denkt, äh... Also sorry. Ja? Ähm... Junge, 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 Junge. Ähm... Na gut. Ich nehme das jetzt mal so hin. Hier, das sind sie jetzt hier. Vier Prozent. Ah ja. Ja. Oder noch schlimmer. Klingt auf jeden Fall nicht gut. Da ist noch ein bisschen Platz. Also ein Slot ist hier definitiv noch. Aber es kann sein, dass man hier sogar, ich glaube, hin und her scrollen kann. Im Rad ist wieder... Ne, der hat Sitzungspause. Okay, der hat Sitzungspause. Ja. So, das ist ja jetzt durch. Wir haben uns immer noch fehlt Wohnraum. Das heißt, wir brauchen Wärmemarken. Genau, ich vergaß. 40 Wärmemarken, bitte. Ups. Ups. Kältetote. Probleme in der Stadt. Oberauf. Die Stadt wurde von einer Kältewelle heimgesucht, die vielen Opfer gefordert hat. Die Menschen sind nicht nur auf offener Straße, sondern teilweise sogar in ihren Häusern oder an ihren Arbeitsplätzen angefroren. Oder ehrfroren. Trauer und Wut liegt in der Luft. Die Leute fürchten, dass es unter einer... äh, unter deiner Führung wieder so schrecklich werden könnte wie einst. Sie wollen, dass der Rat neue Gesetze hat, um dieser Krise Herr zu werden. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, da käme ein Talöchen. Ja, es wird gleich besser, Freunde. Es wird gleich besser. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das hier so regeln sollen. Das ist noch ein bisschen... Ach Scheiße, Alter. Das ist gleich alle. Ich... Äh, jetzt haben wir erst mal das. Jetzt eins nach dem anderen. Jetzt bauen wir schnell noch Wohnbezirk. Geil. Alles rein. Opti. Der Bezirk ist gut gesetzt. Äh, aber uns reicht die Kohle nicht, ne? Die Kohle reicht nicht. Ja. Okay. Jetzt, wir müssen jetzt unbedingt mit den Materialien hier arbeiten. Ansonsten haben wir jetzt gleich richtig einen Zappen, Freunde. Ähm... Förderung. Ich glaube, wir müssen das hier nochmal einsetzen, ne? Damit wir mehr Kohle produzieren. Das ist jetzt das nächste erst mal. Das erst mal noch schnell das. Ja, ja, wir kommen gleich dazu. So. Äh, Staub-Kohle-Minen. Unbedingt einsetzen. Okay, die Pilger werden immer stärker, wenn ich das richtig sehe. Oh mein Gott. Ne. Wir sind immer noch bei 4%. Ich glaube, es sind 72 dazu gekommen. Was? Ihr habt doch gar nichts gemacht. Freunde, äh, kann das sein, wenn man hier schnell genug in den Rad geht, dass das, ähm, einfach durchgehämmert wird? Schade. Naja, gut. Ja, zu langsam, ne? Puh. Puh. Sue Miller, 12, Straßenkind. Apfel, mein Lieber, ein herzliches Willkommen. Schön, dass du hier bist. Mahlzeit. Sintys Papa hat ihr eine Gouvernante besorgt. Als wäre sie eine Herzogin oder so. Nipp. Nicht mit uns. Haben die kleine Schlampe schön fertig gemacht. Vögel sind Jungs, lernen das auch noch. Äh, wenn die sich wieder an uns ranmachen wollen, holen wir die Kling raus und drohen, ihnen die Augen auszustechen. Das wird lustig. Aber eigentlich wollen wir uns richtig fetzen. Nur kurze Kling. Na? Wer will spielen? Äh, äh, kann man da sagen, äh, ich freue mich, dass ich keine Kinder habe, wenn ich das höre? Ja, ich auch. Ich auch. Ja, am 20. ist es soweit, Apfel. Oder wenn du dir alle DLCs dazu holst, gleich vorab, könntest du seit gestern Abend 19 Uhr spielen. Eine Schule fehlt. Hier fehlt auch, äh, hier fehlt eine harte Hand, würde ich überhaupt nicht. Hier fehlt eine harte Hand, würde ich überhaupt nicht. Oh, geil. Eine wärmere Jahreszeit. Geil. Können die Doppelschichten abfahren, abschaffen. Das ist auch gleich fertig gebaut, Freunde. Okay. Doppelschichten raus. Puh. Äh, wie läuft die Expedition? Und die ist bei 86%. Das siehst du hier oben rechts. Da, Gönner. Hier oben. 87%. Und ich denke, dann bekommen wir ein Event darum. Erschöpfte Vorräte. Ja, es ist passiert. Oh, Kacke. Es ist passiert, Freunde. Uns gehen die Vorräte aus. Ich hoffe, dass das hier gleich anläuft. Und ich hoffe, dass wir gleich auf den Plus kommen. Ja, ja. Also, Gönnung Deluxe Edition. Machst du richtig. Also, ich muss wirklich sagen, Apfel, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich kann keinen Vergleich zum ersten Teil ziehen. Aber was ich jetzt hier sagen kann, ist, dass es, äh, teilweise unglaublich beklemmend ist, ähm, weil ich weiß, dass alles irgendwie endlich ist. Und ich mich die ganze Zeit frage, was passiert denn hier eigentlich gleich? Geht's hier noch irgendwie weiter oder fahr ich das hier die ganze Zeit gegen die Wand? Unglaublich toll in Szene gesetzt. Auch das muss man sagen. Das ist definitiv hier eine 10 von 10, äh, vom, vom Artwork her. Also, es ist super schön gemacht. Und, ähm, wie gesagt, ich kann halt nur nicht den Vergleich zum ersten Teil ziehen. Das ist das Einzige. Aber ansonsten, mir macht es sehr viel Spaß. Oberhaupt. Die Materialvorräte des Käpt'ns sind ausgegangen. Ich weiß. Nach so vielen Jahren werden unsere Ressourcen in der Grube knapp. Die momentane Produktion wird ein Teil des Bedarfs decken. Aber die Probleme werden mit der Zeit nur größer. Wir müssen unsere Vorkommen finden. Sonst wird die Stadt leiden. Ja, ich weiß. Aber ich bin dran. Nein! Äh, hier ist, äh, 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 fast erschöpft. Mhhh. Und wieso geht das nicht? Werbemerkennfehler. Komm, Martin, Hallöchen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Den gibt's, glaube ich, gerade für den Apfel und ein Ei zu kaufen, ne? Ich glaube, bei Steam für 2-3 Euro, oder gab es jetzt die Tage, für 2-3 Euro zu kaufen. Also recht günstig. Äh, Wärmemarken sind da. Kriminalität. Nein, 3, Watzen, 93%. Hier oben rechts seht ihr es, Freunde. Hier oben rechts. Äh, wir müssen jetzt mal den Bagger anwerfen, Freunde. Denn wir brauchen jetzt gleich mehr. Viel, viel mehr. Passt perfekt. Passt perfekt. Sechs Wochen. 96% hat jetzt, äh, ähm, die Expedition. Ich bin gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Wir werden jetzt gleich ein Event erhalten. Ich denke hierhin. Wir zoomen noch mal raus. Schwarz und Kaffee für mich. Stark und schwarz. Dunkel, stark, schwarz. 100%. Ja, davon nehme ich auch ein Karäpfchen. Aber ich dunkle mir noch ein paar... Terror, kurz Hallöchen und Muschel. Auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Äh, hier ist jetzt was passiert, Freunde. Wir nehmen ganz kurz alle einen kleinen Sip vom Kaffee, Freunde. Und dann schauen wir uns an, was die Expedition zu bieten hat, Freunde. Ja. Ja, ich hoffe natürlich, dass ihr irgendwie... Also ich frage mich jetzt gerade... Wir werden es ja gleich sehen. Na, ich frage mich jetzt gerade, ob wir einfach ein neues Baugebiet erschließen oder was jetzt hier genau passiert. Ich bin sehr gespannt. Leana, hallo. Foxtel, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Und Mojo, vielen, vielen Dank für die 13. Sehr ihr Freude. Lasst uns gemeinsam mit Terracords den Kruge erheben. Für eine Chalet. Das ist Brösterle. Auf die Endzeit, ne. Darauf, dass es mal wieder wärmer wird. Einfach mal wieder Sommer haben, ja. Ja. Sensai, auch dir ein herzliches Willkommen. Und vielen, vielen Dank für die 10 Streams in Serie. Ne, die läuft noch. Läuft noch. Die ist noch nicht fertig. Ah doch, jetzt ist hier was. Mhm. Drei Fragezeichen. Verlassene Kohle-Mine. Mögliche Siedlung. In diesem Minenkomplex lebten vor langer Zeit Kinder. Als sie älter wurden, zogen sie nach Neulondon. Die letzten Bergleute wurden zwar vom Käpt'n nach Hause beordert, aber wir wissen, dass in den Schächten noch Kohle liegt. Der Zugangsweg ist in schlechtem Zustand. Hm. Aber wir haben ein Lagerhaus mit Fertigteilen entdeckt, die vom Käpt'n für die Verbesserung des Wades vorgesehen waren. Wir könnten die Teile mitnehmen oder dort lassen, falls wir die Mine in Zukunft nutzen möchten. Äh, zur Nutzung der Mine werden weniger Frostland-Teams nötig sein. Ja, brauchen wir eigentlich, ne. Müssen wir machen. Oh. Okay, es kostet... Wir müssen gleich mal gucken, wo die Ressource... Ach, hier. Das ist die Ressource Frostland-Teams. Okay. Das müssen wir auf jeden Fall nehmen, Freunde. Die Kohle. 448.000 Einheiten Kohle. Das Heldenweichen, Freunde. Das Heldenweichen. Fahrt verbinden. Äh, hä? Ach so. 248.000 Einheim. 248.000 Einheim. 1 display 501.000 Einheim. Dasел 만�enciaelt. 248.000 Einheim. Das ist die Ressource Juli. Das ist das mit 201.000 Einheim. Das ist das mit 291.000 Einheim. Das ist das mit 28 followed. Das ist das mit 28,000 Einheim. Dankeschön. Ja, das ist das. 049.000 Einheim. pul. Wir haben das richtige discharged. Und das 축achen nochmalées. Und das ist das. Geht noch nicht, können wir uns nicht leisten. Aber dann können wir uns die anderen Events angucken. Rostiger Motor, das abgesprengte Sekundärtriebwerk eines Dreadnought. Unter seinem Rumpf fanden wir einen Kern. Ein nicht reproduzierbares Bauter aus der Zeit vor dem Frost, mit dem wir unsere forschliche Technologie betreiben können. Die Risse im Eis deuten darauf hin, dass der Dreadnought schon vor langer Zeit zu gefrorenem Bucht gefahren ist. Okay. Zwei Kerne würden wir hier bekommen. Okay, wir wissen, was es jetzt da gibt. Dann schauen wir hier rein. Dieses hochaufragende Gebäude zieht Gesetzlose und Plünderer an, die lieber in kalter Abgeschiedenheit zusammenleben, als sich an einem Gesetz in Neu-Londons zu halten. Seit dem Einsturz des Observatoriums ist die Siedlung geschrumpft. Einige sind womöglich bereit, ihre Situation zu überdenken und uns in der Stadt zu folgen. Hier könnte ich mir vorstellen, dass wenn wir uns die holen, ja, Arbeitskräfte, aber ich könnte mir hier auch vorstellen, dass es tatsächlich hier so ist, dass diese natürlich eine hohe Kriminalität mit sich bringen. Ja, das wären sogar relativ viele Frostländer. Krass. Später wieder kommen. Denken wir drüber nach. Ach krass, und das geht hier dann noch weiter, Freunde. Uh, okay. Also, wir brauchen jetzt als allererstes Wärmemarken, Freunde, weil das Ding führen wir jetzt hier ein, ja. Andererseits, nee, passt noch auf. Wir holen uns jetzt als allererstes das hier, das Frack zerlegen. Das holen wir uns, dann haben wir nämlich noch genau 10. Die Kerne können mal kommen. Nee, die sind dann weg für die Dauer. Also, diese 5, wir hatten 15. Die 5 sind wieder verfügbar, sobald die da sind. Diese 10, verstehe ich so, dass die dauerhaft diese Route befeuern, sozusagen. Und wir müssen, wenn wir dann weitere Expeditionen machen wollen, ein weiteres Logistikzentrum bauen. Nehme ich an, um mehr von den Teams zu haben. Würde ich mal vermuten. Bis die Mine leer ist, genau. Freunde, jetzt warten, jetzt warten wir auf weitere Wärmemarken. Weil, das heißt nämlich auch, Freunde, wir können rein theoretisch. Heißt das nicht auch, wenn wir jetzt die Kohle uns holen, dass wir hier ein bisschen runterfahren können? Machen wir mal so. So. Welche Ressource ist das rechts, wo die minus 66 stehen? Das ist Waren, einfach nur. Da haben wir die ganze Zeit null. Ich glaube, da müssen wir einen bestimmten, einen bestimmten Komplex bauen. Tun wir uns aber gerade noch so ein bisschen schwer, weil wir müssen jetzt eigentlich erst mal hier gegenarbeiten. Ja. Der Kohle warten wir noch ganz kurz. Wir bauen jetzt mal hier noch ein... Baut der das dann? Ne, das sind Fertigbauteile, die wir hier bekommen. So, das wollen wir jetzt als nächstes haben. Und die nächsten drei können wir dann hier ranheften. Perfekt. Das ist... Elmo, Hallöchen, schön, dass du da bist. Das ist tatsächlich die Kampagne. Also die Story. Und das ist der erste Szenario nach dem Prolog, in der wir uns hier gerade befinden. Du hast auch tatsächlich die Möglichkeit, Sandbox-mäßig unterwegs zu sein. Da gibt es aktuell direkt schon zu Spielbeginn, das finde ich krass, sieben unterschiedliche Szenarien, die man da spielen kann, die wohl auch von den Ressourcen immer wieder frisch ausgewürfelt werden sollen. Das sieht wohl immer wieder anders aus. Aber die Karte vom Design her ist die gleiche. Also scheint spannend zu sein und bietet wohl einen wesentlich höheren Wiederspielwert, wie es wohl beim ersten Teil gewesen sein soll. Ja. Ich bin super geflasht tatsächlich. Es ist super beklemmend. Also die Sache ist, ich finde es irgendwie manchmal so ein bisschen so... Kennt ihr das, wenn man irgendwie die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl hat, aber man kann es nicht so richtig beschreiben, wieso? So fühlt es sich die ganze Zeit ein bisschen an. Also ganz komisch irgendwie. Ganz, ganz komisch. Aber gut. Also, ne, es ist gut gemacht. Hier haben wir schon ausgebaut. Hier auch. Okay. Wir haben... Wir brauchen jetzt erstmal die Wärmemarken hier. Wir haben hier ein Plus, weil gerade wieder ein bisschen wärmer ist. Und hier wollen wir gleich noch ausbauen, damit wir an dieses eine große Vorkommen kommen. So. Erweitern. Genau. Machen das so. This war is of mine. Nee. Kenne ich nicht. Aber. Sagt mir gar nichts. So, der Rat. Bevor wir den wieder verpassen. Gesetz vorschlagen. Krass. Also, es gibt jetzt hier vier Richtungen. Wir müssen das machen. Waren. Genau. Wir sollten... Genau, genau. Das wollten wir einschalten. Der sinkt gleich. Steigt die Kriminalität. Okay. Da sind aktuell tatsächlich Leute da... Ne, was... Welches sollten wir machen? Das hier unten sollten wir machen. Genau. Um die Knappheit zu überwinden, optimieren wir unsere Fließbandarbeit für eine erhöhte Warenproduktion. Und da sind... Ja. Ja. Vorschlagen. Los geht's. Da müssen wir auch nichts zustimmen. Das ist schon durch. Das ist schon durch. Sehr gut. Genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut. This war is mine. Muss ich jetzt direkt nachgucken, wenn ihr das so sagt. This war is mine. Steam. Schau mal ganz kurz rein. Ah. Es ist so ein Sidescrawler, wo man hier so durchläuft. Wow. 94 Prozent. 94 Prozent positiv bei 60.000 Bewertungen. Junge, Junge, Junge. Sollen das kosten? 20 Euro. Okay. Lass ich mal offen. Schau ich mir mal an. Schau ich mir mal an. mit Deutsch. Ja, sogar ja, deutsche Untertitel. Ton auf Englisch. Sehr schön, Freunde. Wir haben die Ordnungs... Ordnungswahrer... Hat sich die Beziehung verbessert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Geht weiter. So, da haben wir... Äh, speichert. Jetzt haben wir Minus Kohle. Okay, das heißt, wir gehen hier wieder ganz leicht nach oben. Da haben wir da 37 plus. Na? Da versuchen wir, am Limit zu bleiben. Das ist gleich zu Ende. Jetzt haben wir hier endlich wieder ein Plus. Geil. Aber nicht mehr lang, Freunde. Das ist das Problem. Wir kriegen jetzt hier, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen mehr raus. Schalten mal auf 2. 89. Aber es wird jetzt hier gleich richtig zusammenbrechen, weil wir hier jetzt tatsächlich diese Mine ja gleich verlieren. Aber, Freunde, das ist es ja... Das muss es noch nicht gewesen sein. Ja. Ja. Onkel Tuka. Ähm, nochmal Hallöchen erstmal. Und Eschi, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ach, wir haben ein Event. Ach, diese... Dieses Gesicht. Ah, das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Verwahrloste Kinder. Keine Regeln festgelegt. Oberhaupt. Bei einer Schlägerei zwischen zwei großen Jugendbanden sind fünf Kinder ums Leben gekommen und Dutzende wurden verletzt. Die meisten Kinder hatten Messer bei sich. Ja, das habe ich ja mitgekriegt. Deswegen, ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht hin. Und der Streit eskalierte zu einem ausgewachsenen Kampf. Wenn die Eltern um... Während die Eltern um ihre Kinder trauern, werden Stimmen laut, dass die Kinder nicht unbeaufsichtigt hätten sein dürfen. Die hätten ja arbeiten können. Sie hätten ja arbeiten können. Ganz einfach. Tatsächlich scheinen viele Seitenstraßen von vernachlässigten Jugendlichen eingenommen worden zu sein. Manche Gebiete sind langsam selbst für Erwachsene zu gefährlich. Oh Gott, was haben wir geschaffen, Freunde? Ich dachte, wir schaffen hier diese Menschen. Oh Gott. Freunde, es geht zu Ende. Es geht zu Ende. Maxwell, mein Lieber, ein herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank für die Kaffeezeit. Freunde, lasst uns gemeinsam mit Maxwell, den Kruge im Fühlschale, hieß es. Es ist wahrscheinlich die letzte Kaffeetasse, die wir hier trinken können. Nein, 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 nein. Doch, Niki, es ist wahrscheinlich die letzte Kaffeetasse, die wir hier trinken können, bevor die Kinder uns platt machen. Prost. Ja, ja, ja. Das sagst du jetzt wieder. Ja? Sind hier deine Kinder dabei gewesen? Wir machen das jetzt instant. Müssen wir dafür was erforschen? Oder können wir das einfach so? Äh, was könnte man denn hier noch machen? Ja, uns fehlen ja eh wieder Werbemarken. Also hier brauchen wir erstmal nichts dafür. Ich glaube, das können wir direkt machen. Tja, okay. Mehr Abwesende durch Krankheit. Das ist natürlich unangenehm. Nee. Eins, zwei, drei. Wir kommen nicht ganz ran. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Machen wir es trotzdem. Äh, ja. Ihr seht hier, hier unten links, sobald der Cooldown runter ist. Vier Wochen, vier Tage noch. Dann können wir die nächste Ratssitzung machen. Äh, wir müssen jetzt mal gucken. Jetzt haben wir hier erst mal ein sattes Plus. Wir brauchen aber eigentlich noch mehr Nahrung. Wir müssen den, den Bagger nochmal losschicken. Wir brauchen mehr Nahrung, weil die geht uns jetzt nämlich auch sonst irgendwann aus. Also das ist, also wir arbeiten hier wirklich gegen's, ähm. Hm. Jetzt passiert schon mal das, Freunde. Unangenehm. Unangenehm. Wir haben hier trotzdem ein Plus. Wir können das jetzt aber abreißen. Ja. Ja. Kriminalität in der Stadt. Die Kriminalität in der London nimmt weiter zu. Warenknappheit kann Menschen zu Verbrechen treiben, da sie sich nur noch das notwendigste Dinge zu beschaffen wissen. Wir müssen für genügend Waren sorgen, damit keine Anarchie ausbricht. Falls doch könnten, äh, Wachtürme und Gefängnisse nötig werden. Okay. Außerdem sollten wir prüfen, ob unsere Gesetze bei der Kriminalitätsbekämpfung helfen. Mehr Menschen können auch mehr Probleme bedeuten. Gerät die Kriminalität außer Kontrolle, können Menschen verletzt oder getötet werden. Spannungen zunehmen und Radikale an Popularität gewinnen. Wir müssen das verhindern. Violent. Ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Freunde, äh, wir müssen jetzt mal gucken, was gegen die Kriminalität. Das ist doch Gesellschaft, oder? Okay, dann müssen wir erst zu den Wachtürmen. Ja, uns fehlen halt überall die Marken, ne? Uns fehlen halt die Marken, Freunde. Und was mich auch wundert, wie kommen wir denn eigentlich hier ran? Wie kommen wir denn eigentlich hier ran? Das frage ich mich jetzt die ganze Zeit. Das muss ja wahrscheinlich über irgendein Bezirk sein, oder? Später erst. Der Matze, Hallöchen. Weil hier bauen wir Fertigteile mit, ne? Mhm. Moin, moin. Schön, dass du da bist. So, Ratssitzung können wir gleich mal, wir gucken gleich mal, was wir jetzt machen können. Verabschiede ein Gesetz in der, äh, Kategorie Kinder. Genau, das haben wir. Da müssen wir bloß noch mal warten, bis wir genügend Wärmemarken haben. Passt also. Wir können die beiden Sachen gleich abschließen. Sehr schön. Gesellschaft. Okay, also wir können jetzt, das ist, also das muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ist super komplex, was man hier machen kann. Geil. Ähm. Wärmemarkeneinkommen pro Kopf sinkt leicht. Also, mein Verstand sagt mir, mein Verstand sagt mir, Pflichtschule. eins oder zwei, Freunde. Familienlehre eins, Pflichtschule zwei. Also, mein Verstand würde mir sagen, trotz des sinkenden Wärmemarken sagt mir das trotzdem die Pflichtschule mehr zu. Aber ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Ja, es ist richtig, Wärmemarken sind super rare Währung, das stimmt, das muss man sagen. Das muss man sagen. Ah, die Mehrheit ist jetzt für zwei. Okay, dann nehmen wir die zwei. Dann schlagen wir das vor. Ah, doch ist deutlich, ist deutlich, ist deutlich. Ja, wir verhandeln und wir sehen, widerspricht ihrem Weltbild in ihrem Interesse, wir können nur noch die neuen Londoner dazu bewegen, dass sie für uns stimmen. Sprengkohlemin wollen wir nicht. Elend sinkt stark, Abfallverbrennungsanlage. Freunde, ich muss mal ganz dringend auf die Toilette, ich bin gleich wieder da. Ich mache mal ganz kurz Gedanken, ihr auch, bis gleich. und nach dem, und nach dem, die Sieениphя, ja, das ist so, Vielen Dank. 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 Die sind dagegen. Die sind dagegen. Könnten wir hier was machen? Nee, können wir nicht. Hier könnte man noch gucken. Verhandlungsbereit. Good morning. Der Kröte. Hier. Nice. Nice. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, Freunde. Sehr gut, Freunde. Ich verstehe. Ja. Wir haben uns dafür gesorgt, dass kein Chaos weiter herrscht, also nicht mehr in dem Maß. Wir haben. Wir haben. Also hier, die zwei Fraktionen. Also hier, die zwei Fraktionen, die insgesamt 67 Prozent ausmachen. Die sind uns sehr gut machen. Die sind uns sehr gut machen. Die sind uns sehr wohlgesonnen. Und jetzt müssen, Freunde, jetzt können wir wieder auf hier hingehen. Passt auf. Und jetzt machen wir folgendes. Wir wollten ja tatsächlich hier, genau, wir haben jetzt auch wieder die 15 frei. Wir wollen jetzt von hier Fahrt verbinden. Und so. Und das kostet uns, es dauert drei Wochen und das kostet uns 75 Wärmemarken, 15 Bauteile und 10 der Expeditionsteilnehmer. Die Prototypen, meinen wunderschönen guten Tag, Freunde. Bauen wir. Sehr, sehr geil. Herzlich willkommen, die Prototypen. Und herzlich willkommen, liebe Raider. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Was gab's denn bei euch? Ich nehme an, ebenfalls Frostpunk. Moin! Und ganz viel Spaß gab's bei euch auch heute das wunderschöne Frostpunk 2. Freunde, lasst bei den Prototypen gerne ein Follow da. Sehr angenehmer Zeitgenosse. Ja, na, Logo. Ja, freu mich auch. Ich freu mich auch. Da, Lanza, das ist aber ungünstig jetzt hier. Die Hypnose können wir jetzt nicht durchführen. Das tut mir leid. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Oh weh. Das muss ich tatsächlich sagen. Das finde ich schon sehr herausragend. Es ist wunderbar in Szene gesetzt. Ich finde die Texte der einzelnen Charaktere, die man hier immer wieder im Laufe des Spiels kennenlernt, hervorragend bisher. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben jetzt gerade eben tatsächlich von New London aus in die zerfurchte Vorgebirge eine Expedition gemacht, wo wir gerade eben zwei Kerne gefunden haben. Und jetzt eben tatsächlich eine neue Kohlemine erschlossen haben, die uns jetzt tatsächlich dauerhaft ein gewisses Einkommen gibt. Also, falls ihr Interesse habt, hier weiter mit ein bisschen Frostpunk 2 versorgt zu werden, nehmt doch gerne Platz. Und ja, macht es euch gemütlich. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und nochmal vielen, vielen Dank für deinen Raid. Viel Spaß. Auf bald. So, Freunde. Das haben wir. Das ist mehr als gewollt. Davon gehe ich auch aus. Davon gehe ich auch aus. Aber wirklich gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also, Freunde. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt hier einen krassen Überschuss. Arbeiten wir auch erstmal ein bisschen hoch oder wir gehen jetzt hier ein bisschen runter? Jetzt haben wir hier halt drei Bezirke. Ich würde nochmal versuchen, ein paar Arbeitskräfte frei zu machen. So, dass wir auch nicht ganz so viel... So, sind wir immer noch bei Plus. Und hier gehen wir auch noch ein bisschen runter. Sind wir bei 100? Ich denke, das ist okay. Ja? Ich denke, das ist in Ordnung, dass wir alles ein bisschen auf 60% runtergedreht haben. Die Kohle passt. Dass wir die noch ein Weilchen hier behalten. Ähm. Wir haben jetzt noch fünf Frostland-Teams. Das ist natürlich nicht allzu viel. Wir haben immer noch zu wenig Wohnungen. Und das bereitet mir halt schon wieder Sorge. Denn ich würde gern die fortschreitenden Wohnungen... Die Frage ist, ist das hier windgeschützt, ne? Das können wir uns gerne mal anschauen. Und dann würde ich vorschlagen, bauen wir mal hier noch rein. Das könnte durchaus sein, dass wir hier eventuell dennoch auch noch ein bisschen windgeschützt reinbekommen, was uns nochmal einen Bonus geben würde, ja? So. Die Grafik ist super. Die Grafik ist super. Die Grafik ist super. Ah! Das ist es. Schaut an. Schaut an. Schaut an. dann sollte es ja eigentlich dazu kommen, dass wir mehr Frostland-Teams haben. So. Wir bauen das mal aus. Mr. Wipes, Hallöchen, schön, dass du hier bist. Minus 30 Grad, richtiges Grillwetter, aber sowas von. Lobo. Also, ich hoffe, du hast die Badehose dabei. Ich wollte dann gleich noch alle einladen auf dem Schneeengel. So, Freunde, wir gucken jetzt mal, wie viel fehlt uns? 40 Wärme Marken, da müssen wir noch eine Woche warten, Freunde. Und die ist ein bisschen, es ist, glaube ich, ein bisschen gesunken. Wir waren, glaube ich, schon mal bei 13. Aha! Ride is gone! Durchaus denkbar. Durchaus denkbar. Hallöchen, mein Lieber. Durchaus denkbar, dass wir hier grillen mit Frostbrand. Ja. Gar nicht so abwegig. Ist gar nicht so abwegig. So. Wir brauchen mehr Wohnungen, Freunde. Ich würde jetzt hier gerne noch ein Wohnbezirk bauen. Hm. Ja, ist hier aber tatsächlich nicht geschützt, ne? Also, der Werbeverbrauch wird hier höher sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, man baut dann hier noch ein Industriebezirk hin. Aber das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wir gehen noch mal zurück und denken noch mal kurz nach. Gibt es eine Möglichkeit, wenn wir auf das Elend hier. Hier ist eine Schlucht. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder die Punkte rausgehauen. Das ist Schande auf meine Hauptfreunde, ne? Also, das ist manchmal... Habe ich das jetzt nicht gesehen, ne? So. Sprichst du jetzt für dich oder für mich, Herr Stuth? Ah, für dich. Okay. So, Freunde. Wir haben wieder zehn Teams übrig. Ich würde jetzt gerne mit euch die nächste... die nächste Expedition machen. Und ich bin tatsächlich am überlegen, Freunde, holen wir uns erst das noch? Es werden noch mal 2000 Bewohner. Da würde ich noch warten. Später wieder kommen. Ja. Storms, mein Lieber. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und vielen, vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Hier haben wir jetzt eine Quest, so wie es aussieht, ne? Hier ist jetzt ein Event. Moment, da sollte man dann wahrscheinlich hingehen. Wir brauchen zehn Frostland-Teams. Genau, zehn haben wir noch. Wir haben jetzt auch einen Wachtrupp-Überschuss. Okay. Zeit zur Kartierung 15 Wochen, sechs Tage. Hier... Ah, genau. Das haben wir uns schon durchgelesen. Ich lese es aber gerne noch mal vor. Moin, moin, moin. Schön, dass du hier bist. Hier legte vor 30 Jahren die imperiale Explorationsgesellschaft an, um den Generatoren der Region zu bauen. Es ragen noch ein paar eilig demontierte Stützpfeile aus dem Eis. Eine verblasste Erinnerung an ihre kurze Nutzungsdauer. Offenes Territorium. Gefahrenstufe sicher. Expedition... Sch... Na, warte. Warte mal. Kostet das bei den anderen mehr? Ja, ja. Es kostet bei den anderen mehr. Ja, okay. Also, dann machen wir das. Expedition starten. Wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang, Freunde, werden wir noch einen zweiten brauchen. Je nachdem, was wir jetzt hier finden. Ob wir noch weitere dauerhaft zur Einrichtung von Routen brauchen oder ähnliches. Ich bin erst mal ganz happy. Ich bin erst mal ganz happy, dass wir kohletechnisch richtig gut dastehen, Freunde. Weil rein theoretisch könnten wir viele Arbeiter auch generieren, indem wir unsere Kohlebezirke massiv runterschrauben. Na? Ah, übermäßiger Verschleiß. Was ist hier passiert, Freunde? Ah! Was? Nein! Freunde, der Wuche hat zugeschlagen, Freunde. Überall... Äh, wann... Äh, wann Reparatur? Wieder zehn Teile, Freunde, ja? Merkel, wann? Frage ich mich, ja? Hier. 100 Fertigbauteile soll das kosten. Ja, die haben ja ein Rad ab. Die haben ja ein Rad ab. Glaubst du ja selber nicht. Teuer! Ist teuer, Freunde. Aber ich sage ja auch immer, na, man muss investieren, um Gewinn zu machen. Und zweites Sprichwort, was ich da immer nahtlos anhefte, ist, wer hat der kann, ne? Ganz einfach. Die haben ein Rad ab, genau. Freunde, wir sollten... Wir sollten auch mal irgendwann wieder was forschen, ne? Wir müssen jetzt aber erst mal Wohnungen bauen. Ähm... Bezirke bauen. Wohnkomplex. Inflation ist überall. Genau. Bauen wir unsere nächsten Wohnungen aus. Perfekt. Top geschützt. Top Lage, Freunde. Top Lage. Und dann... Ja. Ähm... Frage ich mich nach wie vor, wie wir jetzt hier mehr Nahrung reinbekommen, Freunde. Ähm... Jetzt haben wir hier endlich ein Plus. Man könnte Sonderschichten fahren. Äh, wir haben ein Event. Nell Sinkfield, 38, Hausfrau. Krankversorge. Der kleine Joe hustet die ganze Nacht. Seine Stirn ist so heiß wie der Generator. Die Turn... Die Turners sind schuld. Da bin ich mir sicher. Sie haben diese neue Krippe und machen einfach weiter wie gehabt. Laufen durch die Nachbarschaft und bringen Menschen um. Genau das machen die. Oh, bitte. Allmächtiger. Ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Irgendwer muss sich eines Besseren belehren. Warte mal. Äh... Ist nicht ihr Kind auch eins von den Messerstechern gewesen? Ich frage für einen Freund und möchte das jetzt hier an der Stelle einfach mal an den Raum werfen. Ja? Vielleicht hat sie es verdient. Ähm... Wir müssen gleich uns noch mal was anschauen, Freunde. Wir machen jetzt aber erst mal schnell hier die Hässe... der Hässe-Messer-Stecher. So. Massenproduktion... Ach, scheiße. Äh... Haben wir das Gesetz nicht erst gerade schon mal durchgebracht? Ich glaube tatsächlich, das wird jemandem nicht gefallen. Ich glaube, das haben wir doch auch erst später gemacht. Ich glaube, das wird den Leuten nicht gefallen. Ähm... Für die Zuschauer von... Äh... Von die Prototypen. Hat denn bei ihm tatsächlich... Vielleicht kann mir das ja jemand beantworten. Äh... Hat bei ihm tatsächlich die Twitch-Integration funktioniert? Weil bei uns funktioniert sie nämlich leider nicht. Aber vielleicht weiß das jemand. Also nicht wundern, ne? Ja. Dass wir die nicht nutzen, geht leider nicht. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall verhandeln, ne? Scheiße. Hehehehehehe. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem, Freunde. Äh... Wir müssen hier irgendwie noch Leute ran... Erfortschuldige Sprengkohle-Mine wollen wir nicht. Ähm... Mechanisiertes Sägewerk. Riesiges Sägewerk, das gefrorenes Holz direkt in Mullmaschinen einführt, in denen nutzbare Materialien von Abfallprodukten getrennt werden. Aha. Eden steigt gleich an Wärmeproduktion. Storms, leider nicht. Einige kamen bis zur Abstimmung, konnten dann aber nichts machen. Ja, genau, genau, genau. Genau das gleiche Problem haben wir auch. Ich denke tatsächlich, äh... Dass das erst in den nächsten zwei Tagen dann richtig funktionieren wird. Schade, schade, schade. Aber es ist, wie es ist. Es macht trotzdem super viel Spaß. Aber die Abstimmungsmöglichkeiten bieten tatsächlich gerade, äh... Für Content Creator und ihren Communities super geile Aussichten für die Zukunft. Also, da kann man richtig tolle Sachen machen. Freue ich mich drauf. Also, sobald das funktioniert, müssen wir auf jeden Fall dann hier wieder rein. Abfallverbrennungsanlage. Elend sinkt stark. Ne, das würde ich auf jeden Fall mitgehen. Krankheit steigt leicht. Das fände ich gut. Mechanisches Sägewerk. Das klingt halt auch gut, weil wegen Materialproduktion. Da ist dann... Was ich mich jetzt gerade nur wieder frage, ist, Freunde... Was wird denn da gesägt? Also, mechanisches Sägewerk. Alles schön und gut. Aber, ähm... Erhöht das einfach nur die generelle Materialproduktion, weil dann wäre es Trash. Weil die wird nämlich... Das ist nämlich bald alle. Aber vielleicht auch nicht. Hm... Eins der beiden. Freunde, eins der beiden. Das obere lassen wir mal aus. Das brauchen wir nicht. Eins oder zwei. Gefrorenes Holz. Na, wenn das noch als Ressource dazukommt, dann wäre natürlich nicht schlecht. Eins oder zwei. Okay, ihr wollt... Ja, man merkt, ihr seid Deutsche. Ja. Abfallverbrennungsanlage. Das ist mehr als deutlich. Recycling geht alle an. Ihr seid alles Kinder der 90er Jahre, die in der Schule aktiv Recycling in der Schule hatten. Ja. Merke ich sofort. Genau wie ich. Herzlich willkommen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Arbeitseinsätze damals in der Schulzeit. Immer schön Samstag früh. Ja. Ähm... Ne? Raus. Und dann, äh... Hat der örtliche, äh... Containerdienst einen Container gestellt und man hat die... Man hat die Wälder sauber gemacht. Mag nicht im Elend leben. Ist okay. Mausritze, genau. Herzlich willkommen. Ja, für mich eigentlich auch meiste Zeit. Aber wir mussten halt ab und zu mal auch raus. Es gab so zweimal im Jahr Arbeitseinsätze bei uns, äh... In der Region. Wo wir dann immer die Wälder sauber gemacht haben. Die sahen aber auch schlimm aus, muss man dazu sagen. Die sahen auch schlimm aus. 90er Jahre. Das wäre schön. Du schätzt dein Publikum zu jung ein. Sorry. Ja, Livius, das ist eine andere Zeit. Das ist eine andere Zeit. Ernteeinsätze? Das war so 20 Jahre vor meiner Zeit. So, Freunde. Wir nehmen das hier unten. Ist eindeutig. Und damit ist die Zustimmung da. 74 sind dafür. Abstimmt. Okay. Haben wir. Die Frostländer sind hoch erfreut, dass du dein Wort gehalten hast. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Die Frostländer. Ja, da geht aber noch ein bisschen mehr. Da geht noch ein bisschen mehr. Scheiße. Das erste Kohlevorkommen geht dem Ende zu. Das lassen wir noch weiter produzieren. Das deaktivieren wir. Und das lassen wir auch noch ein bisschen langsamer produzieren. Na ja, mach mal so. Ne. Wir gehen runter. Wir gehen runter bei der Produktion. Warum? Wir lassen erstmal wieder was aus dem Speicher laufen. Da hängt damit zusammen, Freunde. Sollte es jetzt auf minus 20 Grad steigen. Die Temperatur. Dann haben wir trotzdem wieder Überschuss. Deswegen. Ja. Vorkommen fast erschöpft. Oberhaupt. Ein paar der Kohlevorkommen dieses Bezirks sind bald erschöpft. Die Ordnungsware und die Neulondoner glauben, sie könnten mithilfe von Sprengstoff tiefere Kohleadern freilegen. Oh. Freiwillige Kinder anheuern. Geil. Freiwillige Kinder. Als Besondere aus Frostlandfamilien werden in den neuen, engen Töneln arbeiten. Kohlevorkommen verfügbare Kohle steigt um 15 Prozent und hier um 10 Prozent. Ähm. Ja. Freiwillige Vor, würde ich sagen. Also da braucht man nicht abstimmen. Die Kinder haben uns hier schon so viel Ärger gemacht mit ihren Messerstechereien. Ist wohl besser, wenn die hier mal tatsächlich in die Kohleminen gehen. Ja. Eindeutig. Eindeutig. So. Nahrung. Wir kriegen es trotzdem nicht höher? Das sollte auf jeden Fall jetzt gleich das Elend super krass verringern. Wieso ist das immer noch minus 13? Ja, mehr Nahrung haben wir nicht, Freunde. Mehr Nahrung ist nicht auf dem Gelände hier. Forschung. Äh, was sollen wir forschen? Ressourcen. Abfallentsorgungsanlage. Ja. Äh, welche ist die, die wir... Scheißdreck. Ach so, es ist beides das gleiche. Ja. Ja. 100 Münzen. Gut. Da bin ich mir... Doch, doch, doch. Da gönne. Immer positiv denken. Die sind da dabei. Die sind da dabei. 100 pro. Ja, wir müssen jetzt aber erst mal das eine durchbringen, weil da sind wir... Das ist zeitkritisch. Ähm, aber ja, Nahrung müssen wir verbessern. Nahrung müssen wir verbessern. Ich habe die große Hoffnung, dass wir irgendwie noch was finden. Also das, Freunde, genau das wollte ich mit euch noch besprechen. Wir haben doch eine... Ach so. Es ist keine dauerhafte Quelle, die Kohle, die wir erschlossen haben, ne? Weil sie endlich ist. Hm. 50 Leute genesen. Sehr schön. Äh, wir machen jetzt erst mal das. Hier. Ach, kostet 100. I forgot it. Ich hoffe. Ich hoffe, der Gönner. Ich hoffe. Wir haben noch ein bisschen was auf Vorrat. Passt das mal? Wir haben jetzt hier das Elend verringert. Ähm. Welche Vorteile bringt uns das denn eigentlich? Welche Vorteile bringt uns das? Sind die Leute zufrieden, ne? Together Not Alone. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ui, es wird frostig. Und wie ist dein erster Eindruck? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, super beklemmendes Gefühl. Es fühlt sich ganz oft an, als ob es gleich vorbei wäre. Ja? So fühlt es sich an. Aber sehr gut. Ich kann aber, wie gesagt, kein Vergleich zum ersten Teil ziehen. Ich habe den ersten Teil nie gespielt. Also für mich ist das heute hier meine allererste Frostbank-Erfahrung überhaupt. Der Ende wurde ja sterben glücklich. Na, super. Oberhaupt, in unseren Kohle... Ach, come on! In unseren Kohleminen ist ein Feuer ausgebrochen. Wenn wir nichts tun, verlieren wir die Mine und den Kohlevorrat. Ups. Einige der Rettungskräfte, der Ordnungswahrer, die sich an der Rettung beteiligen, sagen es, dass wir die Mine retten können, indem wir die Luftzufuhr zum Schacht abschneiden und so die Flammen ersticken. klingt gut einige der Kinder, die in der Mine arbeiten haben, die Mine noch nicht verlassen können oh Freunde, das will ich auf meinen Schultern nicht alleine also nicht alleine ausmachen okay, also eins wäre die Kohle wenn uns die Kohle ausgeht, dann friert die ganze Stadt retten wir das Kohle vorkommen, einige der Kinder die in der Mine arbeiten, werden sterben naja, und hier wird es um 50% reduziert, ja Freunde eins oder zwei ich will tatsächlich hier nicht halt stopp, ich will mich hier an der Stelle nicht die Finger schmutzig machen, das macht mal schön ihr ja das Blut hängt nicht an meinen Händen eins oder zwei das sind die Messerstecher, das müssen sie sein genau, 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 das sind sie Freunde, lasst uns gemeinsam mit Max den Kuckerheben, Finisher ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen ja, aber du siehst, nicht allzu viele Leute haben hier ein schlechtes Gewissen das ist für viele tatsächlich gut sozial vertretbar es ist eindeutig die eins Freunde, es ist eindeutig die eins Eraser, einen wunderschönen guten Morgen schön, dass du hier bist und vielen, vielen Dank für deinen Follow herzlich willkommen, freut mich mein, mein was war noch mal gewiss, ich weiß es nicht ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall deutlich wir wollen das Kohlevorkommen retten Hauptsache nicht die Robben ja, die haben wir ja aber auch weggeklatscht, war ja auch wieder eure Idee ja ach, dann doch gleich so viele 98 minderjährige Bergarbeiter in Staubkohle-Mine ersteckt ähm daran seid ihr schuld Punkt damit will ich nichts zu tun haben ja, ja, man kommt hier tatsächlich an seine Grenzen ich muss auch wirklich sagen äh, das Artwork puh, das ist schon eine richtige Hausnummer also wirklich gut Halt, mein Bruder ist da drin wo? ich weiß nicht, von was du sprichst ich weiß nicht, von was du sprichst was ist passiert? ich weiß es nicht nichts nichts ich schubs gerade noch so die letzten Leichen so von der Kohle runter in nichts ist passiert ja, ja auf jeden Fall, Floridus auf jeden Fall mh, ah ha ist die, ist die durch? oh, Freunde es geht weiter wir haben zwei Events, Freunde wir haben ach, hier geht's auch noch weiter oh ja, komm wir müssen das mit dem mit dem Ausrufezeichen machen ich kann nicht anders ich kann nicht anders hier gucken wir zuerst rein die anderen in einer nahegelegenen Höhle bei der Bucht bot sich uns ein verstörender Anblick Leichen in robuster Frostlandausrüstung ordentlich nebeneinandergelegt und zum Gefrieren zurückgelassen schwarze Ölbemalungen pranken auf ihren geschlossenen Augen oh Gott boah vielleicht eine Art Begräbtes Ritual laut einer Karte die wir gefunden haben war sie zu einer alten Maschine irgendwo in der Ötlandkiste unterwegs Moment eine Maschine braucht eine Kraftstoffquelle was soll wir sollten das untersuchen Freunde da gibt's Öl da gibt's Öl ich verstehe ist jetzt Freunde jetzt rattert's gerade bei mir jetzt rattert's gerade bei mir ist das vielleicht der Weg zum Dreadnought? wir waren doch erst im Prolog an der Küste ist das vielleicht der Weg zur Küste? also dahin ah spannend Fischerdorf hier lebt noch jemand was? ein paar wartet mal Fischerdorf also gibt es Fisch ha er ist ja doch nicht so trostlos hier ja 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 hat er genau aber das war jetzt noch nicht so hundertprozentig klar ein paar ein paar Frostländer fristen hier ihr jämmerliches Dasein und ernähren sich von Moos und kleinen Fischen ohne Ofen müssen die äh müssen sie Schulter an Schulter unter dicken Fällen schlafen zweifellos würden sie lieber in Leu Nondon wohnen ok mhm ja jetzt ist hier natürlich die Frage wir können die natürlich holen wollen wir aber was meine ich ich wollte eigentlich dass ihr für mich arbeitet und hier Fische fangt für Nahrung so habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt hm ärgerlich über die Jahre wurde in diesem Gebiet mehrmals Nomaden gesichtet es ist allerdings unwahrscheinlich dass sie so lange allein und ohne Kraftstoff überlebt haben wir müssen direkt weiter wir müssen direkt weiter Öl Kerne Fertigbauteile Expedition starten wir müssen direkt weiter Freunde wir müssen direkt weiter wir haben keine Zeit und es wird ansonsten die Nahrung ausgehen deswegen will ich jetzt auch aktuell keine weiteren Bewohner in die Stadt holen meine Überlegung ist Freunde wollen wir wir hätten jetzt noch genügend Arbeiter ich würde jetzt vorschlagen dass wir jetzt gleich sobald wir die Punkte zusammen haben die Thaler ich würde gerne einen zweiten Logistikbezirk bauen Freunde ups sind nochmal 18 Leute gestorben ähm ja darum geht es mir Drachenlanze genau darum geht es mir Überlegung wäre dass wir sagen wir reisen in die Schlucht als nächstes dafür brauchen wir aber ein weiteres äh eine weitere ähm eine weitere Bezirk um mehr äh Teams zu haben der fehlt auch etwas Wohnraum wir schauen gleich nochmal da Gönner eigentlich hat man gerade noch genug ein gebrochenes Wort überhaupt der die Ordnungswahrer sind außer sich verwut weil das Gesetz massenproduziert war nicht mehr in Kraft ist ja ich hatte da was in Erinnerung scheiße sie berufen sich darauf dass du dein Wort gegeben hast ich hab gedacht die vergessen das oder die die damals dafür waren dass die vielleicht dann doch gestorben sind sind sie leider nicht äh sie berufen sich ja 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 ach wie unangenehm diese Gespräche die man dann immer führen muss wenn etwas nicht so ist wie es sein sollte äh das hat dir großes Wohl bei den Mitgliedern eingebracht indem du dein Wort brichst stößt du sie vor den Kopf und treibst sie zur Feindseligkeit ups aus Versehen draufgekommen naja geht noch geht noch geht noch ähm muss gehen es muss gehen Freunde ähm ich würde mal interessieren muss dieser Logistikbezirk zwingend hier dran sein oder kann ich den jetzt hier achso wir müssen eh erstmal machen wir mal so ich hoffe den kann ich einfach so daneben setzen weil es ist ja auch der einzigste Weg ach come on Alter jetzt ernsthaft jetzt wird das wieder kälter nein Freunde das ist es tut mir leid euch sagen zu müssen dass George Fairweather mit 17 schon invalide ist okay Lucy ist in der Mine gestorben bei der letzten Kältewelle gab es gab ich ihr meine Handschuhe und wir haben uns gegenseitig gewärmt Mama ist gestorben mir sind die Hände abgefroren Lucy war stark sie hat mich mit zwei Jobs und Arena kämpfen versorgt eine Kämpferin schon mit 13 die Mine war ihr wichtiger als ihr Leben dank ihr ist es nicht ganz so kalt aber wie soll ich ohne sie leben ja eigentlich sollte ich dich wegschicken weil wenn du gar nicht mehr arbeiten kannst bist du eigentlich nur eine Belastung für uns aber das würde der bösartige Red sagen der gutartige sagt bleib doch bleib doch wenn es unbedingt sein muss scheiße dürfen wir kein weiteres bauen dürfen wir dürfen wir das nur an diese Bezirke das wäre ja super ah hier drüben ist noch eins geil habe ich nicht gesehen Freunde geht los geht los geht los da müssen wir um hier gibt es Nahrung hä warte mal wo kommt das jetzt sagt mal erschließen wir weiteres Land wenn wir was entdecken das war doch erst noch nicht da oder Moment das war doch erst noch nicht da war die ganze Zeit da 100 Millionen RPS Hallöchen gibt es bei Frostpunk eigentlich auch Anti-Pelz-Aktivisten ja es sind alles Anti-Pelz-Aktivisten weil es gibt keinen Pelz mehr das einzige Lebewesen was wir außer Menschen noch bisher gefunden haben sind Robben obwohl die haben ja Pelz Robben haben Pelz ich nehme alles zurück aber wir kleiden uns tatsächlich sehr geschickt nur mit Fischschuppen decken wir uns ein und bauen daraus Schuppenpanzer ja Robben stimmt I forgot it so so natürlich wieder ein Feld davor geil die genau die sogenannte Fischlederrüstung genau geil Nahrungsmittel und dann kommen wir bis hier hinter nice hast du schon den dritten Ausgang gesehen nee ich sehe auch keinen dritten hier ist einer doch hier ist noch einer krass ja nee das ist der wo wir gerade sind ich sehe noch keinen dritten jetzt oben müssen wir nochmal gucken wir bauen jetzt erstmal den aus und hauen jetzt hier gleich noch Werbemarken fehlen wieder ist das eigentlich die gesamte Karte oder weiter da bin ich ich glaube die erweitert sich nicht ich bin mir halt aber auch nicht hundertprozentig sicher kranke Nachbarn überhaupt heute morgen wurde ein Haus vom Rest der Nachbarschaft abgeschottet die Menschen im Haus konnten schließlich entkommen aber die örtlichen Geschäfte und Einrichtungen verweigerten ihnen ihre Dienste ich weiß nicht wer war es aber besser so diese Bazillenschleider machen uns alle krank behauptet ein örtlicher Kneipenbesitzer die letzte Grippewelle hat den Bezirk tatsächlich stark getroffen und die Menschen sind nervös vielleicht sollten wir allgemeine Regeln aufstellen ja wir versprechen mal wieder Dinge die wir nicht halten können mal wieder auch auf der Expeditionskarte kann man halt aus dem Posten machen wir haben auch das eine Ding gleich wieder durch so jetzt können wir hier ich wollte doch Bezirke bauen genau so so Bundestags-Nimmel-Orter Fischstäbchen-Edition genau Eis am Stiel oder Hand am Stiel wir wissen es noch nicht je nachdem was es was kleben bleibt am Stiel würde ich sagen wir müssen hier mal wieder rein glaube ich bevor es zu spät ist Stadt Ansteckungs genau das müssen wir jetzt machen und wir wollen steigt leicht ja schon das hier die Frostländer können wir noch irgendwie überzeugen Staubkohlemin haben wir doch schon ja easy ja easy Staubkohlemin haben wir schon dann sollte das hier easy funktionieren das sollte instant durch sein Freunde also die Abstimmung läuft jetzt gerade aber das was sie gefordert haben sollte instant durch sein das wäre natürlich gut ja ah ne das was mal das komm schon wir müssten noch eins bauen so ist es gemeint oh ne ich hab keine Kohleminen mehr oberhaupt seit wir die Treffen der befreiten Jugend veranstalten haben sich überall in der Stadt junge Leute zusammengetan eine Gruppe der sogenannten Kollektiv Vorhut des Käptens ähm hat sich an uns gewandt während unter Zusammenkunft sind die Seelen von Windblume Zinnmann Zecke und mir miteinander verschmolzen sagt eine junge Frau ist auf was haben die gemacht sagt eine junge Frau zur Feier dieses Ereignisses und der Stadt die uns zusammengeführt hat möchten wir ein Kunstwerk erschaffen sie wollen ein Denkmal errichten das sein Ansehen und das der Stadt steigern wird sie brauchen nur die Ressourcen dafür das ist ja jetzt scheiße das ist ja jetzt scheiße Freunde ich kann das nicht mehr bauen geht das denn ja müssten wir dann aber wieder die ganze Mine auf äh neu machen oder gibt es hier noch irgendwo ah hier ist noch der eine Punkt ich sehe jetzt sehe ich ihn jetzt sehe ich ihn tja aber Kohle ist es wirklich die letzte ne wir warten jetzt ganz kurz bis wir 80 haben und jetzt gucken wir nochmal ob ich das vielleicht einfach trotzdem ja ist doch scheiße Alter ähm ah ja wir können es hier wir können nur das eins ja ja passt Freunde das passt Freunde das passt wir können das einzelne Gebäude abreißen das machen wir schnell RG Brain Hallöchen schön dass du da bist mein Lieber und wir setzen es direkt wieder neu so und können das jetzt einfach wieder hier hinsetzen ist natürlich ein bisschen umständlich aber so kriegen wir das zumindest die Zustimmung dafür und haben das jetzt gleich sehr sehr schön so Freunde jetzt haben wir hier 25 Frostland Teams ey Freunde wir haben hier wir haben sind durch das habe ich gar nicht mitgekriegt wir sind hinten angekommen schon Freunde ja ja alter Dreadnought eine zerstörte Maschine hängt über der Gletscherspalte das ist da wo wir waren ihre Anhänger sind in den umliegenden Schnee gestürzt die Spuren deuten klar darauf hin dass hier Menschen ein und ausgegangen sind und sogar Waren gelagert haben doch was unsere Speer am meisten freute sind die enormen Menge an frei verfügbarem Öl das könnte die Kraftstoffquelle sein nach der wir gesucht haben geil ach wir können dort eine Kolonie errichten okay ich dachte eine Katze hinkommt Ölgräber da wer die da hingelegt hat frage ich mich ich weiß von nichts an einer einzigen Küste liegt ein alter heruntergekommener Dreadnought er scheint auf Öl umgeristet worden zu sein da er neben einer ergiebigen Ölverkommen liegt vielleicht war das hier einst eine Art Tankstelle doch in der schwarzen Flüssigkeit in den stillgelegten Bohrlöchern liegen gefrorene in Leichentücher eingehüllte Körper der Anblick jagt unseren Speern ein Schauer über den Rücken diese Ölverkommen würden unseren Kraftstoffparat sicher decken allerdings müssten wir die Gräber entweihen wenn wir das ganze Öl kommen wollen der Logo los geht's da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken schwarzes Gold das Öl wird die Stadt retten aber wir müssen den Generator umbauen um es benutzen zu können in der Schlusszeit müssen wir eine verlässliche Versorgungsquelle finden es wird Zeit dass wir uns über die Grenzen von Neulondon hinaus niederlassen errichte eine Kolonie beim alten Dreadnard und verbinde sie durch einen befestigten Pfad mit Neulondon nur so können wir die Versorgung sichern ah ja Werbeclips zu sehen ok krass das wird die Stadt retten errichte eine Kolonie Kolonisten senden ah wir haben kein Scheißdreck das hab ich ja nicht gesehen das kostet auch 20 davon ok das müssen wir also gut dass wir das erstmal das eine gebaut haben wisst ihr was ich grad sehe wir haben keine Fertigbauteile mehr Freunde ich bin ein Idiot scheißdreckt oh Gott bin ich bereit darauf hab ich ja gar nicht geachtet Ölzisterne ein mit Öl gefüllter Tanker ok da gibt's Öl ja das können wir machen schon mal hier gibt es nochmal drei Kerne äh Freunde äh das Ding müssen wir jetzt hier uns sichern salansager wb schön dass du wieder da bist hm tja äh äh was hat denn der Bau hiervon gekostet was kriegen wir denn wenn wir das Ding wieder abreißen dreißig nur wir müssen jetzt eigentlich warten bis das Ding hier leer ist dann können wir das Ding komplett abreißen ja mh genau Atlas Schnitzel das ist mein Plan das ist hier gleich zu Ende ähm wir werden das Ganze jetzt noch ein bisschen beschleunigen dann sollte ja der Abbau schneller funktionieren die Zeit nutzen wir für Forschung und wir wollen sick pickerlöchen wie läuft es mit der neuen Stadt gut also was heißt gut wir haben ich habe mich gerade ein bisschen ins Aus manövriert gefühlt es dauert jetzt halt kurz bevor wir weiterkommen ähm mechanische Fabrik Frostländer Warenproduktion 40 dann könnte also das wäre halt wichtig Warenproduktion brauchen wir ja ja das weiß ich das weiß ich deswegen machen wir ja das Öl das dauert jetzt wir haben noch genügend also macht ihr da erstmal keine Sorgen äh wir haben noch eine ähm eine sehr sehr große Kohlesvorkommen außerhalb der Stadt was wir erschlossen haben deswegen alles gut nichtsdestotrotz müssten wir wahrscheinlich in die Richtung gehen hier ne das könnte man schon mal forschen hydraulische Tiefenpumpe Explos- Explosive Tiefen naja okay ich brauche halt 100 Arbeiter weniger ist mehr aber egal forschen jetzt schon mal das verzweifelte Mutter Oberhaupt eine Frau wurde verhaftet weil sie in einem städtischen Säuglingssaal eingebrochen ist und versucht hat ein Baby zu stehlen sie behauptet es sei ihr eigenes was warum klaut sie es dann es gibt keine Beweise für ihre Behauptungen da alle Neugeborenen einen neuen Namen erhalten haben sobald sie von ihrer Mütter getrennt werden achso deswegen sie besteht allerdings darauf und meint ich weiß einfach das ist es ist meins es ist meins ich erkenne den Schrei sie wird von Leuten unterstützt sie das Gesetz für zu extrem halten ach haltet die Klappe sie finden die gemeinschaftliche Elternschaft sollte den biologischen Eltern besuchsrechte gewähren äh ja sie dem Gesetz nach bestrafen auf jeden Fall da fangen wir gar nicht erst an zu diskutieren ja 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 wie wird König Salomon entscheiden schon durch easy da wird natürlich nicht lange gefackelt Freunde wie lange ist das jetzt hier noch sechs Wochen kommt Freunde das haben wir jetzt noch das haben wir jetzt noch schnell aus also Freunde die Dinger hier die sind richtig gut gemacht Sue Miller zwölf Schülerin erledigt ihre Lektüre Hausaufgabe das Kaninchen seine Uhr aus sein Westentasche wieso hat äh was wieso hat ihm die Uhr noch niemand geklaut hm gibt's Kaninchen überhaupt muss ich die Lehrerin fragen lesen ist schwer macht aber Spaß und man kann sich nicht verletzen Mapple behauptet äh Maple behauptet das bringt den Speern im Frostland nichts hm als ob die ihre Karten nicht lesen müssen blöde Nörglerin irgendwann schreibe ich selbst Bücher ohne Schnee aber mit Schwertkampf also die Dinger sind wirklich äh das ist eine 10 von 10 das ist schon nicht schlecht äh so äh uuuh mach mal leer das Ding dann reißen wir es ab sehr schön abreißen ja gut 190 und jetzt können wir endlich wieder ein Bezirk bauen schr 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 gut wir können jetzt können wir mal richtig schön rausforschen hier ne äh was macht das also es würde halt Sinn machen Freunde jetzt schon gleich die richtig geilen Tiefenpumpen zu holen damit wir halt auf Lebzeit Öl haben kostet allerdings ne ähm Grundwasserbedarf das ist immer das gleiche Geothermie gibt es hier später auch krass ja Sägewerk gab es ja noch ne da haben wir auch noch so unsere Probleme Effizienz Arbeitsschichten es ist halt super viel was man hier machen kann Junge 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 ich mir auch nicht sicher. Da bin ich mir auch nicht sicher, was gut ist. Instandteilungsgesetz. Was haben wir denn eigentlich hier? Schichtzentrum, Kampfzentrum, Instandteilungsgesetz. Ich frage mich gerade, wenn wir hier ein Kampfzentrum haben, ob es jetzt tatsächlich auch noch andere Fraktionen gibt, die uns vielleicht über kurz oder lang angreifen. Davor habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. Fortpflanzung. Keine Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft ist für sowas Extremes bereit. Krankenhäuser wären nicht schlecht. Die Krankheiten würden nochmal... Ja, das wäre gut. Wärmebedarf steigt. Das sollte aber bald kein Problem mehr sein. Das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt ist das Ding gleich fertig. Komm schon. Bau fertig. Und dann gibt es endlich wieder Bauteile. Ja. Freunde, wisst ihr, was wir jetzt hier hinknallen können? Hier bauen wir jetzt noch richtig geschmeidig 200 Fertigteile. Ach du Scheiße. Okay, also das dauert noch ein bisschen. Wir bauen jetzt erstmal Wohnraum noch aus, ne? Irgendwas habe ich vergessen. Ach, scheiße. Ich vergesse immer auf den Rat zu gucken, ne? Regierung. Jetzt legt hier halt nichts mehr an. Da warten wir erstmal. Das, das kann, das sieht keiner. Das sieht keiner, das sieht keiner, dass da 133 Leute aufbrochen sind. Ich muss den Arm davor halten, dass das hier keiner sieht. Alles in Ordnung, Freunde. Oh, Anzeige ist weg. Krieg der Lehrpläne Pflichtschule. Oberhaupt. Die Leute streiten sich immer häufiger hinsichtlich der Ausrichtung unserer Schulbildung. Einige finden, wir sollten weniger theoretisches Wissen und mehr Überlebenskenntnisse vermitteln. Auf jeden Fall. Die Kinder kriegen bloß Zahlen und nutzloses Wissen ins Gehirn gepustet. Wir sollten ihnen die Wildnis beibringen, wie man jagt. So die Beschwerde der Pelzjäger. Bitte gehen Sie weiter. Genau, genießen Sie die Show. So ist es, Levius. Alle andere sprechen sich für das genaue Gegenteil. Wir müssen den Kindern beibringen, ihren Verstand zu benutzen und neue Lösungsansätze zu entwickeln, statt nur Althergebrachtes zu vermitteln. So sagt der Entschuldigung. Das ist auch wieder richtig. Ah, drei? Da kommt eins, zwei oder drei. Freunde, eins, zwei oder drei. Eins auf Überlebenstraining ausrichten, zwei auf Wissenschaft ausrichten, drei. Es bleibt alles so, wie es ist. Habe ich gesagt. Andi Beid, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du hier bist und vielen, vielen Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen. Mega. Schön, dass du hier bist. Ah, drei. Ja, ja, ja. Es bleibt... Ihr seid alle große Fan. Ihr seid alle große Fan und es bleibt alles so, wie es ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Die drei bleibt führt und die eins haben wir eins zweimal. Okay. Also es bleibt alles so, wie es ist. Haben wir jetzt hier wieder Gleichstand oder was? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt haben wir hier Gleichstand, Freunde. Ja, wir haben Gleichstand. Zwei oder drei. Muss ja noch... Der Tribunat hat zweimal abstimmen, ist nicht. Wir müssen jetzt so lange verharren, bis sich hier noch jemand aus dem Lurk rauswindet und noch eine Zwei oder eine Drei schreibt. Ja, Corian! Ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist. Und, äh... Die Zwei hat gewonnen. Ey, Abel, ihr wird nicht wieder auf Unentschieden gemacht. Hier kommen sie. Jetzt kommen sie alle. Zwei. Ja, glaube ich auch, Freunde. Ihr seid... Ich glaube tatsächlich, da die gleichen Namen zu lesen, wie es erst noch war, als es darum ging, die Kinder in der Mine zu ersticken. Also ihr seid nicht nur barbarisch, sondern ihr seid auch der Zukunft zugewandt. Also ich finde das gut. Ja, ich finde das gut. Ja, auch wenn wir hier wieder ein kleines Dilemma hatten, ja. Giseo, einen wunderschönen guten Tag. Auch die Zwei. Auch der Zukunft zugewandt. Fantastisch. Fantastisch. Feier ich. Und vielen, vielen Dank für dein Follower, mein Lieber. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Freut mich. Wissenschaftliche Barbare nennt man das. Ist das dann so genannte, äh, eine barbarische Feldwissenschaft sozusagen, ja? Deine Stimme wird übergangen, Abel. Diese Demokratie ist nur versagt. Genau. Pflichtschule erhöht das Forschungstempo noch stärker. Das ist aber eigentlich geil, ne? Das ist ein guter Buff. Das ist ein guter Buff, by the way. Pflichtschule erhöht das Forschungstempo noch stärker. Beziehungen verbessern sich gleich zu New London und Ordnungswache. Das ist gut. Genau, das klassische Bildungsbarbarentum. So ist es. Auch ein geiler Begriff. So, wir brauchen jetzt, ähm... Achso, ich wollte erst mal... Remember... Remember... I just saved your life. Lehrkrankenhaus. Na, da gehen wir mal hin. Was soll man jetzt hier machen? Stadt. Nee? Wo soll ich hier hin? Jetzt, ich hab doch grad was von Lehrkrankenhaus gesagt. Ist hier nicht drin. Ja, dann bleibt's. Dann bleibt's. Wenn da nix drin ist zum Abstimmen. Wir können jetzt aber gleich erst einmal... Komm, gib mal noch 10... Ja... Achso, durch die Notfallschichten. Wo hab ich denn hier Notfallschichten laufen? Ach, hier. Hm. Ja, es wird's vielleicht Zeit, die mal auszuschalten. Ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber dann sind wir wieder leicht im Minus. Aber wir müssen jetzt erst einmal... Bevor wir die Kolonie gründen, müssen wir jetzt erst mal die Wohnbezirke hier rausknallen. Und dann nehmen wir natürlich schön den Wärmebonus mit. So? Hm. Scheißdreck. So. Ja, ist okay. Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel. Marco Santonius. Das ist zu viel. Das kann ich nicht mehr... Das kann ich nicht aussprechen. Oder doch? So kalt... Ah! Scheiße, Alter! Wir haben keine Kohle mehr! Ach, weil es auf minus 40 Grad hoch ist. Ach, du Scheiße, Alter. Äh, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt weiß ich, was ihr meintet, dass wir uns... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße! Die Kohle ist hier ja wirklich gleich weg. Ah. Na, das ist ja interessant. Nur gut, dass wir mit Abe Chambers mal ganz kurz sprechen können. Ehemalige Schiffsbauerin. Ja, nee, ehemaliger Schiffsbauer. Ja, ich... Ich kann meine Augen nicht überall haben. Hallo! 90 Jahre, 90 Sommer oder eher Winter? Ich hatte wohl ein schönes Leben. Zumindest hatte ich ein Leben. Das können nicht alle von der Greenhide-Crew behaupten. Ah. Ich dachte immer, ich würde mir ein Grab mit Liddy teilen. Aber Pete drängt mich dazu, meinen Körper der Stadt zu spenden. Anscheinend behandeln sie mit der toten Haut Erfrierung oder so. Sie können mich nicht in Ruhe lassen. War? Ich hab doch schon so viel durchgemacht. Da Begräbteste nicht gesetzlich geregelt sind, steigen die Spannungen in der ganzen Stadt. Das ist mir scheißegal. Wir haben andere Probleme. Äh, wir haben andere Probleme. Wir haben aber auch gleich die Bauteile. Ich drehe jetzt hier mal volles Risiko das Ding hier hoch. Ja, scheiße. So. Dann zoomen wir mal raus. Also diesen nahtlosen Zoom, den begrüße ich sehr. Den finde ich richtig geil. Äh, so. Können wir jetzt hier, was fehlt denn uns jetzt hier? Ach, scheiße. Okay. Das ist die richtige Einstellung von Frostbank. Das hatte ich gehofft. Scheiße, jetzt mal auf die Events. Jetzt bau doch mal was fertig hier. So, jetzt machen wir schnell das Event. Das sieht auch so aus, als ob hier was falsch oder schief gelaufen ist. Ein brutales Begräbnis. Keine Regeln festgelegt. Wissen wir. Oberhaupt, gestern gab es einen schmählichen Vorfall bei einer Totenwache. Ich hab nichts gesehen. Einige Hinterbliebene wollten eine traditionelle Bestattung, während andere verlangten, den Leitlamm nicht zu verschwenden, sondern ihn zur Besserung des Gesundheitswesens der Stadt zu spenden. Ach, ist er jetzt dann doch gestorben mit seinen 90 Lenzen. Ähm, das könnte Leben retten. Wurde mit. Ja, ich werde die Seele meines Vaters nicht riskieren, erwidert. Naja. Und schließlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Letzten Endes verschwand der Leichnam und nun beschuldigen sie sich gegenseitig aus. Das ist... Du hast ihn genommen. Nein, du hast ihn genommen. Nein, ich hab ihn genommen. Ha! Ah, das passiert immer wieder. Vielleicht brauchen wir allgemeine Regeln. Das ist... Es ist traurig, aber irgendwie auch lustig, tatsächlich. Ähm... Ja, das könnte man tatsächlich mal angehen. Das könnten wir tatsächlich mal angehen. so. Äh, wir gehen mal in den Rat. Ja, es wird Zeit, dass wir darüber mal sprechen, gesellschaftlich. Bestattungen, Ethik, ähm... Klar. Ja, Freunde, ganz klar. Hier, Erntebestattung. Neue Zeiten verlangen neue Maßnahmen. Da gehen wir direkt in die Abstimmung, damit wir jetzt mal die Kolonier durchkriegen. Ja, easy. The Delegates have spoken. The law takes effect. Ja, deswegen, man muss es einfach nur mal probieren. Hatte einfach noch keiner probiert. Einfach mal machen. Gut. Ähm. Es könnte sein, dass das zu spät ist. Ja, ehrenloser Verräter, sicherlich. Sicher, sicher, sicher. Es könnte sein, dass das zu spät ist, Freunde. Also, dass jetzt hier auch wieder minus 40 Grad werden, damit konnte ja keiner rechnen. The Delegates have reached a decision. A new law takes hold. Hm. Naja. Naja, das sind 3000 Probleme weniger in New London, aber in New New London vielleicht 3000 Probleme mehr. Das werden wir gleich rausfinden. Los, kommt, jetzt macht mal hin. Banane. Ey, Freunde, das ist, dieser Stufen, äh, dieser Stufenlose Zoom, das ist geil, ne? Also, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Die Karte ist richtig, richtig cool. Und wenn es davon jetzt sieben Karten im Sandbox-Modus gibt, dann muss ich wirklich sagen, haben sie sich übel viel Mühe gegeben und dann ist es auch verständlich, warum sie einfach vielleicht noch so fürs Polishing sich einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit genommen haben, weil es sollte ja eigentlich schon längst erschienen sein, wenn ich mich recht entsinne. Also wirklich gut bisher. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. So. Ah, also die Events finde ich richtig gut. Die finde ich richtig gut. Äh, Faye Hutchinson, 28, Dichterin. Sag mal, ist die bescheuert? Wir brauchen keine Dichterin. Wir brauchen Leute, die in den Minen mit ihren Fingern in die letzte Kohle rauskratzen. Macht einen Morgenspaziergang. Die muss ja Zeit haben, Freunde. Veränderungen liegen in der Luft. Ich kann sie riechen. Sie hängen über dem Ratssaal, legen sich zwischen die Seiten eines Buches, steigen in Por, wenn Kinder durch den Pulvig in Schnee laufen. Ha, wir haben uns zwar nur wenige Schritte von unserem alten Tradition entfernt, doch jede große Veränderung beginnt mit einem ersten Schritt. Ich bin so gespannt, was die Stadt tun wird. Was wird das Oberhaupt tun? Krokop, hallo. Naja, die Stadt hat erst in Richtung erster Schritt in Richtung Vernunft. Scheiße. Vernunft klingt nicht so gut. Ah, geil. Wir haben eine Jahreszeit. Nice. Ja, wollte ich gerade sagen. Dann kann man auch mal eine Extraschicht machen. Also, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wir haben jetzt hier ein paar Bauteile. Jetzt frage ich mich, ob wir die Bauteile aus einem beziehen oder ob wir jetzt hier ein extra Lager aufmachen. Das wird jetzt gleich spannend. Gut, Ölverkommen entdeckt. Pause rein, dann gucken wir uns das an und Ne, das ist nicht der, doch, das ist der gleiche. Das ist der gleiche, aber hier wurde jetzt schon ein bisschen was angebaut. Wir haben jetzt hier genau Nahrungsmittelproduktion 60 und 30 Behausungen. Geil. So, Generator ist aus. Schön. Gut, dann gucken wir hier mal rein. Bauteile? Na, aber jetzt mal ehrlich, ähm, ist das jetzt hier, das ist doch wieder nur der Öl, oder, warte mal. Wir machen, wir legen es mal frei. Wir legen es mal frei. So. Ähm, Weil was ich mir jetzt, sind das jetzt hier Öl? Ach nee, das sind jetzt keine Tanker mehr, jetzt sind es Ölbohranlagen. Man sieht den Unterschied. Okay. Dann Förderbezirk. Fördert Öl. Ja. 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 Hier nicht ran, aber so. Genau. Machen wir. Bam. Und wir können gleich noch einen Wohnbezirk bauen. Richtig schön. Schmakofatz. Ähm. Ja, geil. So, und dann lassen wir das mal entstehen. Jetzt frage ich mich natürlich. Wenn wir das gleich haben, sollte hier erst mal laufen. Wird dann jetzt Neulon dann draufgehen? Okay, okay, okay. Zukunftsvisionen. Unterschiedliche Vorstellungen. Oberau, ganz Neulon wartet auf den Moment, an dem wir über eine verlässliche Ölquelle verfügen. Es wäre das Ende von so vielen Ängsten, so vielen unerfüllten Träumen. Aber diese Träume scheinen unterschiedlicher Natur zu sein. Die Ordnungsware malen im Bild von einem ewig warmen Neulondon, das von einer Wärme durchflutet, an dem sich nur die Ältesten unter uns erinnern. Die Pilger wollen diese neue Macht aber lieber nutzen, um unseren Einflussbereich zu erweitern. Entlegene Orte im Frostland zu besiedeln. Mhm. Aha. Ich verstehe, wie immer, nichts. Äh, so. Jetzt werfen wir mal den Generator an. An, ja. So, das haben wir jetzt. Alter Dreadnought. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, wie kriegen wir jetzt hier... Scheiße, das ist ja gleich wieder alle, ne? Äh... Äh... Müssen wir hier einfach auf den Kern klicken? Nee. Liefere mindestens 75 Öl nach New London. Können wir das jetzt einfach hier drüber? Nee. Wir sehen, wunderab. Es hat sich auch gefällt, das müsste ja wenn dann hier oder da drin sein wartet mal hier ist es glaube ich nicht das hat ja der hat ja gesagt wir müssen den 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 motor umstellen so den motor umstellen umstellen er sieht schön aus aber das ist nicht das was ich will müssen wir es jetzt erst noch erforschen ist die frage oder wir müssen aber da unten war was zum bauen wartet mal wartet mal wartet mal können wir hier was bauen förderung staubmühle hydraulische tiefenpumpe wohnen ja ich bin mir sicher dass ich das hier erst mal machen muss aber wie kriege ich das jetzt hin wie kriege ich jetzt hier öl geliefert also ich bin mir sicher dass ich das dass ich das andere über die mission macht aber wie kriege ich das jetzt hier muss ich hier erst mal noch ausbauen dann müssen wir das jetzt aber jetzt machen vielleicht noch mehr öl produzieren und die frage ist stopp bevor wir das machen können wir hier noch ausbauen so sollten wir das zuerst machen so dann hier erweitern und dann fangen wir hier drüben zur nächsten ölquelle zu gehen beziehungsweise holen wir uns hier erstmal noch ein abbau gebiet damit wir natürlich hier nicht aus aber scheiße wir sind schon wieder so super dicht am am super gaune noch kommt ein bisschen was rein aber nicht mehr lange so jetzt können wir hier nämlich gucken ob wir hier noch ein zusatz gebäude anbringen hydraulische tiefenpumpe genau ein lager ein lager ein lager ein lager ein lager oh shit alter oh shit oh shit oh shit oh shit ich muss hier ganz schnell runter drehen so ganz schnell runter drehen joey wiser ein wunderschönen guten tag schön dass du hier bist und vielen dank für den folgen dankeschön schön dass du hier bist ach spannend freunde spannend 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 äh so jetzt passt mal na werd einmal fertig jetzt ja ne so das ist jetzt ready das ist jetzt ready jetzt brauchen wir aber unbedingt ein lager ähm hm was wir nicht haben ihr seid für immer an diesen kanal gebunden solange ich live bin entscheidet ihr ein und lasst sofort ein forderer falls ihr das noch nicht getan habt red attitude sei es eigentlich ein mentalist vierer aus bei patrick scheen und natürlich hier der größte bezwinger von eis und kälte den ihr je gesehen habt im jahre 2024 alles was danach kommt da könnte es natürlich wieder bessere geben herzlich willkommen ja so freunde äh wir haben jetzt hier erstmal ein event ich bin ein bisschen verunsichert warum das hier noch nicht ja ja geil das ding ist jetzt alle können wir zurückbauen hm dann hatten wir hier noch irgendwo ein event hier ungenutzte unterkünfte ja verstehe ich jetzt mal ich habe jetzt ja gerade andere sorgen freunde keine ja 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 das ist jetzt erstmal alles okay so freunde wir wollen jetzt hier mal meter machen ähm warum geht das jetzt hier noch so noch nicht also wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar sachen mehr wir haben jetzt zum einen das hier ist wieder so eine riesengroße menge öl da jetzt auch gut hier könnten wir unten lebensraum schaffen also gehen wir hier runter genau holen uns jetzt nämlich naja eigentlich müsste man das hier auch erstmal noch holen also das ist tatsächlich eine der größten probleme die wir haben einmal die woche reicht doch auch ja ich bin ja dran ich bin ja dran ist ja nicht so dass ich das auch erkannt hätte dass wir hier probleme behaar haben dass wir jetzt das ein oder andere problem haben ne die tun wieder so als ob ich von nix wüsste so hier ist wieder so ein scheiß event naja gut die mag ich eigentlich ne spencer cohen 52 vorarbeiter zurück vom stadtladen untersucht seine wochenration mal sehen ein stück seife die stinkt eine unterjacke aus hamf die schon beim anschauen juckt doof dass ich keine neuen socken bekommen habe von wegen keine mehr da was bringt es mir als vorarbeiter zu arbeiten wenn ich dasselbe kriege wie die leute am fließband vielleicht findet der sachbearbeiter noch socken wenn ich ihm ein paar werbemarken zu stecke oder besser riechende seife na socken auch nicht schlecht so freunde ja der bezüglich der kann jetzt auch abgerissen werden den brauchen wir nicht mehr gut haben wir hier geht es jetzt auch zu ende also freunde ich sag euch jetzt ganz ehrlich wir müssen doch wie kann ich denn hier wir brauchen hier irgendwie eine förderverbindung ich konnte ich hab doch hier eigentlich ein pfad was ich noch nicht ganz kapiere ist warum das hier nicht funktioniert so kennen wir das ding also noch kriegen wir ja kohle noch kriegen wir ja für notfälle kohle unten rechts das symbol ja ein pfad ist ja aber da oder ist ja am ende das gleiche ja ja der pfad besteht schon das ist es nicht das ist es nicht ja du darfst hau mal raus wie kriege ich da jetzt öl hin weil ich würde die mission gern weitermachen so hau mal raus raguzo würde mich äh sehr freuen weil ich raffs grad wirklich nicht ich glaube ich übersehe irgendwas äh um jetzt die 75 öl hier drauf klicken danke ich wüsste ja was ich die sorry ich hab die ganze zeit gedacht das sind die events die noch offen sind in dem gebiet beim dreadnought ja ja ich dachte die ganze zeit weil wir Freunde wir haben ja die ganze zeit noch das ich hab die ganze zeit gedacht das symbol ist das hab ich die ganze zeit gedacht naja äh sorry ja hier wir bringen mal öl mehr geht nicht oder was dafür können wir hier mhm wir könnten sogar wärme transportieren ne ne ah das kann man nur abgeben ok verstehe Kohle quasi na Kohle braucht man nicht wir können jetzt das rüberschicken aber das reicht nicht wartet wartet machen wir gleich vielen dank für den hinweis jetzt bauen wir noch ganz schnell was fertig Freunde jetzt bauen wir noch ganz schnell was fertig genau passt auf jetzt gibt's nämlich erstmal noch schnell ein Lager mhm mhm super wichtig wenn das fertig ist können wir nämlich die Produktion hoch äh nice jetzt können wir nämlich hier die Produktion hoch krachen plus 90 und das können wir jetzt rüberschicken und dann haben wir nämlich die 75 geil vielen vielen dank vielen vielen dank ja aber schon so ein neuer kraftschoss ist vorfreude liegt in der luft als die erste lieferung öl nach neulondern geschickt wird die vorstellung einer zukunft in dem wir nicht frieren müssen fühlt sich unwirklich an aber damit diese vorstellung wahr wird dann müssen wir den generator umrüsten und das um das schwarze gold und wir haben um 20 ja scheißdreck kann der nicht einfach beides verbrennen hahaha langer lachs nein nein Kapitel 2 Ambitionen das wäre doch langweilig hahaha ja richtig ich sehe es ein ich sehe es ein hahaha das sehe ich natürlich ein spannend Freunde spannend das war das erste Kapitel ne wir haben quasi wieder den Prolog wiedergefunden und das war das erste geil die Sache ist ne wie viel sind denn wohl äh 5,5 Millionen äh Barrel am Ende ne Ruggleson vielen vielen Dank nochmal und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag Bürofeierabend dann lass es dir gut gehen ne schönen Nachmittag dir und auf bald die Menschen jubeln als das Öl die Stadt erreicht es bleibt jedoch die Frage was genau das bedeutet genau die jahrelangen Quagen sind endlich vorbei lasst uns den Generator verbessern und Öl pumpen bis der Schnee der Stadt für immer geschmolzen ist geht das vielleicht das wäre ja krass rufen die obersten der Ordnungsware die Pilger die Pilger sind anderer Meinung ha was die wollen ist Unsinn Neu London wird nicht ewig bestehen der Frost ist unsere Realität wir müssen uns ihm anpassen lasst es uns wagen und mit dem Öl neue Siedlungen im Frostland gründen okay ah ja 120 Liter sind ein Barrel naja also das ewig reicht das nicht äh schaltet die Generatorenverbesserung Ölpumpen äh nur Ölbetrieb und Erschließung unerschöpflich tiefer vorkommen was und Erschließung unerschöpflich tiefer vorkommen frei ja na klar wollen wir das ah ah warte mal ja äh Joey Weiser da muss man aber dazu sagen tatsächlich äh oder Maxwell für euch beide oder für alle die jetzt gerade da sind das interessiert ihr könnt es auch selbst schon seit gestern Abend spielen wenn ihr euch die Deluxe Edition holt da hättet ihr seit gestern Abend wenn ich das richtig verstanden habe Zugriff und ihr hättet auch die drei kommenden DLCs dann auch schon mit drin na auch das ist eine Möglichkeit die da besteht Schainsword Hallöchen genau oder Game Pass dann Day One wahrscheinlich ist ein Game Pass drin das ist natürlich cool muss man wirklich sagen es ist ein sehr sehr schönes ähm äh 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 sehr sehr schönes Spiel bisher also wirklich krass also das einzige was der einzige Wermutstropfen den wir heute bisher eigentlich haben ist meine Unfähigkeit das sind zwei Tropfen meine Unfähigkeit stellenweise und tatsächlich dass die Twitch Integrations nicht funktionieren aber ich glaube wenn das noch ist äh dann ist hier also gerade für Leute die das irgendwie äh zeigen mit der Community zusammenspielen hier kann man richtig krass was machen das ist richtig cool gemacht muss ich wirklich sagen das ist richtig cool gemacht genau jo stimmt dankeschön Joel nochmal danke genau ach Freunde das ist ja beides gut es ist beides so gut schaltet Generatorenverbesserung frei adaptive Pumpen alle Brennstoffe das heißt wir könnten auch weiterhin die Kohle nutzen und Frostlandsiedlungen mit unbegrenztem Ertrag weil das heißt wenn wir das machen dann würde es bedeuten wenn ich es richtig verstehe dass die Siedlungen in Zukunft unbegrenzte Erträge haben also dass das quasi das nicht ausläuft und wir aber immer zuführen müssten das ist ja interessant so interpretiere ich es zumindest ne aber es wird dafür sorgen dass wir mehr von den Logistikbezirken brauchen während das jetzt hier tatsächlich bedeutet das ist halt nämlich geil Freunde es geht ja erstmal darum dass wir New London erstmal sichern ich glaube tatsächlich es ist nämlich besser wenn wir von New London alles in die Welt bringen das ist glaube ich der bessere Weg ja und ich glaube tatsächlich cooler also ich glaube also ich stelle es das stelle ich mir mir zumindestens gerade so vor wartet mal mal gucken ob das jetzt geht Freunde das ist eine dritte Möglichkeit die hat man noch nicht kommt das bei euch vielleicht an das ist eine neue Variante die hat man so noch nicht aber ne da tut sich nichts ne ich glaube ansonsten hätten wir ja schon die ersten Prozente drin ne ne na schade also Freunde für mich zur Erklärung damit ihr meine Gedankenzüge versteht das Erste wir legen alles daran dass Ressourcen von außen ja dass Ressourcen von außen tatsächlich nach New London kommen um New London tatsächlich so auszubauen dass wir das perfekte Leben haben ja andererseits hätten wir hier könnten wir hier weiter Kohle verwenden und hätten in den Frostlandsiedlungen mit unbegrenztem Ertrag zu rechnen da weiß ich aber nicht was gemeint ist also ich würde mich tatsächlich lieber für die Eins entscheiden Max tatsächlich ich muss tatsächlich sagen ich bin lieber der ich würde lieber den den Weg der Eins gehen um London oder New London erst einmal zu sichern und die Möglichkeiten zu nutzen äh weil wir bekommen unerschöpfliche Ölvorkommen das bedeutet dass wir dieses Problem ad acta legen können und darauf können wir aufbauen das fände ich sehr gut das fände ich sehr sehr gut weil wir Freunde wir sehen jetzt hier auch über mir dass da ein Baum ist Freunde und ich habe die Hoffnung dass wir jetzt vielleicht sowas wie Gewächshäuser oder sowas bauen können so neue Treibmittel haben um durch die unerschöpflichen Ressourcen ähm des Öls und durch die Hitze die wir erzeugen dass wir vielleicht sowas wie neue Lebensmittelbereiche erschöpfen Freunde wir werden uns hier für die Eins entscheiden Sieg über den Frost wir haben Öl Help us keep you warm Report all leaks and damages to the nearest maintenance office äh scheiße ja machen wir gleich ähm ich bin jetzt grad ein bisschen verwirrt er ist an er ist an ähm ist das jetzt ein Sondergebäude ja okay das muss gebaut werden alles klar das muss gebaut werden gleichzeitig können wir bei der Beheizung Kohle verflüssiger ja das ist es schmelze tiefer vorkommen ja Tiefenschmelzbohrer da geht es jetzt nur noch darum wem wir hier die Neulondoner wollen wir auf jeden Fall machen weil die haben 51% yes 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 machen wir das ist es Freunde das ist es äh äh mal gucken wo wir jetzt gleich hinkommen wir sind jetzt hier aktuell bei minus 371 Eis ins Feuer Oberhaupt der wachsende Eifer bestimmter Gruppe in unserer Stadt bietet langsam Grund zur Sorge ach Quatsch ja dann machen wir halt die Grundbedürfnisse festlegen ihr merkt es äh es ist wieder mal Zeit für ein Gesetz äh Produktionsseffizienz statt gleich Wärmemarken ja da müssen wir gar nicht drüber nachdenken und da sind es auch alle dafür abstimmen das geht jetzt mal schnell ja Freunde die Abstimmung sehr sehr geil ja ohne Probleme ohne Probleme gut das müssen wir ah überschüssige Injektion müssen wir da machen okay Frau ach du Scheiße Alter ja 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 kriegen wir hin Freunde das ist super gut Freunde was wir hier gemacht haben das ist super gut wartet wartet ähm denn denn wo ist das zweite Ölverkommen da ach scheiße wir haben hier keine Arbeiter wir können auch Leute senden geil wir können auch Leute senden Ordnungswahrer unterstützte Kundgebung oh mein Gott was passiert jetzt Frank Hallöchen ich hab leider kein Kaffee mehr hoch die Tassen Prost schön dass du da bist Freunde hier passieren Dinge überhaupt die Ordnungswahrer halten zur Feier einer äh der Generatoren Verbesserung Kundgebungen ab das ist doch gut äh geordnete Reihen von Fraktionsmitgliedern unterstützen füllen die Plätze der Stadt sagt ihnen wovor äh wofür wir uns versammeln rufen ihre Anführer von den Bühnen wir versammeln uns für den Fortschritt für den Generator für die Stadt Freunde und jetzt steht alle auf und singt mit ja ihre Leidenschaft wirkt ansteckend und spornt andere dazu an zum Wohle der Stadt noch härter zu arbeiten ja du bist aber heute aber auch ein bisschen spät Frank wir haben es jetzt 15 Uhr ja gleich äh geil ja fünf Fachtrupps ja ja ich hab ja schon seit früh um neun ist der sind der sie die Veranstaltung so wir können wieder rüber gehen zum alten Dreadnought naja stimmt die Arbeitskräfte fehlen so deswegen wollen wir dann hier runter so wir zimmern das jetzt hier durch wir wollen nämlich dort einen neuen Wohnraum schaffen Freunde damit wir Leute rüber bringen that's the deal that's the deal die Musik ist äh grandios die Musik ist grandios Freunde genau hier wollen wir jetzt das schön ausbauen und hier unten werden wir schön geschützt vor der Kälte unsere jup tiefe vorkommen nice äh können wir wieder was forschen wir haben nämlich 480 Marken Freunde äh Kohleverflüssiger das ist doch richtig geil das ist doch richtig geil Freunde hier gibt's Kohleverflüssiger ist das alles das gleiche Hochdruck 100 Kohle aber kostet weniger Arbeitskraft ne 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 wir wollen natürlich sparsam mit den Ressourcen umgehen das hier äh die haben nur 8% wir müssen auch mal die Pilger hier mal ein bisschen verbessern machen wir einmal so Rohrbrüche halten sich nicht an Streamseiten ach du Scheiße was ist denn passiert mein Lieber hoffe es ist alles okay oder hast du ne nasse Wohnung mein Lieber ich hoffe nicht ja wir haben ja noch ein Event hallo der real äh chapota einen wunderschönen guten Tag schön dass du hier bist und vielen vielen Dank für den Follower Dankeschön unbarmherzige wirtschaft jetzt ist er mal gut Freunde jetzt ist er ach guckt euch mal an der guckt der guckt so oh Freunde der guckt ja noch schlimmer die soll mich nicht so angucken Freunde da werde ich weich Ahahaha der sportteil wo du Ackerst okay ich hoffe du hattest jetzt nicht allzu einen stressigen Tag mein Lieber schön dass du noch her geschafft das überhaupt da der Grundbedarf jetzt nicht mehr kostenlos ist sind einige arbeitslose Familien nicht mehr in der Lage ihre Grundbedürfnisse zu decken ja dann sollen sie arbeiten gehen ne Arbeit hat wer sich bemüht Genau. Wenn diese Leute keine haben, haben sie sie eben selber schuld. Punkt. Sie sollten sich lieber anstrengen, anstatt zu erwarten, dass die Stadt ihre Probleme für sie löst. Ja. Das Ratsmitglied, der kriegt hier gleich erstmal eine Beforderung. Ja. Der trägt meinen Bart und der guckt so in die Leere. Der guckt so in die Leere. Das tut mir furchtbar leid. Ich muss da runter. Ich muss das Gesicht, ich muss das weghalten. Ich werde sonst weich, Freunde. Ich werde sonst weich. Andere äußern sich gemäßigter und schlagen vor Arbeitslosen einen wöchentlichen Zuschuss zu zahlen. Wenn wir keine Arbeit für sie haben, kriegen sie ein Budget, das sie nutzen können. Nee, die... Ja, weiß ich nicht. Nee. Also Eta Wulf will ja wieder großes Herz sein. Vorhin eins oder zwei. Eins oder zwei. Das senkt eins. Wir kriegen den Mitteln. Das senkt aber die Wärmemarken. das Einkommen. Und die zwei. Das bleibt wieder mal alles so, wie es ist. Ja. Ihr entscheidet, Freunde. Ihr entscheidet. Die gucken ein bisschen traurig. Was soll ich machen? Ich meine, man muss es auch so sagen, ne? Wenn wir denen halt einen Zuschuss geben, dann bleiben sie arbeitslos. Dann können sie halt auch Twitch gucken, ne? Das ist auch vorteilhaft. Vielleicht auch für mich, ja? Du hast jetzt Öl, also sei gnädig. Können wir uns das denn leisten? Das ist die Frage. Es steht halt nicht darum, wie viel das sinkt. Es steht nicht darum, wie viel das sinkt. Also leisten prinzipiell schon. Davon gehe ich aus. Das dauert dann halt aber später Forschungen länger. Oder der Bau. Okay, wir haben jetzt, äh, 1, 2, 3, 4, 5 mal die 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. Ne. 5 mal, 6 mal. Sackrate macht die 6 draus. Okay, damit hat die 2 gewonnen. Es bleibt alles so, wie es ist, Freunde. Gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Äh, Freunde. Wir holen uns jetzt hier mal, ähm, Kann ich hier sehen, wie viel Überschuss ich hier habe? Ne. Deswegen holen wir uns jetzt mal hier Arbeiter. Achso, das wird ja eh noch gebaut. Genau, perfekt. So, dann wollen wir hier, äh, mal Leute transferieren. Und zwar Arbeitskräfte von New London. So, umsiedeln. Ne? Achso, was machen wir mit der Nahrung? Äh. Ups. Ups. Wird, Freunde, wird das jetzt nach New London gebracht? Ich hoffe. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh. Daran habe ich jetzt gerade nicht gedacht, Freunde. Das könnte jetzt ein kleines Problem geben, äh, welches ich nicht berücksichtigt habe. Äh. Wir haben hier kein nix zu beißen, Freunde. Oder gibt es hier irgendwo auf dem Gelände was zu beißen? Ne. Hm. Das hab ich mir fast gedacht. Das hab ich mir fast gedacht. Ähm. Naja. Wenn's mal wieder so läuft, ne? Tja. Na, Augen ist alle. Verdammte Scheiße. Jetzt hab ich mich so über das Öl gefreut. Ah, ne. Nahrung ist da. Mhm. Alles gut. Sind die Arbeiter schon da? Ja. Nice. Geht alles weiter. Es geht alles weiter. Sieht gut aus. Jetzt haben wir nämlich hier einen satten Überschuss. Können jetzt hier Wir rechnen hier kurz das Eis, um ein weiteres Öllager zu bauen. Okay. Jetzt gehen wir noch auf den쪽enmen. Okay. Jetzt gehen wir nach oben. Okay. Hier. Okay. Okay. Und dann gehen wir nach oben. Und dann geht es uns ja rein. Und dann geht es uns ja rein. Und dann geht es uns klären. und dann geht es uns ja rein. Und dann geht es uns ja rein. Oh, dass wir jetzt ein paar Meier- Geil. Müde und Sally Price, 29, Barkeeperin Müde und forciert Noch eine 10-Stunden-Schicht Ach, was gebe ich jetzt für eine Mütze Schlaf Hab den Jungs versprochen Hab den Jungs versprochen, mich mit ihnen in der Werbeleitung Zu checken Und dann muss ich noch die Späherausrüstung reparieren Ich wünschte, alle würden ihren Teil tun Brick und Dick Da drüben Was leisten diese Wichser für die Gemeinschaft Außer die Bar zu besuchen Okay Okay Okay, gemeinnützige Arbeit Tja, Freunde Hier ist gleich einiges alle Moment, das Lager ist voll Das heißt, wir können auch das noch rüberschicken Tatsächlich Wenn wir da ein Defizit haben Geil Nice Ja, ja Ich hab's grad gesehen Das ist ein bisschen zu spät gewesen Leider Da haben wir jetzt sicherlich einiges verschenkt Tatsächlich Aber was gut ist, Freunde Wir haben jetzt hier Dadurch, dass wir Ich glaub, wir müssen das noch erweitern Hier können wir noch Hier haben wir hydraulische Tiefenpumpen Da ist dann die Frage Wir wollten ja irgendwann diese unbegrenzten Genau Generatorverbesserung Was macht das? Okay Nahrungsmittel brauchen wir jetzt mal Freunde Ohne Nahrungsmittel geht's jetzt hier langsam dem Ende zu Gewächshauser Genau das brauchen wir Nahrungsproduktion Geil Jupp Chemisches Gewächshaus Nice Das ist wichtig, Freunde Also man kann supergeile Sachen machen, Freunde Supergeile Sachen Also wir kriegen Wir kriegen eine gewisse Autonomität hin Das ist cool Äh, die Frage ist hier Können wir das Ding jetzt hier direkt bauen Bei der Förderung Weil wieso kann ich das jetzt hier nicht setzen? Weil die Sache ist Eigentlich zeigt er mir ja hier ja eigentlich an So, wir machen mal so Weil eigentlich zeigt es mir an, dass wir einen zweiten Slot hätten Und jetzt müssten wir ja hier in der Lage sein Das Ding zu bauen 300 Arbeitskräfte Und ermöglicht Zugang zu Tiefenvorkommen, die praktisch und begrenzt sind Nee Why not Annalikus, Hallöchen Wieso geht das nicht? Werde, Hallöchen Schön, dass du da bist Das wird er hier hinbauen Und das will er nicht bauen Warum? Ah Das ist der Bedarf, den er verbraucht Ja, ja, das ist okay Bestens werde, bestens Danke der Nachfrage Das ist der Bedarf, den er braucht Weil das Ding läuft Was ich jetzt gerade nicht verstehe Hier ist Die Wärme des Ölbetriebenen Generator Hier hin? Nee Wartet mal Kommt das etwa hier hin? Nee Das würde ich jetzt gerne rausfinden Wieso geht das nicht? Weil Ölvorkommen sind da Oder müssen wir das direkt auf ein frisches Ölvorkommen machen? Das ist der Bedarf, die Wärme des Generators unterstützt die Erschließung nahezu unbegrenzter tiefer Ressourcen Ach, es gibt da keine, oder was? Ja, woran sehe ich denn das? Ah, ich dachte, das wäre Ich dachte, das wäre hier vorhanden Ich meine, das läuft noch ewig, ne? Also das ist kein Problem Aber Öl Es müsste wahrscheinlich mit dabei stehen, nehme ich an Es wird hier nicht direkt aufgelistet Ja Ärgerlich Es muss wahrscheinlich gesondert mit aufgelistet sein Würde ich jetzt mal behaupten Das ist ja doof Ja, 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 ja Die sind halt einfach keine Okay, das reicht halt trotzdem ewig, ne? Hier sieht es erstmal ganz gut aus Hier drüben müssen wir jetzt nochmal gucken Ach, das ist ja schade Ich habe jetzt wirklich gedacht Schade Ich hatte halt einfach gehofft, dass das jetzt einfach so passt Ja Ähm Ja Äh, habe ich jetzt hier wieder Scheiße gebaut Weil ich wieder vergessen habe Ja Na gut Äh, so viel dazu Jetzt müssen wir hier drüben wieder was abreißen Ist hier irgendwas leer? Ja Jungs, ich habe hier wieder Ich habe eventuell wieder was vergessen Ja, wir brauchen jetzt mal diese Scheiß Ähm Ja, ja Wir brauchen jetzt mal unbedingt so Fabriken Ja, ja Kriegst Gebotenprogramm Nja Das ignorieren wir jetzt mal Wir müssen nämlich hier noch schon wieder was machen, glaube ich, ne? Erkundungszeit sind gleich Eine kleine Menge Prefets Oh Jo, Alter Direkt durchbrücken Abstimmen Das ist genau das, was wir jetzt brauchen, Freunde Das ist genau das, was wir brauchen Jetzt kriegen wir nämlich durchweg Bauteile Richtig geil Mega Verstehe Und, das heißt, wie viel bauen wir jetzt? Ja Ja Ja, das reicht mir Das reicht mir, um zumindestens Auch unabhängig zu agieren Weil wir müssen jetzt wieder auf 200 kommen Und, Freunde Wir haben doch hier 25 Jetzt lasst mal hier noch Äh, kommt Ähm 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 Wir holen uns jetzt mal Wir gehen jetzt mal hier gucken Ne? Wir gehen da jetzt mal gucken Während wir hier auf 200 gehen Dann geht das jetzt nämlich schön nach oben Richtig geil Kältere Jahreszeit Jetzt geht das wieder ein bisschen runter Können wir noch mehr traden, ist die Frage Können wir noch mehr traden vom Öl? Und dann geht das wieder um So, 221 Jetzt müssen wir schnell hier rüber Müssen jetzt hier dieses Ding bauen Damit wir schnell wieder Förderungsbezirk Damit wir hier schnell wieder Teile bekommen Aber das ist halt super schnell auch wieder verbraucht Das ist so krass Diese Teile sind einfach absolut key Da hatten wir anfangs gar keine Probleme Und jetzt gerade habe ich das Gefühl Das frisst uns auf Ja Bauen wir ein Lehrkrankenhaus Wollten sie haben Äh Werbemarkt Oh Komm, wir ziehen jetzt mal schnell hier noch ein bisschen was durch Damit wir jetzt mal hier noch ein bisschen Progress haben Freunde Wir verbrauchen das ganze Öl, ne? Scheiße Test-User Einen wunderschönen guten Tag Schön, dass du hier bist Und wir vielen Dank für deinen Follow Dankeschön 80% Ich will unbedingt wissen, was da gleich kommt Alle guten Dinge sind 6 Komm schon, komm schon, komm schon Wir sollten vielleicht auch mal wieder was forschen Ähm Ähm Wir wollen immer das Elend nehmen Huhu Schön, dass du hier bist Herzlich willkommen Also immer Elend Woher gesagt Der Gipfel ist meilenweit zu sehen Und wäre ideal für einen Signal geeignet Das Reisenden hilft Neu London zu erreichen Aha Erhöht Bevölkerungswachstum Geil Also wir hätten quasi Das ist ja ein geiler Buff Äh Wenn wir dann erstmal die Lebensmittelproduktion Unter Kontrolle haben Ab dann Nice Ja Wissen wir erstmal Okay Was haben wir hier noch, Freunde Die Schlucht Der zweite Part Die Ruinen Der alten Brücke Moment Seid ihr euch sicher, dass das in der Arktis spielt? Wer hat denn hier eine Brücke gebaut? Ist interessant Ich find's doll auch interessant Ähm Die Ruinen Der alten Brücke Die nach Winterheim führt An der Seite hängt ein unvoll Unheilvolles Schild Jenseits wartet nur der Tod Niemand weiß, ob es von Scherzbollen Ja, Freunde Wir leben im absoluten Untergang, Freunde Die Temperaturen Sommer Immer minus 20 Grad Winter minus 40 Äh Ey, Freunde Es hängt da Wir machen Lass uns einen Witz machen Lass uns einen kleinen Spaß machen Ja Niemand weiß Ob es von Scherzbollen Oder abergläubischen Speeren Aufgehängt würde Ich verstehe Aber es hat uns das jetzt gar nichts gebracht Außer das Wenn schon kalt Dann mit Humor Was gibt's hier? Kohle? Hier gibt's Fertigbauteile und Kerne Waren wir Ab zur nächsten Äh, so Wir haben jetzt wieder Fertigbauteile Und jetzt werden hier Gewächshäuser gebaut Ne? Also was brauchen wir denn eigentlich für Gewächshäuser? Nahrungsmittel Ähm Wo setzen wir das ein? Ah, Tranagolin Geil Vielen, vielen Dank für den Hinweis Das wusste ich nicht Winterheim ist eine gescheiterte Stadt aus dem ersten Teil Das ist ja super cool Am Ende kommt man da vielleicht sogar wieder hin So, wir setzen mal schnell hier rein Mal gucken, ob wir das hier reinsetzen können Werden wir gleich sehen Wo da, äh, äh, äh Ne In was für einen Bereich muss das rein? Gewächshaus in Industriegröße, die dem Organischen abfermentiert und genutzt werden So, tieren dann Ich würde gerne einfach wissen, in welche Art von Gebäudetyp du rein musst Das fände ich ganz interessant Achso, wahrscheinlich hier rein, ne? Ja, ist ja ganz logisch Ist doch klar Äh, das wusste ich natürlich die ganze Zeit Jaja, hellgrün, hellgrün, hellgrün Ja, geil Äh, dann haben wir hier gleich richtig fett Nahrung 140, Freunde Und damit ist das auch safe Also, tatsächlich Forschung ist der Key Forschung Jetzt mal nicht mit Events stören, bitte Genau 136 Und jetzt passt auf Michi ist natürlich nicht auf den Kopf gefallen Der sagt natürlich sich näher Ja, jetzt haben wir hier schon zwei Brauchten wir drüben erstmal nicht bauen Ähm Und dann gucken wir mal an Nahrung sieht richtig gut aus Dann nehmen wir jetzt einfach mal noch ein bisschen was rüber Sehr cool Wir haben jetzt hier tatsächlich Probleme mit dem Öl Machen das erstmal so Können hier noch ein bisschen was rüber schicken Dass das ausgeglichen ist Wo sind wir über unsere Kapazität? Achso, über der Trail Capacity Müssen wir dann jetzt Ah Okay Äh, so heißt das Wir brauchen Äh, von hier aus Ach, come on, Alter Der Ossi Einen wunderschönen guten Tag Schön, dass du hier bist Und vielen, vielen Dank für dein Follow Dankeschön Das ist doch jetzt doof Ähm Achso, uns fehlen die Speer Ne, ist gar kein Problem, Freunde Ist gar kein Problem Ähm Ist nicht so, dass wir das irgendwie Mensch, der Ossi Vielen, vielen Dank gleich noch Dass du dein Für deinen Support hier Und dass du noch dein Prime raushaust Dickes fettes Herz Vielen, vielen Dank dafür Dankeschön Mega Haltbar Das ist jetzt mal kein Thema Wir hatten hier noch ein Hier Ach, guck mal Hier hätten wir noch mal Wind geschützt So wie es aussieht So Dankeschön Schön, dass du hier bist Vielen, vielen Dank Ist mega lieb Äh Wir brauchen mehr Speer, ne So, dann hier noch mal Ja, jetzt fehlt uns Was fehlt denn uns jetzt hier? Arbeitskräfte Das ist jetzt hier ein kleines Problem Äh, was wir hier haben Äh Das ist jetzt hier nicht so gut Also warte mal auf Wir haben hier ein Nahrungsmittel Aha Im Überfluss So, wir müssen jetzt hier gleich noch weitermachen Ähm Das hier brauchen wir noch Super dringend Genau Wieder auf Elend gehen Also definitiv Also ich nehme hier immer Elend Das passt Äh Super Äh Genau Wegen Öl kümmern wir uns gleich Wir müssen jetzt erstmal Also es ist nicht wirklich alle Das Problem ist Unsere Handelsroute ist Äh Gemaxed Und das ist tatsächlich ein Problem Das ist tatsächlich das Problem Und deswegen bauen wir jetzt hier gerade noch ein Logistikzentrum Und sobald wir das haben Wir können jetzt noch mal ganz kurz hier drüben gucken Äh Das ist schon wieder alle, ne Das hält halt alles super kurz nur Das ist ein bisschen schade Ähm Aber Können wir hier nicht gleich dauerhaftes Einkommen draus machen Wenn wir sagen Wir bauen jetzt hier Industrie Ja Ja dazu muss ich es erst wieder erweitern Ne Weil wir jetzt hier noch kein Hm Ja Muss ich erweitern Dann können wir das hier dauerhaft reinbringen Äh Wir haben hier noch 1700 Arbeiter Ich verstehe gerade nicht warum wir hier Minus Öl machen Ähm Weil uns hier wahrscheinlich noch das zweite Gebäude fehlt Förderung Das kriegen wir ja nicht hin Das wissen wir Aber wir können das hier hin bauen Ja Und wir müssen hier noch bauen Freunde Wir müssen hier unbedingt noch erschließen Ähm Da fehlt uns jetzt nur gerade ein paar Bauteile Ja Das war Öl ist Also wir haben Öl in der Menge Genügend da Wo es fehlt Ist tatsächlich Äh In der Produktionsmenge Da hapert's Da hapert's Freunde Und ja Event 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 Ich werde zum Event Freunde Wenn das so weiter geht Ich liebe aber die Events Ich muss auch wirklich sagen Die sind wirklich top gemacht Freunde In der 10 von 10 Abigail Green 29 Späherin Start sich im Spiegel an Ich kann sehen Etwas Etwas verschwommen Aber Die Ärztin sagte Das legt sich Ich wollte wissen Wem ich meinem Augenlicht verdanke Aber Er war wohl ein Junger Bursche Der beim Ausraum Eines Gewächshauses Vom Dach gestürzt ist Nun Nun Ich erlaube mir kein Urteil Er hatte sicher eine Familie Zu ernähren Sobald ich entlassen werde Besuche ich Mit ein paar Rationen im Gepäck Das bin ich ihm schuldig Ja Erntebestattung Gib den Lebenden eine zweite Chance Siehste Da war es gut Dass wir das gemacht haben Freunde Uuuuh Ist wieder fertig Freunde Es wird Nääääää Ich bin neugierig Ich bin neugierig Was gibt es? Verlassene Forschungsstation Im Inneren Der verlassenen Forschungsstation Fanden unsere Speer Gefrorene Nackte Leichen Die kreisförmig Um ein seltsames Götzenbild Aus eines angeordnet waren In der Nähe Lag ein Haufen Uniformen Der Ordnungsware Die Station Ist im schlechten Zustand Wir könnten sie Für Fertigbauteile Zerlegen Aber die Ordnungsware Möchten Dass wir diesen Ort Und jegliche offiziellen Aufträge davon vernichten Was Die haben hier Irgendwie Scheiße gebaut Die haben hier Hundertprozentig Scheiße gebaut Welche Forschungsstation Was? Welche Forschungsstation Ich weiß von nichts Die Überreste bergen 300 Fertigbauteile Das wäre geil Wir kommen später wieder Nummer 2 Lager aus Weißen Weißen Frauen Unsere Speer Sind den weisen Frauen begegnet Die für Für die diese Hügel berühmt sind Einige von ihnen Haben früher In Neulondon gelebt Sorry Zogen aber fort Als der Käpt'n Die Regentschaft übernahm Nun Da wir einen Rat haben Würden sie gerne Nach Neulondon zurückkehren Okay Eine neue Fraktion Sie würden gerne Ein paar Kerne mitbringen Naja Es würde sich wahrscheinlich Ah ne Wir werden wieder Neulondonerinnen sein Okay Einfach nur Bevölkerung Drei Kerne Wir kommen später wieder Und das dritte Verlassenes Lazarett Dieses Gebäude wurde Hastig während der RPD von 1901 gebaut Um infizierte Einwohner Von Neulondon Unter Quarantäne zu stellen Nun liegen sie still Und vergessen da Zahlreiche Holzkerne Mahnen Eindringlich an die Geschehnisse Falls wir uns Einschließen Die Totenruhe Zu stören Und die Gebäude Zu zerlegen Könnten wir hier Einige Rohstoffe finden Nicht schlecht 300 Wir könnten Insgesamt 600 Fertigbauteile Bekommen Ja Zombies gibt es hier nicht Zombies gibt es hier nicht Hoffe ich Ich habe ja erst gesagt Ich wäre lieber In einer Zombie Apokalypse Als in dem Als in sowas hier Freunde Es ist Atemberaubend Was hier Alles möglich ist Freunde So cool Gemacht Ohne Scheiß Einfach nur geil Ich muss es einfach sagen Es macht Also ich verstehe tatsächlich Jetzt den Hype darum Ähm Wenn der erste Teil Ähnlich war Man Es fühlt sich die ganze Zeit Man ist die ganze Zeit Getrieben von einem Lauf Gegen die Zeit Immer fehlt irgendwas Immer stirbt wer Immer will irgendetwas Mehr Oder jemand mehr Wir sind bei minus 60 Grad Freunde Wir gehen drauf Das ist krass Ja Hier kann man keinen Kaffee anbauen Ist alles nur mittelmäßig Nein Freunde Es macht super 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 Viel Spaß Ich bin am Überlegen Freunde Es wird eine Abstimmung gehen Ob wir Freitag uns Ich werde mal eine Abstimmung machen Freitag Ich würde gerne nochmal reinschauen Freunde Wenn ihr Bock habt Freitag vielleicht Stimmen wir morgen drüber ab Nach dem Stream Und dann könnt ihr sagen Ob wir Freitag Die zweite Runde Hearts of Iron machen Oder ob wir die auf Montag verschieben Es rennt ja nicht weg Hearts of Iron Und ich würde gerne hier Zeitnah wieder reinschauen Weil wir jetzt gerade alle drin sind Es macht unglaublich viel Spaß Freunde Morgen definitiv nicht Weil morgen Haben wir Pirates Im Angebot Freunde Wir werden morgen Zu den Freibäutern Wir werden erst Den ersten Teil des Tages Morgen Pirates spielen Das von Sid Meier Richtig geil Und dann ab 12 Uhr Starten wir rüber In Rogue Wars Dort habe ich Morgen ein Sponsoring Worauf ich mich sehr freue Was ebenfalls Ein Piratenspiel ist Rundenstrategie Könnte also ganz spannend werden Für den einen oder anderen Und ja Vielleicht habt ihr Bock Morgen dabei zu sein Wenn wir morgen uns Die Augenklappen aufsetzen Ich hoffe ihr habt alle eine Also Na Macht euch bereit Für heute war es das aber Freunde Das will ich eigentlich damit sagen Ich muss jetzt los Ich habe nämlich jetzt gleich noch Kurz eine Verabredung Und Muss ich mich jetzt noch fertig machen Freunde Es hat mir Unglaublich viel Spaß gemacht Und ich würde mich freuen Wenn wir uns morgen Free to Pirates sehen Und am Freitag Dann vielleicht hier Weitermachen Ich hoffe es hat euch auch gefallen Du hast jetzt angefangen Den ersten Teil zu spielen Weil es den mal umsonst gab Auch mega gut Okay 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 Echt gutes Game Ja ist cool Interessant ist Warum sie die Augenklappe Getraben haben Das verrate ich nicht Das verrate ich nicht Das verrate ich euch nie Freunde Ich wünsche euch jetzt Einen wunderschönen Tag Vielen vielen Dank Für den ganzen Support Dass ihr hier auch Den ganzen Tag dabei wart Auch in Überlänge Wenn ihr neu seid Lasst gerne ein Follow da Freunde Es freut mich mega Wenn der Kanal weiter wächst Ich bin immer von Montag Bis Freitag online 9 bis 13.30 Uhr Meine Regel Streaming Zeiten Wenn ich frei habe Gerne auch mal länger So wie heute Und alle 14 Tage Am Wochenende Immer sonntags Multiplayer Von diversen Titeln Aktuell läuft Multiplayer In Victoria 3 Nächste Woche Haben wir ein besonderes Event Battle Auf der Bull Cards auf Ivan 4 Also ihr merkt Im Strategiebereich Ist hier viel zu holen Wenn ihr Bock habt Seid gerne mit dabei Und lasst ein Follow da Ich werde jetzt schauen Ob ich euch weiter raten kann Ob es noch jemanden gibt Der ebenfalls Frostpunk spielt Frostpunk 2 Ich wünsche euch was Bis morgen früh Macht's gut Danke Mega geiler Tag heute Wirklich ein richtig Schöner Tag mit euch Danke für alles Macht's gut Ciao Ciao Ich bin froh Bodo, mein Lieber, vielen, vielen Dank für deinen Prime. Hab auch du einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank für den Support.